So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen hundigen Livestream. Wir haben es endlich geschafft. Forza Horizon 5, wir sind zurück im Spiel und ja, wir spielen das das erste Mal. Ich habe jetzt direkt von Null angefangen, also schauen wir mal, ob alles klappt. Ich konnte nicht viel testen. Ich habe mich erstmal eine Stunde lang probiert, irgendwie meinen richtigen Xbox-Account einzuloggen. Also in diesen Xbox-Live-Account, das war schrecklich. Auf alle Fälle werden ihr nichts mehr verpassen wollt, Leute. Es kommt wenigstens noch mehr, Forza. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, würde mich natürlich sehr freuen. Und jetzt starten wir die Story, jetzt geht's los. Ich freue mich und Andel ist natürlich schuld an der Verspätung. Genau so ist es. Heimat, der wirklich schönste Ort der Welt. Alle willkommen sind. Diese Grafik, ich liebe es. Zusammen erkunden wir die Wunder und Schönheit von Mexiko. Ach, wir sind in Mexiko. Ach, ich wusste bis jetzt nicht, wo das spielt. Ich wusste es einfach nicht. Also jetzt geht's los, Leute. Ich freue mich. Wirklich, ich freue mich wirklich heftig. Ich glaube heute, ich glaube, es fehlen jetzt sehr Spiele, äh, genau, es werden sehr viele Forza spielen jetzt. Was als nächstes passieren wird? Äh, ja. Alle im Chat spiele auch Forza 4. Ja, aber es ist auch ein geiles Spiel. Also ich habe Forza 4 angespielt. Es ist echt geil. Also jetzt geht's los, Leute. Ich denke gerade an die GTA Online-Zeiten, wo du mit dem Auto hinten rein konntest. Alter, wo sind wir, sind wir am Vulkan? Ja, moin. Ja, moin. Ja, und so geht's los. Ich bin am Vulkan gespawnt. Danke dafür, Bruder. Hätte mir keinen besseren Platz. Warte, was ist LT zum Bremsen? Auf der anderen Seite. Weil ich spiele mit, ich spiele nämlich mit einem anderen Controller, aber okay, passt schon. Hier kann ich durchwechseln. Achso, hinten wird das sein. Um die Kamera zu wechseln, das habe ich gerade gemacht, genau. Ja gut, bremsen ist ja logisch, wo es ist. Ich holst dem Auto. Vertrau mir. Dann ist eingesprochen. Das könnte Andel sein. Andel, der Synchronsprecher. Was ist denn da los? Alter. Also, die erste Mission ist mal vom... Okay, da steht. Was? Zurückzuspülen? Er will aber nicht zurückspülen. Muss ich das machen? Ja, ja, alles gut. Ich spiele heute bei der Will mit Controller, Leute. Ah, ist das schön. Es leckt. So muss ich mal die Grafiker ein bisschen darstellen, weil ich glaube, mit Facecam und allem wird das heute ein bisschen schwer. Findest du neue Freunde? Amüsier dich ruhig. Ich muss noch was ausliefern. Aber heute, Leute, da werden wir schon was einstellen. Dann leckt das sicher nicht mehr. Dann werde ich einfach die Frames mal runtersetzen. Weil ich konnte leider nicht viel testen heute. Ich konnte heute leider nicht viel testen. Lieferzone rückt näher. Schöner Tag für eine Fahrt. Ich schau mal, ob es jetzt hier auch laggelt oder ob das oben war. Ne, ihr habt recht, das ist laggelt. Es laggelt ein bisschen. Passt mal auf, dann machen wir folgendes. Wir gehen in die Settings, weil ich glaube, mit 144 Hertz wird das ein bisschen blöd. Speichern und fortfahren. Ich glaube, jetzt sollte es nicht mehr laggeln. Jetzt geht es genau. Leute, das ist, weil wenn du so ein Spiel spielst mit 144 Hertz, mit Facecam, dies, das, dann laggelt es durch. Aber jetzt ist alles smooth. Seht ihr? Das waren die 144 Hertz. Alles gut. Aber danke an den Chat. Eine Einstellung, dass es klappt. Habe ich mir aber schon fast gedacht. Ich habe mir auch schon gedacht, das Game wird so viel Leistung ziehen. Ich spiel halt auf Ultra, ne? Ist halt klar. Aber, oh ja. Jetzt laggelt nichts mehr. So muss es. Aber danke an den Chat an dieser Stelle. Alter. Ne, nichts zurückspulen. Weiter geht's hier. Alter, rum fahre ich mit dem Offroad. Direkt eine Anzeige auf RLO, Bruder. Warte jetzt. Fail RP. Ich fahre mit einer Corvette Offroad. Jetzt nicht mehr. Was ist das denn? Ich sehe nichts mehr. Danke an dieser Stelle. Alter. Wir sind im Sandsturm. Wir sind im Sandstorm drin. Aber nicht schlecht, Alter. Boah. Ja, aber man merkt, die Grafik ist einfach heftig. Bruder. Da musste ich selbst meine Grafikkarte. Ich habe eine 390. Die musste ich sogar gerade zurückdrehen. 4. Oder jetzt. Auch gut. Das aber zeigen die jetzt in so einem kleinen Abschnitt alle Maps oder was? Das könnte etwas holprig werden. Ja, merke ich auch gerade. Etwas ist gut. Dschungel. Dschungeldonner. Ach jetzt. Er sagt sich jetzt regnet es hier oder was? Ah, ah, Porsche. Ah, ah, Porsche. Nicht ein Kratzer. Der Dungel wartet. Boah, Alter. Die Map gefällt mir bis jetzt am besten. Die ist geil. Oh, Flamingos. Hallo. Und wo ist denn der Radlfahrer zum Überfahren? Auf den warte ich noch. Da gibt es, weiß wer, ob es in Forza NPCs gibt. Also die auf der Straße rumrennen. Ich glaube aber nicht, ne? In Forza 5. Weil die haben mir ein bisschen gefehlt in Forza 4. Vor allem Radlfahrer wäre lustig gewesen. Aber ich glaube NPCs gibt es nicht, die auf der Straße rumbrücken. Sön am Steuer, das wird teuer. Ja, Bruder. Wird schon passen. Ach, scheiße, Alter. Boah. Nee, eh du nix zurückspulen. Alles gut. Erreiche den Tempel. Oki, oki. Oh, da ist ein Hundi. Warte. Warte, 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 warte. Alter. Na, scheiß auf, zurück. Ich will zu dem Hundi. Wo ist der hin? Oh, wie süß. Überfahren können wir heute nicht, ne? Ja, komm mal her, Hundi. Komm mal her. Ich will nur gucken, ob das funktioniert überhaupt. Ja, komm. Komm her. Komm, steig. Steig ein, Bruder. Okay, man kann nicht. Ich habe ihn angestupst. Sonst machen wir das hier gleich 18 plus hier. Nee, ich würde echt... Aber man kann ihn, glaube ich, nur anstupsen, ne? Weil ich habe damals probiert, die Schafe zu überfahren. Oh, ich steck da fest. Ach, komm her. Ich will nur die Engine testen. Ich will ja gar nichts tun. Aber wir sehen, wie der gerade aufgeploppt ist. Ja, komm, 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 komm. Schau, wie der süß Hund will. Schau. Also, es gibt keine NPCs, aber es gibt einen Hund. Das ist wichtig, Leute. Es gibt einen Hund und keine NPCs. Obwohl, das hat mich weggeschickt. Ja gut, alles gut. Alles gut, dem Hund geht es gut, Leute. Dem Hund geht es gut. Dem ging es nie besser. Er hat nur einen kleinen Anstupser vor mir bekommen. Alles gut. Es wurden keine Tiere verletzt. Ach, stimmt. Doch, klar gibt es NPCs, aber halt keine durch die Straße rumgehen, ne? Ich drehe doch mal um und losse dich über die Brücke. Über die Brücke? Oh, nee. Guten Tag. Bruder. Boah. Holprig? Ja. Sehr holprig. Weißt du, jetzt fahre ich in den Trennen oder was? Ah, es steht nur rein im Tempel. Ich muss gar nicht spielen. Alles gut. Maravilla! Du wirst deinen Augen nicht trauen, wenn du das siehst. Komm weiter! Ja, was sehe ich denn im Tempel, ja? Da habe ich mir ja schon gesagt, dass da vorhin ein Tempel ist. Und was machen wir hier jetzt? In den Tempel reinfahren oder Flamingos umfahren? Ah, jetzt geht es wieder weiter. Okay. Er sagt, ich werde meinen Augen nicht trauen können und schon geht es weiter. Danke. Ich komme mir nicht mal den Tempel angucken. Ist das ein Königseck? Das ist die letzte Lieferung! Das ganze Festival wartet! Was für eine Lieferung? Ich war gerade am Tempel. Hä? Los, los, los! Wer hat denn sich die Mission einfallen lassen? Oh, Mercedes, never mind. Ja. Äh, sieht ja heutzutage alles gleich aus, ne? Sieht ja heutzutage alles gleich aus. Ist das ein Elektroauto? Es hört sich an wie ein Elektroauto. Ja. Oder halbelektro. Ich kenne den Wagen nicht irgendeinen Mercedes, von dem ich noch nie was gehört habe. Hier sind schon Autos vom Himmel gefallen, aber jetzt schaut alle auf den Superstar, der sich jetzt auf den Weg zum Festival macht. Scusi? Okay, es ist kein kompletter Elektroantrieb. Ich schätze mal, das ist ein Hybrid. Weil irgendwie hört sich das nach Elektroanmächter drin sitzt. So halbelektro, Hybrid vielleicht. AMG 1 ist der Hybrid. Ist ein Hybrid, oder? Oder täusche ich mich am Sound? Offroad. Alter, wie geil das hier aussieht. So stelle ich mir geht ja 6 vor, ohne Witz. Also so von der Landschaft her. So Vice City mäßig. So stelle ich mir das vor, wie der 6. Genau so. Hybrid, aber dann bin ich... Okay, dann habe ich alles richtig. Alles gut. Also Hybrid. Was sagt der Chat? AMG worden. Habe ich noch nie von gesehen. Ich habe immer nur gehört, aber nie gesehen den Wagen. Noch nie. Ich habe diesen Fahre schon einmal gesehen. Das hat mal ein gekonnter Auftritt. Alter. Jetzt geht es hier aber los, Jungs. Okay, Hybrid. Immerhin habe ich das richtig gehört. Weißt du, soundtechnisch hat mir das gerade was gegeben. Das heißt, die Soundtechniker haben sich Mühe gegeben. Also man hört, dass es ein Hybrid ist. Aber voll geil, Alter. Voll geil. Es ist ein gedrosselter F1-Motor drin. Okay. Ja, es ist halt... ein Milt-Hybrid, okay. Ich bin so gespannt, was es für Autos gibt. Ich habe ja gesehen, Supra gibt es. Die neue. Die habe ich auch gerade im Thumbnail drin. Die würde ich mir gerne snacken, die Supra. Oh, jetzt kann ich mich erstmal herrichten, Leute. Wie werden wir uns herrichten? Also wenn ich die jetzt nehmen würde, würde mir Schandelein auf den Topf hauen. Aber ich heiße Kurt. Aus dem Grund muss ich mich jetzt wie ein Kurt auch kleiden, oder? Boah, Alter. Der sieht aus, als hätte er 50 Jahre durchgemacht. Hm. Boah, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Der sieht so ein bisschen aus wie Hardwell. Aber nur auf dem Bild. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Irgendwie ist die chillig. Ich würde die gerne nehmen. Aber ich bin, ich habe jetzt schon meinen Namen ausgewählt, um das geht. Sonst hätte ich mich umbenannt. Naja, ich über, wobei man kann es ja immer erinnern, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, der Typ ist so, der ist so, der ist so Standard irgendwie. Keine Ahnung. Hm. Hm. Weiß nicht, der sieht, irgendwie sieht der aus, als hätte er mir ins Gesicht gefurzt. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, Alter. Der Supra. Ich sage immer noch die Supra. Ich weiß, in Deutschland kam das Fahrzeug als der Supra auf den Markt. Aber für mich ist es die Supra, weil das ja in Japan, Supra ist ja, glaube ich, irgendeine Göttin. Für mich ist das dann die Supra. Die Supra deshalb, aus dem Grund. Kann man gerne so formulieren, wie man möchte. Also es ist beides richtig. Das ist wie der oder das Radio. Du kannst beides dazu sagen. Ist scheißegal. Ja, Alter, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Bruder, warum bin ich so wählerisch? Das gibt es doch gar nicht. Weißt du was? Ich nehme gleich hier irgendwen. Aber ich finde den hier ganz cool. So ein asiatischer Drifter. Wenn ich so einen Asiaten sehe, denke ich immer direkt an Supra, an GTR. Wenn ich den sehe, so richtig. Einfach so der Drift King, weißt du? Weil ich mir nicht ihn so angucke. Da denke ich mir so, der Typ kann driften. Also ich sage lieber die Supra. Ist mir angenehmer. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich der Supra höre, dann wird es mir irgendwie die flau im Magen. Aber jeder kann dazu sagen, wie er möchte. Äh, nee, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich den ganz cool. Ich finde den cool, den Typ. Ich nehme den einfach. Ich nehme den. Ich finde den cool. Ach, wir können den... Oh mein Gott, wie geil. Ja. Ja. Das ist Kurt. Nee, Alter, das sieht voll super aus. Bruder, jetzt no joke. Ey, wenn ich so auf ein Festival gehe. Weißt du, wie ich gerade aussehe wie so ein Cloud-Rapper. Ich sehe gerade eins zu eins aus wie so ein Cloud-Rapper. Oder das hier. Nee, das sieht mehr nach Cloud-Rap aus, oder? Ja, doch, doch. Das hat was. Irgendwie hat das was. Ich weiß nicht warum, aber ich würde es irgendwie geil finden, wenn wir so rumlaufen würden. Ich finde es irgendwie... Ich weiß nicht. Also Hafer könnten wir auch anpassen. Ähm. Wobei von hinten sieht man dann aus wie ein Mädel. Ja gut, das ist... Gut. Oder wir machen einen auf K-Pop-Sänger. Das wird Shandle nämlich gefallen, weil Shandle liebt K-Pop. So machen wir so einen richtigen K-Pop-Star, oder? Das wäre... Aber da müssten wir... Gibt es hier irgendwo so eine K-Pop-Frisur? Wobei, die passt eigentlich eh schon relativ gut. Ähm. Wobei, hier unten war noch eine. Die hier. Das ist so... Ja, wobei... Ja doch, die Frisur geht eigentlich. Die ist okay. Oh, ne. Das hier. Das hier ist eine K-Pop-Frisur. Die nehmen wir. Die nehmen wir, die Frise. Die passt, finde ich. So, Haarfarbe. Da können wir uns ein bisschen spielen. Ähm. Silber. Irgendwie hat das was. Ich weiß nicht warum, aber das hat was. Ja, ich... Leute, ich will einen Charakter haben, der sich so voll abhebt von anderen. Ich will nicht immer so einen Standard-Shit machen. Wisst ihr, was ich meine? Der darf... Der darf ein bisschen krasser aussehen. Ich finde die blauen Haare irgendwie cool. Dunkelblau. Hat was. Oder so grün. Wobei, wir machen blau so wegen Xion und so, ne? Genau, wegen 1-0-7. Da unten raus, Alter. TK. Ich habe ja heute noch gar nichts vorgelesen. Sorry, Leute. Muss ich ja noch machen. Alter, die... Ich finde, die Haare sind fresh aus. Wie Lackierung. Die sind ja etwas zu krass. Aber ich... Ey, komm, jetzt sieht doch geil aus, ne? Oder das grün? Ah, komm, ich mach die blau. Wir können sogar Prothesen anbauen. Ist das denn scheiß Ernst jetzt? Oha. Ja, ich sag mal. Äh, ich glaube, hier ist für jeden was dabei. Mit dem man sich vielleicht identifizieren kann. Also, dass man... Dass man in einem Spiel Prothesen anbauen kann, habe ich auch noch nicht gesehen. In einem Rennspiel. Leute, wer hat in einem Rennspiel jemals eine Prothese gesehen? Allein, dass du im Rennspiel schon einen Charakter auswählen machen kannst. Ist ja schon krass. Ähm, ich kann sogar divers auswählen. Es gibt einfach mal drei Geschlechter. Einfach divers. Ist auch nicht schlecht. Stimme. Wie kann... Ach, Vorschau. Ich weiß noch nicht, was X ist, weil ich habe keine... Hallo? Hallo? Ach so. Weibliche und männliche Stimme gibt es nur. Okay, ja. Nehme ich den männlichen. Ganz normal. Easy. Alter, TK9. Moin Moin. Bin auch wieder da und freue mich auf einen geilen Stream heute. Vielen Dank, TK9. Liebe geht raus. Alter, 1 zu 7 donated. Bruder. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Der Typ sieht doch geil aus. Wenn man da geile Shirts hat. Ey, das sieht doch richtig nice aus. Bruder. Ich finde, wir haben ihn gut gewählt. Wir haben ihn gut gewählt. Wir sind halt alles sehr politisch korrekt. Gerade merkt man auch in Games. Ja, aber ich finde ganz ehrlich, ich finde es cool, weil du so viel Variation machen kannst. Ich habe das immer so gehasst, weißt du? Bei Saints Row war das immer so geil. Bei Saints Row konntest du machen, was du wolltest. Du konntest einfach Frauenkleidung anziehen. Darf ich mir so, warum nicht? Ist doch geil. Hast du viel Variation? Was hast du da gedacht? Ich habe mich bemüht, nicht darüber nachzudenken. Jamin sagte, ich sollte Großes von dir erwarten, aber nicht so, so. Espektakulär. Ja. Hayley, ich habe dir so viel zu zeigen. Cerros, Desiertos, La Jungla, Piramides, La Belleza de Mexico. Deine Aussprache war übrigens muy bien. Äh, hat die, achso, das ist eine Karte. Ich dachte, ich habe gerade ihr Handy dupliziert. Brauchst du einen hiervon. Ich verspreche nichts, Käfer. Ich glaube, das ist deins. Wie war dein Flug? Echt übel. Der Ausstieg war etwas unsanft. Das glaube ich. Komm. Ramiro kümmert sich um deine Expedition. Ich verspreche nichts zu sagen, doch ich bin nicht. Ich koordiniere die Festival-Logistik. Da bleibt nur... Primita, wenn? Hey, pass gefälligst auf, wenn du Primita nennst, Primito. Ich weiß, was du in Nierkei abgeliebt hast. Ja. Ja. Gib mir die Supra. Ich will nichts mehr. Ich bin glücklich, wenn du mir die schenkst. Heute früh angekommen. Oh, darf ich mir auswählen? Nein. Ich darf mir auswählen. Ja. Ich nehm dich. Sie sagt auch der. Ich bin gleich ins mit. Ja, wir haben natürlich den BMW genommen. Oh, das ist mit dem Tuning-Kit hinten dran, mit diesen geilen Rückleuchten. Das ist... Ach, stimmt. GR, das sind diese... Das sind die Oldschool-Supra-Rückleuchten. Weil ich fand, wie die neue Supra rausgekommen ist, fand ich die Standard-Rückleuchten... Ich finde die immer noch hässlich. Die Standard-Supra-Rückleuchten von der neuen Supra sind hässlich. Und das hier ist Oldschool, wie bei der alten Supra, die Ringe drin. Und das macht das ganze Auto komplett neu, finde ich. Das gibt diesen Style einfach. Und der hat gefehlt. Und der ist da jetzt drin. Guck ich dir das an, wie geil das aussieht. So würde ich das Ding direkt kaufen, wenn ich es so habe. Oh ja. Ja, ja, ja. Da kommt die Hundebande raus. Pass auf. Ähm. Warte. 1, 0, 7. Muss ich das nur ausrechnen. Und dann HB. Ja, dann machen wir so. 1, 0, 7. So, machen wir hier 1, 0, 7. So, machen wir hier nichts. Und hier HB. Und dann bin ich ziemlich glücklich mit meinem Leben. Da habe ich alles erreicht, was ich wollte. A, B und das nochmal weg. Ja, ist doch geil, oder? 1, 0, 7 Hundebande. Akzeptieren bitte, ja. Ach, Purcht. Ich bringe den Rest deiner Autos zum Fuhrparken. So habe ich mehr Zeit mit denen. Ist das geil, ey. Ich wusste nämlich nicht, dass man die direkt am Anfang kriegt. Ich habe nur den Screenshot gesehen und habe mir gedacht, ich ballere den rein. Aber dass ich die direkt am Anfang bekomme, ist doch geil, Alter. Hey, Kurt. Ich weiß, du kommst gerade erst an, aber das erste Schaurel geht bald los. Fehlt nur noch unser Superstar. Gut, Dankeschön. Hoffe, du bist bereit. Oh, ich bin bereit. Alter. Gehe erst die mit 3 Liter, ja. Was geht, Leute? Scott Taller hier bei Serena. Das Horizon Festival hat begonnen und da habe ich nichts zu. Wir haben große Pläne. Aber jetzt ist unser Superstar erstmal auf dem Weg zum neuen. Das sieht so geil aus. Lass uns mal schön angucken. Ich hör mal kurz den Sound. Ja, wird klar. Ich glaube, Sound verändert sich, wenn man einen anderen Auspuff und so dran baut im Spiel. Aber es sieht echt heftig aus, Alter. Gebt euch das bitte. Wie geil das aussieht. Ne, geil. Sound geht auch klar. Hoppala. Aber man kann jetzt nicht gegenseitig reinfahren. Huf. Seit wann? Huf. Auch nicht schlecht. Früher war es ja so, konntest du nicht gegenseitig reinfahren. Jetzt hätte ich mit Kurt angesprochen. Lol. Ja, ich habe den Namen Kurt reingemacht. Manche werden es Kurt aussprechen, manche Kurt. Das finde ich ganz lustig. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Na, geil. Äh, ist wirklich, wirklich geil. So, ich muss jetzt mal was durchlesen hier. Sorry, dass ich das jetzt erst vorlese, Leute. Äh, vor 26 Minuten nämlich von Asen HD hat ein Euro donate. Moin, moin. Was geht ab? Alles, was, äh, alles, was, äh, okay, das ist falsch. Ich sage, wenn da ist das Weihnacht. Liebe geht raus, Asen HD, danke, dass du da bist. Dicke Bertha, habt ihr auf Insta geschrieben, liebe Grüße aus Ulm. Dankeschön. Schau euch nach. Ich hoffe, du hast auch Dicke Bertha aus Ulm. Ein Ford. Und das für einer. Fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, Mark Rupel, danke für die Artisent. Line, line, danke fürs Wieshaben. Ja, Joshi hat ein Zwani raus. Servus, grüße dich. Was war denn gestern am Ende deines Teams los? Du warst einfach weg. Liebe Grüße aus der Nähe von Lundberg. Hä? Ich habe gestern ganz normal gestreamt. Ich bin gestern nicht weg vom Stream. Ich habe den ja ganz normal beendet, hä? Schreibe einfach, ich war einfach weg. Warte, ganz kurz. Mhm. Mhm. Nee, ich war gestern, äh, im Stream nicht weg. Ich war ganz normal. Habe ich den Stream beendet? Mhm. So, hab noch schon was eingestellt. Äh, danke an Patrick Gaming. Küso, bist der Beste. Er schreibt einfach Küso, Liebe geht raus. Äh, Verträumter. Moin, bin wir da, ähm, da YouTube mir keine Nachricht gesendet hat, wie viel Verspätung hattest du? Ganze, äh, fünf Minuten, glaube ich. Genau. Star Wars Stories, danke fürs VIP werden und, äh, ich glaube, gleich gibt es riesen Diskussionen. Heißt es der oder die oder das Nutella? Ja. Er sagt es richtig, genauso ist es. So, start mal durch. Andreas, bocht, danke fürs VIP werden gerade. Vielen Dank. Eskorder S, dankeschön. Ein Eskorder S, aber Breitbau. Ein Tempel, ja. Oha, das ist ja wirklich ein Tempel. Oha, kann man auch von hinten drauf fahren, ich hoffe. Oh, ich fahr schon wieder zu schlecht, es tut mir leid. Ah, wir haben da eh genug Platz, alles gut. Wir haben genug Platz, Jungs und Mädels, das geht sich alles aus. Äh, da muss man was trinken, ey. Meine Stimme. Fahne. Können wir hier eigentlich driften? Ich hab's noch gar nicht ausprobiert bis jetzt. Im Drift hier. Die Fans im Stadion toben! Wie kann man dieses Talent schlagen? Mal sehen, was uns noch erwartet. Also, wegen Nutella, ne? Ich sag eigentlich, ähm, gib mir, gib mir das Nutella, also gib mir das Nutella, das Nutella, äh, das Nutella, sag ich so gesehen, ja. Sehr viele sagen, genau wie bei der Cola. Gib mir das Cola, oder gib mir die Cola. Kann man auch beides sagen, irgendwie. Boah, schon wieder. Ist auch wie wir letztes Mal den Sound vom Zweitaktor aufgedeckt haben, wo dann einfach ein Viertaktmotor da war. Alter. Ich wusste, dass es hier so durchgeht, dann, ne? Ein bisschen früher abgebremst. Ja, komm, flex mit deiner Motocross, mit deiner Motocross daher. Könnten wir jetzt nicht auch wieder aufdecken. Ist nicht auch wieder Viertaktor, mit Zweitaktor Sound. Ja, bis jetzt nicht gedriftet, ich glaube, auf, 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 äh, unten ist das hier. Ich probier's mal. Ah ja, hier ist es. ich hab's probiert. Dankeschön, ich hab sehr viel Zeit verloren. Ja, einmal gedriftet und schon bin ich komplett im Arsch. Na, die haben wir zurückgespüren. So, jetzt aber, diesmal drifte ich nicht, genau. Sie haben ein Schild mitgenommen. Also, mich interessiert das gerade. wie komm ich da in den, äh, Screenshot-Modus. Wie das hier überhaupt, komm ich in den Screenshot-Modus. Leute, wer weiß, wie ich in den, äh, Screenshot-Modus komme? Weiß das wer? Würde gerne einen Screenshot machen. Hm. Ist dein Biker verschwunden? Ah, hier. Perfekt. Ich wollte mir gucken, ob das eine Zweitaktor ist. So was will ich unbedingt wissen. Ist das eine Zweitaktor oder Viertaktor? Oder haben die wieder... Aha! Schon wieder eine Viertaktor mit Zweitakt-Sound. Habe ich euch erwischt? Forza, ich habe euch erwischt. Ich wusste es. Es ist jedes Mal so. Ich verstehe es nicht. Mach doch einfach einen Viertakt-Sound rein. Guckt. So was triggert. Wir haben bessere Motorsounds gemacht. Guck. Das ist nämlich eine Viertaktor. Seht ihr hier am Auspuff. Da geht nämlich keine Beule runter. Und man sieht es auch, er ist ein Viertakt-Motor. Und das ist keine Zweitakt. Und man hört trotzdem von den Enduros einen Zweitakt-Sound. Also Forza, da müsst ihr nochmal nachbessern. Da müsst ihr nochmal nachbessern wie im vierten Teil. Da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Ganz schlimm so was. Ganz schlimm. Ganz grober Spielfehler. Ganz grober Spielfehler, Forza. So was dürft ihr nicht machen. Ach nee, komm. So schlimm war der Kontrollpunkt jetzt nicht. Komm, ich wollte nur ein bisschen cheaten. Sonst über Fighters singen und gut ist auch, ne? Cool. RIP Forza, ja. F in the chat. Da hauen wir die ganzen Plakate in die Fresse. Können wir auch so einen Motorradl-Fahrer überfahren oder geht es nicht? Ich glaube, das geht nämlich auch nicht. Aber lustig wäre das. Ja. Sieht so aus. Was ist das? Das ist der Sound auf der Spende. Ziel gerade und dieser Grün-Schnabel gibt nicht aus. Bitte was? Oh, okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon, der kommt vor mir ins Ziel. Die Idee jetzt beendet und wir sind in Nummer 1. Auf gut Glück abgeschlossen. So, dankeschön Andreas Boch und Bichy 07 fürs VIP werden dann Chaos Matti. Dankeschön für 1 Euro. Sandro Scheurer, danke auch für 1 Euro. Eine Liebe geht raus. Der Kai-Uwe ist auch dabei. Danke für 90 Cent. Dann haben wir hier noch Katze. Nochmal. Die Katze ist wieder da. Kannst du? Janik, grüß. Das war unglaublich. Ja, unglaublich war ich ja. Dann kannst du das Auto als Dankeschön behalten. Ja, wer hätte sich gedacht, das ist alles episch. Ich gebe mal guten Wert davon zurück. Das ist das Auto, was er am meisten verkauft und das keiner braucht. Special Nick ist auch dabei. Du bist der beste Streamer, den ich kenne. Kuss, kuss geht zurück. Dankeschön. Vielen Dank an Special Nick und add Danke fürs VIP werden. Das Ding hat 4-Takt-Sound. Das war die andere. Nee, die hatten beide 2-Takt. Ich habe extra drauf gehört, weil der, der vor mir gefahren ist, hatte einen 2-Takt-Sound, wie ich dem nachgefahren bin, wo der andere nicht davor war. Die hatten beide den selben Sound. Da habe ich schon drauf geachtet. Ja, ja. Der andere hatte nämlich dieselbe gehabt. Die ganz selbe wo die andere. Wo fährt man? Ist das Online-Spieler? Ein Fun so langsam. Boah, die driftet aber von selbst schon ein bisschen. Oh, geil. Und du hast gerade einen Fähigkeitspunkt erhalten. Oh. Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Vorteile freizuschalten. 10 Prozent erhöht. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Boni. Dankeschön. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. Mhm. Dankeschön, die Dame. Also, wie wäre es mit den Foo Fighters? Ich bin dabei. Kehre zum Festivalgelände zurück. Ich mache das mit Absicht, dass ich Punkte bekomme. Beste Ausrede, EU-West. Ne, aber ey, ich schwöre euch, die Map-Seed, ey, genau so stelle ich mir also jetzt nur noch schau, so stelle ich mir die Grafik vor in GTA 6 so circa, so in etwa. Jetzt, ich meine, die Autos, klar, die Autos sind in GTA nie so schön, so von der Optik her, weil ich muss sagen, in Forza ist ein Rennspiel, da sind die Autos richtig, richtig krass auf Details. Aber wenn ihr jetzt mal hinten so die Optik anseht, so von den Büschen und so allem her und von der Grafik an sich selber, ich glaube, dass GTA 6 so in die Richtung gehen wird. Also, was ich nämlich weiß, soll ja GTA 6 sehr realistisch von der Optik werden. Und auf das freue ich mich so ein bisschen. Das ist halt das Feeling einfach hier durchzufahren, heftig. Einmal nur heftig. Ich habe hier ein paar Anfragen für einen talentierten Fahrer. Willst du sie dir mal ansehen? Ja, bitte, zeigen sie mir. Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Wodschow chauffiert. Nach einem was? Wodschow? Was zum Teufel ist ein Wodschow? Hm. 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 Also entweder The Root Sandstorm oder Wodschow. Der Wodschow, aha. Hat man einen damaligen, das ist einer der ersten Käfer, nee, nicht ganz, das ist kein Brezel, keine Brezelscheibe hinten drin. Aber hat man einen VW-Käfer Wodschow genannt? Also, wir sind ja Mexiko, nennt man den dort Wodschow? Ja, sonst wäre ich wohl nicht sehr gut in meinem Job, oder? Sonst hole ich mir den Käfer ab. Da muss ich gerade Bock drauf. Weil ich liebe VW-Käfer. Wodschow. Hm. Ich kann mich nur daran erinnern, dass damals in Herbie das eine Kind war ein Mexikaner, das Auto Ocho genannt hat, aber nicht Wodschow. Also ich dachte, der hat immer Ocho gesagt. Oder hat der Wodschow gesagt. Wodschow. Ja, gut, trotzdem fahren wir da hin. Die anderen sagen, es ist ein Stimmes, langweilig. Danke an den Chat. Macht das mich viel einfacher. Dann holen wir uns den Käfer ab. In Mexiko wurden ja ganz viele Käfer gebaut. Und das war erst später. Das waren die Mexiko-Käfer mit den... Das waren so die letzten VW-Käfer, die es gegeben hat. Also einer der letzten mit den ganz runden Rückleuchten. Die wurden ja auch in Mexiko gebaut. Das hat man Mexiko-Käfer. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, in Mexiko hat man Wodschow gesagt, heißt Käfer. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Starten. Wie komme ich das durch? Ich starte doch. Oder muss ich was... Ach, ich muss was anderes drücken. So, was gibt's denn da? Der Wodschow, das erste Platz, okay. Oder ach, nee, nicht erste Platz. Das sind verschiedene... Ach, da gibt's verschiedene Sachen, okay, verstehe. Hm. Also ich mach das... Ich mach den Käfer, ja. Hey, Alekha. Wie kann ich helfen? Hüpfen den Buggy. Ich erzähl's dir unterwegs. Ah, jetzt war ich so ein Buggy. ging Ramiro die alten Sachen im Haus seiner Padres durch und fand dieses Foto... Hoppala. Er gab es mir, weil ich es sicher mögen würde, aber er hat wohl nicht bemerkt, was es waren. Was meinst du, sind die zwei wichtigsten Dinge in der mexikanischen Kultur? Das Ding hier. Familie und Essen? Familie und Kunst? Familie und Musik? Fast. Familie und der VW Käfer. Bocho ist der mexikanische Spitzname. Mein Bisabüelo Fernando war der erste Torres, der einen hatte. Und dank des Fotos weiß ich vermutlich wo er ist. Echt jetzt? Suchen wir ihn. Und wir fahren mit einem Käfer auf dem Mobil. Schön. Das waren die Strand-Buggys. Da gab es damals ein Umbau-Kit für VW Käfer, dass du den genauso inbauen kannst. In den USA natürlich sehr weit verbreitet, bei uns eher nicht so, weil er kriegt es nicht eingetragen. Ist halt eher so, hm. Ich glaube, das, äh, was so, die, die Dinge ist, ist, glaube ich, Fieberglas, ne? Das war so ein ganzes Fieberglas-Kit. Wenn Sie mich ganz, also hier die, die, äh, Schale drumrum, ist, glaube ich, Fieberglas. Ach komm, ich fahre doch ganz normal mit der, ach komm, das gibt's doch nicht, ey komm, das gibt's doch nicht. Ich hab ein Zeitlimit. Also, ich hab eh 10 Minuten Zeit, da gut, da hinschillen. Ich hab eh 10 Minuten Zeit und nicht mal mehr Stress. Eine Straße? Was für eine Straße, hä? Für was haben wir so ein Strandmobil? Für was haben wir Bäume, die wir fällen können? Ich meine, die Garage hat die ganze schön überlebt, von dem her. Und mit der Grafik grad los, guck dir das bitte an, richtig Matsch. Ich mach nur, oh wie süß, oh guck. Ohohoho. Habe ich da gerade ein Heller-Logo auf den Scheinwerfern gesehen? Aber sieh mal, so einen Käfer habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe gerade ein Heller-Logo gesehen. Glaube ich. Das Wetter wird ungemütlich. Mir gefallen die Straßen hier gar nicht. Du fährst den Truck. Das ist kein Käfer, den du fährst. Doch klar. Das ist doch ein Käfer-Umbau. Diese ganzen Strand-Buggys waren Käfer-Umbau. Das ist also der, die Stand, äh. Oh geil, ich fahre den LKW. Oh, wo kann ich denn da hupen? Wie kann ich hupen? Ah, hier. Oh, ich dachte geile, weiß nicht, ich dachte gerade so richtig geil, död, död. Aber es gibt kein Interior. Ja, geil, ich kann nicht, ich kann nicht rein in den Dings. Das würde ich voll geil von innen sehen. Da haben die ein bisschen geschummelt. Man kann nicht reingucken. Mit Absicht, weil die da nichts gebaut haben für. Nee, also die, äh, also die in den Buggy, die wir gefahren sind, das ist ein Käfer. Das ist die, das ist so die Basis von dem Käfer umgebaut auf Strand Buggy. Haben sehr viele Leute damals gemacht mit diesem Umbau-Kit. Also wer das nicht weiß, das wundert mich auch. Das war damals sehr verbreitet. Ich denke immer in GTY-City. Ah Frechheit. Es gab, aber es hat genau 1 zu 1 aus wie dieser Umbau. 1 zu 1. Ich glaube, eine Marke gab es, die das gemacht hat. Also wie die Strand Buggy zu bauen, aber mir kam das von der Optik vor wie ein Käfer. Wir müssen mal gucken, wie der Ingram heißt. Es gab glaube ich auch Firmen, die die umgebaut haben und die dann unter einer anderen Marke verkauft haben, aber es war im Endeffekt halt trotzdem nur ein Basis-Käfer mit einer anderen Karosse drauf. Hat man damals halt gemacht, ne? Ich hätte mir gedacht, du machst heute nur sowas. Du kaufst einen Golf, machst einen Strand Buggy draus. Heute unvorstellbar. Was habe ich dir gesagt? Vermisste Autos zu finden ist keine Magie. Nur harte Arbeit und Glückssache. Oder eine Drohnensache. Oh, na die harte Arbeit kommt erst noch. Wir quatschen später. Okay, dann quatschen wir halt später. Alle Punkte. Das, äh, ich darf drehen, oder? Ich darf jetzt am Radl drehen. Oder? Darf ich jetzt am Radl drehen? Weil wenn man drei Punkte kriegt, kriegt man ja Radl, ne? Oh ne. Wir haben einige neue Veranstaltungen gestartet. Also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Alles was du tust, bringt dir Auszeichnungen. Betrachte sie als kleine Herausforderung. Die Rennen, Stunts, Erkundungen, die einfach alles beinhalten. Verdienst du dir genug Auszeichnungen, können wir das nächste Kapitel der Abenteuer von Horizon beginnen? Also, womit möchtest du beginnen? Achtung, deine Verbindung wurde unterbrochen, versuch es bitte später erneut. Danke für nichts an dieser Stelle. Aber mein Stream läuft noch, also mein Internet ist es nicht. Also wenn es jetzt mein Internet ist, das würde ich ja merken, wenn der Stream jetzt offline. Dann haben wohl die Microsoft Gameserver ein Problem. Danke Microsoft an dieser Stelle, Liebe geht raus. Wo will ich denn hin? Ähm, ich bin jetzt hier. Hier gibt es ein Grip-Rennen, gibt es hier. Ich würde gerne mal durch einen Blitzer fahren. Ich würde mal schauen, ob das dieselben sind wie früher. Natürlich PR-Stunts. Hä, was? Achso, das war ein PR-Stunt, der wusste ich auch nicht. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich hoffe, es wird jetzt trotzdem gespeichert, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung. Anscheinend sind die Server down oder so. Beitritt der Sitzung nicht möglich. Warum nicht? Verbindungsqualität, Erfolg, F-Orte. Riedung gescheitert. Erneut versuchen. Sind gerade die Server down genau jetzt? Alter, gibt es doch gar nicht. Ich sage jetzt nicht genau, jetzt sind die Server down. Das wäre immer wieder so typisch. Weißt du, ich spiele heute das Game, es hat jetzt immer funktioniert. Aber es war heute insgesamt schon eine schwere Geburt, muss ich euch sagen. Ich habe nämlich wirklich eine Stunde probiert, den richtigen Microsoft-Account auszuwählen. Und ich habe immer gedrückt auf Konto wechseln, auf ein anderes Konto wechseln. Und als ich da drauf gedrückt habe, hat es immer wieder drin anscheinend. Als ich da drauf gedrückt habe, hat er mir gesagt, ja, wieder Account wechseln. Also, ich bin nicht in einen neuen Account reingekommen. Dann musste ich in Windows rein und da diese Einträge löschen, Alter. Dann ging es irgendwann. Aber ich habe eine Stunde gebraucht, bis ich das eingestellt hatte. Nur um meinen Account zu changen. Da war ich ganz schön mad. Da war ich wirklich ins mad. Und hier bin ich... Hoppala. Das war doch nur ein Blitzer. Aber wo ist der Blitzer aufgestellt? Ach, du bist ja von hinten. Das Game. Ah, ich wollte eigentlich nur den Blitzer angucken. Na gut. Ah, ich bin wieder in der Lobby. Das ist gut. Dann sieht das echt geil aus. Das Navi geht nicht. Das wäre doch cool, wenn das Navi gehen würde. Das Navi wird dann einfach so angezeigt auf dem Ding drauf. Aber es ist ja gleich zu viel Arbeit. Ah, hier ist der Blitzer doch. Da ist er doch. Ich würde ihn angucken. Das ist der RLO-Blitzer ist das nämlich. Was ist er denn? Da wollte ich hinfahren. Hier, guck... Ja, guck, da ist der RLO-Blitzer. Der... Ey, jetzt haben sie... Ey, guck mal. Jetzt haben sie exakt das Model genommen, was wir auf RLO haben. Nur mit ein bisschen Dirt drauf. Aber das ist das Model, was wir auf RLO haben. Merkt ihr das? Bei uns die Blitzer. Also am Hauptplatz stehen der Blitzer. Und wir haben exakt das Model auf RLO. Hoppala. Ja gut, nur auf RLO kann man nicht niederfahren. Aber da haben sie sich bedient. Gut, jetzt schauen wir mal, wo ich hinfahren will. Ah! Okay, es wurde ein neues Auto in Zug gefügt. Danke an dieser Stelle. Ähm, ich will irgendwo fahren. Ich würde gerne den Sandsturm machen. Wenn möglich. Wie riesig ist eigentlich die Map? Lass mal schauen. Also hier geht's weiter. Alter! Ja doch, das ist schon ganz schön groß. Das ist schon ganz schön groß. Was? Ja doch, doch. Ja doch, das geht. Alter, was du hier an Land hast, wo du rumgucken kannst. Bist du deppert. Ja, ich glaube, dann mache ich hier... Hier gibt es ein Event. Auf gut Glück haben wir ja gemacht. Da gibt es das Rennen. Ja, dann mache ich dann halt hier irgendwo was. Oder was ist das hier? Oh, ich fahre hier oben das Rennen. Für Anfänger. Ja, da bin ich dabei. Ähm. Neuer Inhalt erhalten. Okay. Ach stimmt, ich habe ja das, äh, dieses komische Pack da ab mir geholt. Ich noch einmal dann zum... Okay. Neuigkeiten. Okay. Geschenke. Da gehe ich mal drauf. Auto verschenken. Vom Forza-Team. Dir wurde ein 2020 Chevrolet... Eine Corvette... Stingray? Was? Wurde mir geschenkt? Habe ich die mit? VIP Superwheel Spins. Du hast zwei Superwheel Spins als Geschenk gehalten. Auch vom Forza-Team. Drei große Chancen? Das sind große Preise. Ich liebe es zu spinnen. Willst du's mal versuchen? Äh, danke für eine Hupe und ein bisschen Geld. So, nochmal. Jetzt kriege ich sicher wieder irgendeine Hose kriege ich jetzt. Wetten? Eine Hose? Ah, fast. Oha. Ich habe zwei Autos bekommen. Ja, moin. Audi RS7 und hier so ein... Dings hier. Ein DBS ist ein... Ach, wie heißt das nochmal? Warum fällt mir das nie ein, das James Bond Auto? Ich denke immer an GTA. An dieses Duba-Star. Hehehehe. Aston Martin, so. A.M. Aston Martin. SL19. DBS. Der ist gar nicht so ein schlechter Wagen an sich. Ja, nicht schlecht, Alter. Ich habe schon wieder was bekommen. Und Autopaket habe ich zwei bekommen anscheinend. Im Besitz, weil ich dieses Ding gekauft habe, denke ich mal. Ich habe ja diese Pro-Version geholt. Also diese für 100 Euro. Die habe ich gekauft. Die kann mir schon? Kann ich die... Ah nee, die muss ich erst freischalten. Aber die habe ich gekauft aus dem Pack raus, ja. Supra können wir uns direkt schon holen dann. Für, äh... Jetzt direkt theoretisch. Könnte ich mir holen. Was haben wir hier? Da habe ich durchgeguckt. Okay, so, äh... Mhm. Alle Autos dann sind... Gut, das sind meine Autopakete. Aber da bin ich sehr froh, dass die Supra drin ist. Und... Äh... Ein Lancer ist auch dabei. Und der Taycan Turbo S. Der wäre nicht schlecht für den Anfang. Wisst ihr warum? Weil der schnell as fuck ist. Den können wir uns holen. Aber 105... Ja, könnte ich mir jetzt noch holen. Was will ich mir holen? Ein Supra? Oder... Äh... Den Taycan Turbo S. Weil der zieht halt richtig weg, ne? Oder wir holen uns ein Offroad-Mobil. Ach, ich überlege noch. Ähm... Ich überlege noch. Autos... Mein Horizon. Habe ich noch irgendeine Nachricht bekommen? Neuigkeiten. Okay, da gibt es nur Neuigkeiten. Dann will ich die erst gelesen markieren. Ähm... Und Autos haben wir sonst. Automeisterung. Ach! Um diesen Vorteil freizuschalten, musst du erst einen der benachbarten Vorteile freischalten. Ja, ist schon gut jetzt. Gut, dann fahren wir weiter. Ein Taycan. Ja, sehr viele sind super. Aber, ja, Taycan ist halt cool. In 400 Metern links abbiegen. Der ist halt schnell. Ah, jetzt habe ich... Weißt du, jetzt schaue ich weg und kriege einen Wheelspin. Das ist... Ich war ganz kurz weg und ich bekomme einen Wheelspin. So ist der denn. Hier. Nochmal drehen. Das liebe ich am meisten im Spiel. Wheelspins. Du musst nur drehen. Oh, 70.000. Bin ich dabei. Wobei der 1er-Kopi... Wobei der hätte mich eh nicht interessiert. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Ich will hinten immer driften. Weil ich das umgestellt habe im Anderen. Gute denn neu berechnet. Haha. Guck mal. Ein paar NPCs, aber es laufen keine rum. Nur Hunde laufen rum. Ich würde da so gerne reinfahren. Und Spaß haben da drin. Kannst du dem Autogutschein ein kostenloses Auto im Shop aussuchen? Ach, echt jetzt? Ich habe... Aber ich habe... Habe ich irgendwo einen Autogutschein bekommen? Und im Shop kann ich mir eins aussuchen. Äh... Lass mich mal schnell schauen. Welcome Pack. Was ist denn das denn? Ah, warte. Da würde ich jetzt nicht drauf drücken. Upsi. Ich habe mich jetzt in Steam verliebt gerade. Danke dafür. Ähm... Premium Addon Bundle. Zum Marktplatz. Ich habe es ja eigentlich freigeschalten, ne? VIP Pass. Das habe ich aber nicht. Expansion 1. Expansion 2. Ich kenne mich da so... Ey, das ist so vollgepackt. Ich kenne mich da so wenig aus. Autopakete. Autopass. Hm. Ich schaue jetzt mal Autos. Weil du meinst, ich kann mir dann eins holen, ne? Fuhrpark. Neuer und gebrauchte Autos. Automeisterung. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Ach so, da muss ich... Möchten sie... Ja, ne. Oder? Soll ich da schnell... Ne. Ich habe 16 Autos besitzt. Habe ich die schon? Ne. Ach doch, die sind da schon drin. Die besitze ich schon. Ach so. Gut, dass ich das weiß. Ähm... Ja, moin. Der ist ja schon gekauft, der Wagen. Ja. Habe ich... Habe ich... Ja gut, das habe ich gesagt. Dann werden wir gleich im Straßenrennen den Wagen nehmen, den anderen. Und dann werde ich gleich mal rausholen hier den Taikan. Das wusste ich gar nicht, dass ich den direkt schon so drin habe an sich. Ja, moin, ey. Ich bin so blöd. Ja, hat mir keiner gesagt. Auf einmal war der drin da, ne? Ja, bitte lassen Sie das Auto liefern. Ja, voll geil. Nur kein Sound. Schauen wir mal. Oh, der fährt sich aber kacke in den Kurven. Ja. Ja, der fährt sich in den Kurven kacke. Oh ja. Ich glaube, den musst du in der Kurve quer kriegen irgendwie. Probier es mal. Ja, den musst du in die Kurve quer legen, sonst wird das nichts. Ja. Heck schallert gleich direkt raus. Okay, also er fährt sich schnell, aber ähm... Ich glaube vom... Nee, das ist nicht so meins. Das ist irgendwie nicht so meins. Ich dachte, der fährt besser. Watt, Ola. Hä? Hä, was? Aber ein Paniken hat deine Sammlung schon. Dagegen solltest du was machen. Zwei Wheelspins. Dankeschön. Neugewöhnlich. Was ist das? Ich krieg hier Belonung? Ey, ich weiß gar nicht mehr, wo ich alles hin muss. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich immer hin muss. Da gibt es so viele Sachen einfach. Äh, ich bin so heftig verwirrt. Ja gut, da habe ich halt die Wheelspins. Vielleicht hier noch ein Auto. Du kannst auch tunen. Ja, ja. Klar, aber... Oh, alten Cobra R von Ford. Wie schön. Gar nicht so schlechtes Auto. Ist okay. Ist okay. Kann man mit leben. Ich hätte halt gerne die Crowd, aber sonst... Äh, okay, das ist nicht so meins. Porsche insgesamt nicht. Mhm. Ähm. Ist halt schon heftig. Ich pack mal den aus. Ich will mal gucken, wie der fährt. Ja, bitte liefern sie den. Alter. Alter. Das ist jetzt der Apollo, ne? Ja, der fährt sich schon ganz anders in Kurven. Das kannst halt echt nicht vergleichen. Oh, ist ein Rechtsdenker. Mhm. Mit 300 durch den Glitzer. Krieg ich da jetzt einen Punkt? Ja. Super. Ja, also fahr ich mal die Kiste. Das gefällt mir. Oder ich mozzi supra auf. Das ist jemand überfordert. Ja, ich bin immer überfordert bei neuen Spielen. Die komplett überladen sind mit Inhalten. Wo du einfach nicht mal weißt, wo du hinschauen sollst. Das ist halt alles full. Du kriegst aus vier oder fünf verschiedenen Menüs irgendwie Spins raus. Wo ich mir auch so denke. Äh, okay. Solche Sachen sind das halt. Das verwirrt mich halt heftig. Ich mag's immer, wenn's dezent überschaubar ist. Aber ich schau noch mal nach, was ich noch für Autos habe. Ähm. Ich würde nur interessieren. Ja, der Audi, der ist jetzt neu. Alter, was das denn? X5M Forza Edition. Was das denn für krankes Ding. Ja, bitte ausliefern. Aber direkt nämlich jetzt auch mal testen. Also Leute, was soll ich mit einem Gutschein holen? Weil einer schreibt schon, reich soll mein Königseck holen. Boah, der fährt sich ja Hammer. Der fährt sich ja richtig Hammer. Der fährt sich ja richtig Hammer. Alter, ey, der fährt... Ohne Scheiß, der X5, der fährt sich richtig lecker. Ich hätte jetzt gedacht, das wird richtig schlimm mit dem X5, weil der ja schwer ist. Ist aber ja Umbau auf Breitbau und... Hast du nicht gesehen? Alter. Alter. Alter, der fährt sich gut, der Snow Choke an dieser Stelle. Ne, der ist richtig geil. Der ist richtig Hammer. Alter, ich glaube, den fahre ich heute. Der ist ja von Haus aus schon getunet, der Wagen. Ja, ist halt echt heftig. Und ihr habt gesagt, mit dem Ticket kann ich mir ein Auto aussuchen, was ich möchte, ne? Den Cesco soll ich mir holen. Königseck Cesco. Ich... Lass mal gucken, äh... Neue und gebrauchte Autos kaufe. Da muss ich zum Festival zurück. Das machen wir später, okay? Ganz viele sagen, dass wir mal mit Cesco kaufen. Cesco, Cesco, bitte. Königseck ist am besten. Cesco, Cesco. Okay, also wenn jeder sagt, ich vertraue euch da. Ich schaue dann gleich hin. Aber zuerst werde ich mal das Rennen hier fahren mit der Kiste. Wenn das möglich ist. Weil, Alter, der BMW, der ist echt gut. Der ist... Also vom Handling her gefällt der mir echt gut. Und vor allem von der... Von der Beschleunigung und allem her ist der echt nice. Ah, ich fahre das... Ich fahre mal das Rennen hier. Tun wir mal beitreten. Äh, Tim the Killer, dank für 3 Euro und, äh... Oh, zeige ich zurück. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Dankeschön für, äh... 3 Euro und 1 Cent. Bei Regen, ja geil. Den suche ich mir aus. Äh, feier dich und schaue dich schon seit 2 Jahren. Und hiermit wollte ich mich mal bedanken. Vielen Dank, Tim the Killer 16. Vielen Dank. Äh, Sens, mal ist auch dabei. Endlich, Forza 5 auf einen geilen Stream. Und könntest du bitte einen Dosh halt machen. Bist der Beste. Ja, ist jetzt grad schwer. Wir werden jetzt ein Rennen fahren gleich. Jetzt fängt das Rennen wie schon an, oder? Fängt es jetzt schon an? Äh, jetzt wird es schwer. Ah ne, fängt noch nicht an. Okay, gut. Dann können wir einen raushauen. Komm, wir hauen mal ein... Oder ne, wirst du was? Wir machen mal ein Like halt. Wir sind 4.000 Zuschauer. Wir probieren heute auf die 4.000 Likes. Wir hauen mal raus. Maybe. Maybe jetzt. Ach so, warte. Ich hab ja... Entschuldigung, hab ich ganz vergessen. Ich hab ja meine Audio-Sendings umgestellt. Jetzt geht der Like-Up nicht. Der suche ich mir wieder. Pass mal auf. Musik einfallen lassen. Feel so lonely. Everybody owns me. Like hype, like hype. Huuu. Spaß, 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 Spaß. Blitze, Blitze, Blitze. Ja. Hier ist der Like-Button, den man drücken muss. Like, like, like. Cringe, cringe, cringe. So, sind wir fertig. Gut. Ich hab nämlich vorhin meine Grafikkarte geupdatet vom Driver. Autotune will ich nicht. Nein. Schwierigkeitsgrad und einstellen. Ne, passt schon so. Ich bin, äh... Bin bereit. Bin ready for Miami. Jason, Tim, Herrmann, danke für 1,07 Euro. Vielen Dank für die Punkte. Oh, jetzt fahr ich mit so fetten Autos mit. Ja, geil. Ey, da fährt noch so ein M5. Wie soll ich jetzt gegen die gewinnen? Oh, du weißt schon, wurde verworrt. Oh, 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 oh. Ist das aber... Oh ja, das geht so schön aus irgendwie. Verpiss dich von meiner Strecke. Das meine, den hab ich gekauft. Das Privatrundstück. Es ist auch privat gebraucht. Oh, ein F40. Oh, wie schön. Den hätte ich mal in der Sammlung. Oh. Guck. Ja. Geht doch. Einfach fahren ein Stück. Ne, ihr wisst schon. So, ein bisschen bremsen und los geht's. Ach, das hat gerade gejuckt im Auge. Ach. Genau jetzt muss mein Auge anfangen zu jucken. Ist immer so. Ey, er fährt sich schmuckmäßig geil. Kann ich empfehlen, die Karre. Holt euch sie. Solange sie noch frisch ist. Ergibt euch das, wie schnell ihr wegkommt von den Leuten. Huch. Ich meine, ich fahr auch wie ein Stück. Ist halt. Ich fahr halt wie ein Hund. Ein Hund mit Pfoten, genauso fahr ich. Genauso stellt man sich das vor. Oh, ganz schön was du. Ja gut, da muss ich noch ein bisschen hin. Guck mal driften mit der Kiste. Ja doch, klappt aber. Ja doch, klappt aber. Ah, ne. Soll ich besser, wir fahren langsam durch. Verliert man noch zu viel Zeit. Ich bin jetzt. Probier es mal hier. Ja, also probier es mal. Irgendwann kann Musik angehabt. Die Musik ist kacke, die kann man gleich auslassen eigentlich. Das sind Motoren-Sound sowieso ein bisschen besser. Der Profi-Rennfahrer, das ist jetzt wegen dir passiert, ja, ich habe auf den Chat geguckt und da war eine Kurve, aber wir gewinnen das eh easy, man guckt mal, wie weit hinten die sind, da könnte ich eigentlich hier den schlechtersten Drift, okay, das ist jetzt peinlich, wir können jetzt zuschauen, wir können einen schönen, lächerlichen Drift machen, aber da hinten probiere ich den mal, hier auch nochmal, ja, genau, der lächerliche Drift, hier muss das Heck schon antatschen, und den ersten Platz haben wir auch gleich gesichert, mit der wohl schlechtersten Zeit, die ich jemals gefahren bin, ja, so undurcht wollte ich, genau so, und dann einmal anpupsen, genau, fertig, geht doch, klappt doch, aber der X5 ist geil, das ist den, den wir auf dem Server haben, mhm, und jetzt kriegen wir wieder einen Reelspin, ich freue mich, Special Link haben wir vorgelesen, ne, ja, Special Link, nochmal Queslin raus, äh, da nie offen und add, danke auf SPP werden, geil, schön, 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 welche Version hast du, die für 99,99 Euro waren das, glaube ich, 6.000 EP kriege ich einen Spin, schau, Verbindung wird wieder unterbrochen, also ich glaube, heute hat es das mit den Zerunoders, halt wie der eine Luke gesagt hat, ein Bug, kann auch sein, aber ich schaue jetzt mal wegen den Autos, ähm, neu oder gebraucht, ja, ich will jetzt gucken, ob ich mir wirklich ein Auto kaufen kann und das, äh, komplett gratis, wie mir gesagt worden ist, äh, Auktionshaus, Verizon Shop nicht verfügbar, Automesse, Neuwaren kaufen darf ich rein, ich habe gesagt, ich kann jetzt mit meinem, äh, Ticket kann ich mein Auto komplett kostenlos kaufen, also, ich hier reingehe und mir den angucke, könnte ich mir jetzt, äh, theoretisch kostenlos holen, oder wie ist das, Autogutschein, ah, okay, so geht das, verstehe, danke schön, da weiß ich Bescheid, also, man kriegt wirklich mit dem Autogutschein jedes Auto, das ist heftig, Leute, also, okay, das ist nur ein Bug, danke, danke an den Chat, ne, dass ihr mir da hilft, weil ich habe schon Angst, dass irgendwie bei mir vielleicht das Internet immer abschmiert, also, ähm, Königsegg Cesko, haben die Leute gesagt, das ist das beste Auto, was es gibt, dann gehen wir mal zu K, wie Königsegg, C, D, E, F, G, H, J, da, ach, ich habe den Übersprung, den hier, ne, den, äh, Cesko 2020, das soll wirklich das beste Auto sein, also, verarsch mich nicht, ne, den soll ich mir holen, so, legendär, ähm, hm, Agera S ist aber ein bisschen, ne, also, von der Leistung stärker, aber vom Handling wird der, der besser sein, ne, fährt 400, ja, ich meine auch, das Handling ist immer anders, also, ich schaue, ich, wissen Sie, was, ich schaue mir mal an, ich schaue, dass man keine Probefahrten machen kann, Okay, ich gucke mir den mal an, oh, ein Enemy-Mobil, ein Anime-Mobil, ganz viele Anime-Mobile, und ein KFC-Mobil gibt es auch, ich schaue mir den einfach an, Oder den alten Shelby, der ist 20 Mio wert, äh, Wißt du, was eigentlich theoretisch geil wäre, ein Auto holen, und, Kamera wechseln, das würde mal geil sein, ein Auto holen, ähm, was teuer ist, und das verkaufen, dann könnten wir uns vielleicht mehrere davon holen, wisst du, was ich meine? Was ist eigentlich die gescheiteste Idee, mit diesem Ticket Geld zu machen, ist jetzt die Frage, weil wenn wir uns jetzt wirklich ein Auto holen, was sauviel wert ist, und das dann versteigern, für einen bestimmten Preis, dann können wir uns zum Beispiel, weil der kostet jetzt 2,8 Mille, und stellt euch vor, ich habe jetzt ein Auto, das kostet vielleicht 20 Mille, und ich versteigere das dann, dann kriegt er dafür 20 Mille, dann kann ich mir ein paar von denen kaufen, wisst ihr, was ich meine? Ob es vielleicht besser wäre, wenn wir das so angehen, bevor wir jetzt direkt das Ticket ausgeben. Ich weiß nicht, ob ich das heute schon einlösen soll, das Ticket. Wie kriegt man das Ticket? Ich glaube, durch diese Version, wo du halt die 100 Euro ausgibst, dann kannst du mit einem Ticket jedes Auto kaufen, was du willst. Geht nicht, okay, das geht nicht. Okay, verstehe. Also kann man, ähm, gibt es hier keine Verkaufsdings mehr? Kann man nicht verkaufen. Ach, du meinst, das, was man über einen Gutschein kauft, kann man dann nicht mehr verkaufen, oder wie? So ist das. Aber okay, wenn mir der Chat sagt, das geht nicht, dann weiß ich Bescheid. Weil das wäre jetzt irgendwie geil gewesen, weißt du, du kaufst ein Auto, kriegst dann 20 Mille dafür. Und, äh, äh, ja, gut, dann danke für die Aufklärung, dann geht das anscheinend nicht. Das ist gut zu wissen. Okay, die Autotickets, Autos sind nichts wert. Ah, da haben sie, da haben sie extra dran gedacht. Ja gut, da haben sie mitgedacht. Weißt du, weil, äh, der Pol in mir denkt sich so, ja, warum nicht, ne? Äh, dann kriegen wir nämlich ein bisschen mehr. Okay, dann sind die nichts wert, die Tickets, wenn man eins kauft, verstehe. Gut, ähm, ich überlege nur, also ich soll mir den wirklich holen, den, den, ist das wirklich, also jetzt, No-Truck, ist das wirklich das beste Auto, das es gibt, den, den Wagen? Weil ich habe Angst, dass ich jetzt kaufe und komplett über den Tisch gezogen werde, die von euch. Ich habe da irgendwie gerade Angst, nicht, dass ich jetzt über den Tisch gezogen werde. Du kannst die Tesco auch freispielen, achso. Ja gut, dann ist es aber vielleicht besser, wenn wir den freispielen, oder? Weil ich würde mir eher so ein Auto kaufen, was man, wo man, äh, nicht so leicht rankommt. Okay, den kaufe wir den nicht, danke den Chatty, schreibe mir den, bekomme ich später kostenlos. Ja, dann, äh, lassen wir das lieber mal. Dann werde ich das Ticket vielleicht, äh, wisst ihr was, ich werde mal schauen, für was ich mir das Ticket aufhebe. Wenn ich den eh später bekomme, den wagen, dann machen wir das später. Weil, ähm, ja, ist uns blöd, ne? Vielleicht würde ich das Ticket, wenn dann, für was ausgeben, was wir vielleicht nicht so schnell bekommen. Weil dann würde ich den freispielen einfach, weil, ich meine, das wird ja nicht so lange dauern. Ja, da werde ich noch ein bisschen abwarten. Äh, ich spiele, ich spiele jetzt einfach ein bisschen mit meinem BMW. Oder, wie, weißt du was, wir tunen mal die Supra, da habe ich mal Bock drauf. Ich nehme mal aus dem Fuhrpark die Supra raus, und, äh, Aha. Ähm, ach, hier, okay. Äh, jetzt bin ich hier drin, und jetzt muss ich zu... Das ist jetzt mein Fuhrpark. Und jetzt, wenn ich zu Toyota gehe... Ich bin so verwirrt. Fuhrpark. Das sind Fuhrpark-Karten, oder was? Ich bin so verwirrt. Eigentlich möchte ich jetzt mal die Supra mal tunen. Auf das habe ich Bock. Ähm, Auto ansehen. Na, komm, ich gehe mal rein. Ja. I've Actick, danke für 1 Euro. Und, äh, Special Link, danke nochmal dafür. Auch für, äh, 99 Cent nochmal. Nee, also, ich weiß grad nicht, wie ich die tunen kann. Ich muss, glaube ich, in die... Ich glaube, ich muss erst ja irgendwo ins, äh, Fuhrpark, und dann... Ah, hier, Upgrade und tunen, und so war das. Ja, ich würde den Wagen verbessern. Komm, ich zeig dir alles. Äh, individuelles Upgrade. Automation, ich mach ein individuelles Upgrade. Aber, ich hätte gerne... Ermöglichen dir, wenn du beispielsweise gezielt die Bodenhaftung beeinflusst möchtest, probier neue Reifen aus. Okay, danke. Ich würde halt gerne ein anderes Auto verwenden, weißt du? Das wäre vielleicht ganz geil, wenn ich da... Jetzt muss ich wieder auf meine... Das ist halt echt. Warum kann man das nicht einfach einfach machen? Ich muss erst einsteigen. Und dann, äh, jetzt kann ich das machen. Ja, das... Danke. Äh, wirklich danke. So, und jetzt auf Upgrade und Tuning. Oder wir schauen uns, ähm... Tuning-Einstellungen finden, ist auch nicht sicher schlecht. Aber ich würde mal gerne individuelles Upgrade machen. Doch. Okay. Dann schaue ich mal durch, was es gibt. Teile für deinen Motor? Hier. Alter, gibt's ja Teile ohne Ende. Puch. Gibt euch das mal. Das ist jetzt nochmal die eine Option. Hier passt du dein Handling an. Alter. Hier kann man einen Antrieb auswählen. Ja gut, war im letzten Teil ja auch nicht anders. Hier hast du alles, um deine Aerodynamik zu ändern. Okay, da können wir... Ach, die Scheinwerfer sind auch rund bei der... Okay. Ja, doch. Das ist... Ja gut, das lassen wir aber lieber so. Boah, Alter, was man da alles machen kann, ne? Unglaublich. Wobei, ich glaube, ich lasse die Standard, äh... Ding hier dran. So Standard. Genau, das sind nämlich die Standard-Rückleuchten. Guck mal. Und hier gibt's eben diese... Diese Version. Das sieht halt... Gebt euch das. Das sieht so brav aus, ne? Und schau mal, was das ausmacht. Das sieht so badass aus, dann das Heck. Das ist halt echt... Ja, das lassen wir auf jeden Fall dran. Also Optik will ich da eigentlich gar nichts dran verändern. Ich finde, das optisch ist das das perfekte Paket, was gerade drauf ist. Da würde ich nichts dran machen. Wenn du deinen kompletten Motor auswechseln willst, geht das hier. Wir bauen mal alles ein, was es gibt. Äh... Ach, da ist schon einer montiert. Ein Upgrade. Inwiefern soll das das Handling beeinflussen, ist immer die Frage. Die Zündung. Okay. Ach, Sportauspuff ist schon verbaut. Ja, moin. Ich dachte, das wird noch lauter, das Ding. Das wird ein bisschen kostenlos, aber ist egal. Wir machen es einfach. Schallern rein, was es geht. Okay, Ansprechverhalten ist da dann ein bisschen schlechter, aber... Kurve, ne? Hm. Ja, komm, scheiß drauf. Scheiß auf die Kurve. Tü, 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 tü. Es sind die kleinen Dinge, die es machen, ne? So, damit bin ich eigentlich relativ zufrieden gerade. Dann Bremsen. Wir müssen auf jeden Fall gute Bremsen dran. Und dann noch eine Tieferlegung. Wobei, wir haben schon eine montiert. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, die lassen wir erst mal so. Die lassen wir erst mal so, ja. So, das passt an sich auch. Überrollkäfig würde ich jetzt nicht anbauen, aber die Verstrebungen... Wobei, die geben wieder Gewicht dazu. Dafür haben wir halt ein besseres Handling. Was? Hä, warum? Äh... Fahrwerksverstärkung gibt kein besseres Handling, nämlich Beschleunigung. Bitte was? Also, da muss ich mal wer aufklären. Plus 18 Kilo. Handling bleibt gleich, aber Beschleunigung auf 5,5 Prozent statt 5,4. Okay. Das verstehe ich gerade irgendwie nicht, aber okay. Ich dachte einfach, dass das Fahrzeug stabiler ist in der Kurve. Aber gut. Man lernt nie aus anscheinend. Oder das Spiel hat irgendein Problem. Ich weiß es nicht. So, dann tun wir mal auslernen. Da sparen wir uns dann Gewicht, schätze ich mal. Da wird Handling auch verbessert. Ja, ballern wir alles raus. Gut. Ach stimmt, da gibt es ja die Antriebsarten noch. Renngetriebe 10 Gang. Einfach das normale Renngetriebe reinmachen, oder? Wir brauchen einen 10 Gang Renngetriebe. Also, das wüsste ich jetzt nicht, wozu. Das haben wir jetzt da ausgewählt. Ja, Rennkupplung. Passt schon. Drift Differenzial, Renn Differenzial oder Sport. Nehmen wir das Rennen. Das passt schon so. Äh, und Felgen. Na, Felgen. Die Reifen werden schon passen. Andere Felgen werden sie spielen. Kann ich jetzt nur Toyota Felgen auswählen? Gibt es keine anderen? Felgen auswählen? Gibt es für die... Gibt es keine anderen Felgen? Oder bin ich komplett bescheuert? Weil ich kann mich noch daran erinnern, es gab ja richtig viel Felgenauswahl in Forza Horizon 4. Oder bin ich gerade echt blöd im Schädel? Spezial Felgenausführung. Ja, aber gibt es jetzt nur... Das sind die einzigen. Also, äh, okay. Oder ich bin gerade im falschen Heller drin. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, Semislicks. Ja, das sind halt dann schlechte. Semislicks. Finreifen? Ne, ist auch nicht so. Winter. Es gibt Winterreifen. Okay. Die nehme ich einfach. Die können wir ein bisschen breiter machen. Dann haben wir ein bisschen besser... Jo, äh... Hm. Ja, machen wir einfach. Machen wir einfach breit die Sachen. Breite Schlappen. Je breiter, desto besser. Ja, doch. Verbessert alles. Das machen wir. Jetzt sind wir eigentlich fast perfekt. Mich triggert es nur gerade, dass wir... Äh, drücke auf, äh, die Felgen. Ach so. Ah, warte mal. Wenn ich auf die Felge drücke, dann... Ah, okay, jetzt macht es Sinn. Ach, das ist ja nur die Auswahl an, äh, Preview. Ja, gut. Äh, ja, ich, äh... Ich habe nichts gesagt. Äh, was war jetzt? Ähm. Freeze des Jahrhunderts. Hallo? Ja, Game ist einfach abgeschmiert. Danke. Das Game ist gerade einfach abgeschmiert. Das Game ist gerade gefreased, Leute. Geil. Geil. Es ist wunderschön. Ich hoffe, es hat gespeichert. Ich hoffe, es hat gespeichert. Wenn nicht, dann spielen wir jetzt alles nochmal von vorne. Aber ich glaube, das Game hat noch so seine eigenen Bugs, habe ich das Gefühl, ne? Also, ähm, ganz bug-free ist das nicht. Weil das liegt sicher nicht an meinem PC, wenn ich, äh, seit 50 Jahren GTA spielen kann ohne Problems. Und dann freest mir da das Game einfach ein. Mhm. Effende Chat dafür. Alles gut. Ja, moin. Einfach mal weg. Einfach mal abgecrasht. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich hoffe einfach, dass das Game jetzt nicht, äh, ne? Ist schon. Weg wäre. Das Auto kann ich jetzt nochmal neu tunen. Das kann ich nochmal neu tunen. Ich glaube, das waren zu viele Felgen. Da waren zu viele Felgen drin. Ne, oder ich habe einen Bug gefunden. Was weiß ich schon. So, Spiel starten. Ich hoffe einfach, der hat sich das gemerkt fortsetzt. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich da wieder zurückgeschleudert werde. So. Schauen wir mal, ob das jetzt funzt oder nicht. Ne, sind noch genügend. Ja, natürlich. Also ich merke selber, es sind noch genügend Bugs vorhanden. Alleine, dass ich da die ganze Zeit fast immer rausfliege. Weil das halt immer anzeigt, ne? Aber die Autos, äh, also das hat mir gespeichert. Gott sei Dank. Also ist alles noch da. Ich muss halt mein Auto wieder neu tunen. Das ist halt das Problem gerade. Und schau mal, oben steht wieder die Verbindung wieder, ne? Also es ist schon, äh, Art Buggy. Aber ich bin, Gott sei Dank, also gespeichert hat er alles. Das ist gut. Gott sei Dank. Automeisterung? Ne. Die Tuningmeisterung war das jetzt. Ich würde gerne mein Auto, ähm. Ach, wo war das jetzt nochmal? Ich will doch einfach nur mein Auto tunen. Mehr will ich gar nicht. Ich will doch gar nicht mehr, Bruder. Ich will doch gar nicht mehr, als mein Auto zu tunen. Muss ich wieder mal in meinen Fuhrpark, schätze ich mal rein? Ne, muss ich nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin muss. Ich geh mal dorthin. Ja, moin. Ne? Es ist okay. Es kommt nicht okay. Ich hab zwar jetzt nicht gerade mein komplettes Auto getunt, aber... Ja, es freut mich. Individuelles Tuning. Ne, ich, wisst ihr was? Ich, äh, ne, komm. Ich habe individuelles Tuning. Kein Bock. Oder ich schau mal im Auto... Tuning-Einstimmung finden. Wir führen Aufzeichnungen über jeden Mechaniker, der in den Fuhrpark kommt. Du kannst also auch das Motortuning von anderen ausprobieren. Mhm. Ich meine, hätte ich kein Problem mit, ne? Weil ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal alles zu konfigurieren. Ähm... Es hat ein gutes Spiel Sterne bekommen. Das hier, Popularität sehr hoch. Das sieht mir auch sehr gut aus, weil... Die haben alle circa dasselbe. 3, von 0 auf 100 in, äh... 3,465. Das ist schon nicht schlecht. 4, 2, 3. Das ist aber auch nicht schlecht. Ich nehme jetzt einfach mal das beliebteste Tuning hier. Max Monster Grip. Ja, sowas hätte ich gern. Drift, Sam Beast. Aber es... Was jetzt? Monster oder Drift? Aufhängung, Rennen und Drift. All Redrive, Antrieb. Wo macht der auf Aufhängung Drift? Das verstehe ich noch nicht. Wenn das hier das Monster Grip sein soll. Guck mal. Monster Grip und hat Aufhängung Drift drauf. Street, All-Wheel-Drive. Nee. Best Grip. Sowas hätte ich gern gesehen, genau. Rennen und... Ja, sonst nehme ich mal einfach das hier. Da muss ich nicht alles zusammen kaufen. Ja, machen wir das mal. Willst du weitermachen oder sollen wir das einbauen? Oh, ist denn da ein Schnäppchen? Ja. Wo ist das Schnäppchen? Bin ich dabei? Skyline, danke für deine Anzeige. 99, liebe Grüße aus Wien. Dankeschön zurück. Liebe geht zurück an dieser Stelle. So. Okay. Ich schau mal, wie er sich fährt. Oh, jetzt kann ich das ja nicht auswählen. Ach, egal. Ach nee, jetzt sieht das scheiße aus. Ja, klar sieht das kacke aus. Aber er fährt sich geil. Aber, ähm, das Bodykit geht gar nicht, Bruder. Das geht einfach gar nicht. Also ich probiere mal hier mit dem Glitzer. Alter. Alter, die Beschleunigung. Alter. Also schlecht ist er nicht. Das würde ich sagen. Also, aber... Ich mach jetzt die drei Sterne full. Acht Kammer mehr, um die drei Sterne zu erreichen. Ich mach jetzt voll, Leute. Aber ich find das Bodykit geht gar nicht auf dem Wagen. Machen wir doch nochmal einzelnes Tuning. Wenn ich da ein bisschen Anlauf nehme, dann haben wir hier die drei direkt drin. Alter. 49 und alle drei Sterne. Yes, so did it. Blitzer alle drei Sterne. So muss das. Gut, also das haben wir schon mal geschafft. Ähm. Dann werd ich das Ding nochmal schöner machen, glaub ich. Schicke Frittentheke, danke. Also, soll ich das Ding nicht bestellen. Wo ist die Mayo? Nee, ohne Witz, also das find ich... Das hat eigentlich die Rückleuchte. Ist die kaputt? Die rechte, guck mal. Wird er so ein bisschen zerkratzt. So ein bisschen angekratzt. Ja, ich werd er nochmal ein bisschen schöner machen. Lumpi HD, danke für eine Rune. Steven W, danke für das VP. Wer ein anderes, dann der Kalkkurt bist der Beste. Danke für deine lustigen, aufmunternden Streams. Liebe Grüße aus Liebstadt wieder. Jawohl, dann Grüße zurück. Upgrades und Tuning. So, jetzt mach mal individuelles Upgrade. Ja, geht ja nicht anders. Ich, äh, weißt du, was ich noch nicht ganz so verstehen möchte? Wenn du deinen kompletten Motor auswechseln willst, dann geht das hier. Äh, das ist die, ähm... Ach, schau mal, der hat gar nicht den Upgrade-Turbo-Lader reingeballert. Gibt es da einen Grund dafür, warum er da nicht reingeballert hat? Den Twin-Turbo? Gibt es dafür irgendeinen Grund? Weil ich hau den sonst rein, also ich würde den gerne reintun. Twin-Turbo. Na, schau mal rein. Scheiß drauf. Ach, der hat das Body-Kit dran geschmaßt. Ja, sicher. Okay, deshalb kann ich dran sowieso nichts mehr ändern, weil dann, äh, ja, äh, das Body-Kit finde ich irgendwie scheiße. Keine Ahnung. Wobei an sich das Body-Kit gar nicht so schlimm, eher die, ähm, hier, die Rückleuchten. Und der Spoiler ging nicht. Also das Body-Kit geht klar, finde ich. Das ist okay. Ja, ich baue das Body-Kit nochmal an, aber ich gehe, ähm... Teile für deinen Motor? Teile für deinen Motor? Hier. Willst du vielleicht noch Metall in deinen Motor einbauen? Dann hier. Ich baue jetzt nochmal alles um. Dann richte ich mir den so her, wie ich den für richtig finde. So, dala. Ich hoffe, dieses Mal crasht er mich nicht ab, wenn ich die Reifen wechsle. Dieses Mal mache ich so, bevor ich die Reifen wechsle, ähm... Hier passt du dein Handling an. Hier passt du dein Handling an. Also bevor ich die Reifen wechseln gehe, werde ich einfach das Auto einmal saven, damit das nicht wieder wegcrasht. Auf das habe ich echt keine Lust. Hier kann man einen Antrieb auswählen. Ach, der hier, äh... Ah, so passt die Renndifferenzial, ja. Das passt schon. Gut. Reifen scheuen noch mal. Ja, dann haue ich die Slicks drauf. Wenn er die drauf hatte, passt das schon. Die breitersten Reifen draufballern ist auch okay. Und dann jetzt nicht die Felgen machen. Ganz wichtig. Hier hast du alles, um deine Aerodynamik zu ändern. So, und da hauen wir den... Also der Spoiler, der geht gar nicht fit. Ich finde, dann sollten wir schon den... Wobei, der macht sogar was aus. Guck mal. Da haben wir mehr Leistung insgesamt gesehen. Äh, hä, warte, wird es schlimmer. Jetzt bin ich einfach verwirrt. Okay, ich haue den trotzdem drauf. Passt schon. So, und jetzt noch mal die Optik anpassen. Und dann bin ich... Ein Stück installieren. Installieren, yes please. Und jetzt machen wir noch mal die Scheinwerfer und so anders. Und die Rückleuchten. Dann bin ich zufrieden mit der Kiste. Äh, individuelles Upgrade, Grosserie und Voreinstellungen. Nee. Sag jetzt nicht, ich kann mit dem Bodykit... Ach, ich kann jetzt mit dem Bodykit nichts ändern. Ah, okay. Ja gut, dann kommt das Bodykit aber wirklich runter. Dann kommt das Bodykit aber wirklich runter. Ja, moin. Okay. Verstehe. Ich verstehe. Dann kommt das Bodykit runter. Und erst dann kann ich... Nee. War irgendwas falsch. Anbau-Teile. Ja, deshalb. Das Bodykit macht's kaputt. Guck mal, wenn ich das Bodykit wieder dran zwiebel. Hier. Und ich möchte jetzt hier das... Hier. Ja, kann ich nur einen Spoiler machen. Dann kommt das Bodykit halt wirklich runter. Ist okay. Immer zwar ein bisschen Leistungsverlust, aber ich finde... Die Rückleuchten, die müssen. Die müssen einfach so. Es geht nicht anders. Ich finde das viel schöner. Tja, da muss wohl das Bodykit runter. Tut mir leid, Herr Bodykit. Aber so geht's nicht. Jetzt bin ich zufrieden. Und jetzt speichern wir das. Und jetzt aufpassen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir... Dieses Mal nicht abcraschen. Ja. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Also, ich muss sogar gucken, ob die Einstellungen noch die richtigen sind. Also, äh... Wegen Turbo Lag. Ja, aber... Wegen Twin-Tour, was du dann so einen fetten Turbo Lag-Trimo denn eingebaut hast. Glaubst du wirklich, dass das das Problem ist? Soll ich den wieder ausbauen? Ist das gescheit, den auszubauen? Lass mal mal gucken. Ich meine, die Kurve ist halt... Ja. Hm. Da ist halt eine gerade... Gerade Kurve. Und da ist am Anfang halt nix. Das stimmt schon. Aber, hm. Macht halt schon viel aus, du. Es macht trotzdem sauviel aus. Das verändert halt schon das Handling. Ja, das größte Problem ist, glaube ich, auch, dass da die Hinterräder ziemlich durchdrehen werden. Man guckt dir das an. Ja, das ist... Das ist so viel Drehmoment. Das Handling wird beeinträchtigt. Dann haben wir auch nie so viel Grip. Das stimmt schon. Hm. Das ist der Grip halt weg. Ich werde mal Probe fahren. Ich werde es mal testen. Wenn es nicht so viel ist, baue ich halt wieder um. So, wichtig ist jetzt nur... Den haben wir jetzt ausgewählt und jetzt die Felgen machen. Genau. So sehr schöne Felgen draufbekommen. Und dieses Mal hoffe ich, crasht es mir nicht weg. Wenn doch, dann werde ich heute keine Felgen mehr dranbauen. Weil genau hier bin ich dann abgecrasht mit dem Game. Da sehe ich schon wieder was. Ich habe kurz gesehen, diesen kurzen Leck da beim Verschieben. Da hat es mich nämlich vorhin rausgeschmissen. Das hat schon Steal die Felgen. Da haben schon was. Hmm. Den besitzt hier immer jetzt drauf, ja. ich fand die vorhin eigentlich ganz geil die wir gerade vorhin angeguckt haben die waren ganz cool oder die hier die anderen die waren echt nice die äh ne das geht nicht so not für welche also die die ich jetzt vorhin gesehen habe die waren ganz cool haben mir gefallen so hier drin das ist so eher den Stil den ich bei einer super bevorzugung schau mal die hier die finde ich schon cool die würde ich dran bauen ah die kaufe ich dir nämlich da bin ich mit zufrieden so und jetzt nochmal genau etwas nach außen das habe ich nämlich vorhin vergessen so jetzt bin ich zufrieden jetzt sieht das Ding geil aus und das ist noch eine Umlackierung und dann sind wir fertig ja kaufen für 3-2 und jetzt machen wir ja da kann es Voreinstellungen muss das sein oder oh mein Gott es gibt solche es gibt Voreinstellungen mittlerweile oh das ist wirklich okay das wusste ich auch nicht dass es schon Voreinstellungen gibt oh der Wagen ist so etwas hoch sehe ich gerade was ist denn los bei mir was ist denn los mit dem Wagen der muss ein bisschen tiefer ja hier muss das sein ne wobei passt schon passt schon ist okay gut dann muss ich nur gucken individuelles Tuning Automeisterung ne wo kann ich das jetzt machen meine Tuning Einstellung ne unter Design dann ne hier Design und Lackierung wenn du eine Lackierung für dein Auto willst bist du hier richtig okay Auto Lackieren bitte weil der Standard Lacks sah schon geil aus aber schwarz schwarze Supra geht die Form ein bisschen unter aber schau mal Alter Alter ja die brauchen wir die Lackierung die hauen wir drauf ich wüsste jetzt nicht wie ich die lackieren soll ich finde die ich finde den Lack übelst geil irgendwie die Standard Lack ich feiere den irgendwie keine Ahnung warum mein Weiß ist so ich mag eigentlich keine Silber in den Autos aber das Silber das finde ich schon passend na komm ich lasse die Silber ich weiß nicht warum aber ich feiere es auf der Karre so schwarze Fenster die könnten eigentlich auch so bleiben die Felgen bleiben auch so ich finde es eigentlich perfekt so wie es jetzt ist jo nicht zufrieden jetzt bräuchten wir nur noch ein ähm Kennzeichen wieder oder wir schauen ob wir das 1.07 Design gemacht hat und das dann das Auto klatschen können schauen wir mal Lackierung meine Designs habe ich aber nicht ne ne ich habe ja von Forsa 4 noch ein paar Designs aber ich will nicht lackieren ich möchte ähm da muss so ein Aufkleber ja so oder ist aber auch ein bisschen anders jetzt gut 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 ich schaue noch ob es irgendeinen Aufkleber gibt wo hast du einen Sekt dran musste anbringen äh das ist die Frage ne wo kriege ich das jetzt her oh von hier okay und jetzt kann ich hier in die Suche eingeben äh Suche maximale Schichten das müssen wir bis ganz rüber so Suchwort Suchwort 2 Ersteller Beschreibung 1.07 1.07 Schauen wir mal ob das was ob da schon was gemacht hat ooooh ok 1.07 gibt es so nicht vielleicht habe ich aber falsch gesucht ähm war das weg ähm Suchwort ah ne das ist es nicht Ersteller Beschreibung ne da war es schon richtig äh 1.07 gibt es noch nicht es gibt noch nichts wie man 1.07 gemacht hat boah nichts bin ich gerade einfach zu blöd zum Suchen ja passt schon ah ist ja geil gewesen schon mal Kennzeichen ob der mit da jetzt kein Return gibt ah gibt es doch ja guck Kennzeichen ich müsste mein äh ja gut ich müsste mein 1.07 Kennzeichen wieder nach nachbauen was war denn in der Zwischenzeit ich könnte jetzt irgendein Kennzeichen dran klatschen schau Wiener Kennzeichen ich mache irgendein deutsches Kennzeichen dran ist auch okay hauptsache irgendein Kennzeichen ich lasse das was jetzt dran ist ah da gibt es ein Wiener Kennzeichen aber sieht sicher kacke aus okay wir müssen mir noch angucken wie es aussieht ähm ich halte mit Wiener Kennzeichen drum ist mir eigentlich komplett egal mit welchem Kennzeichen ich fahre so hauptsache in EU Kennzeichen Österreich Kennzeichen ist okay so glaube ich ne bis ich halt wieder mein 1.07 Kennzeichen habe ist das okay jo dann müssen wir das alte Kennzeichen abmontieren ich weiß zwar nicht wie aber können wir schon irgendwie hin so beim aktuellen Auto speichern bitte und dann müssen wir das Kennzeichen abmontieren ich hoffe ich klicke das noch hin mit dem Kennzeichen abmontieren weil ich weiß nicht mehr wie das geht also da dürft ihr mir jetzt nicht auslachen bitte ich habe keine Ahnung wie ich das weg bekomme weil irgendwie habe ich das mal meine Designs ne irgendwo kann ich das weg machen ist nur die Frage wo Upgrades Tuning Hupen ah da nur mein Schilder da ist es genau und da kann ich glaube ich das Schild entfernen hier unten genau jawohl das war es ja bin ich zufrieden ist es weg gemacht ne Schild entfernen Problem jetzt habe ich keinen Xbox Controller deshalb weiß ich nie was ich drücken soll und akzeptieren drücken stimmt da war ja was so und jetzt bin ich fertig mal schauen wie sie es fährt oh das Kennzeichen ist ein bisschen groß geraten finde ich auch es sieht nicht gut aus es sieht echt unrealistisch aus es ist auch riesig das wollte ich genau gesehen ja moin ich glaube ich ändere das Kennzeichen doch nochmal um oder ich mache mein eigenes soll ich mein eigenes machen ich weiß nicht äh ich finde das das ist zu groß das geht gar nicht fit das geht gar nicht fit das Kennzeichen das tue ich nochmal weg in den Müll ja bitte so nochmal suchen ich gebe mal ein ob es ein Grazer Kennzeichen gibt Graz ne es gibt so ein Graz Logo als Aufschrift SK Sturm gibt es ne was gibt es denn sonst ähm ja dann gebe ich halt nur Kennzeichen oder ähm mache ich auch wieder Nummernschild bei uns in Österreich sagen wir auch Nummernschild statt Kennzeichen ich hätte halt schon gerne einen Grazer Kennzeichen aber gibt es noch keins hm ja ich müsste sonst echt mal auf gechillt eins selber machen aber da brauche ich halt da brauche ich halt echt viel äh Zeit dafür bis ich das mal habe weil es ist so einfach ne das jetzt on stream zu machen eher gehe ich nochmal ein Kennzeichen ach komm so Text eingeben Kennzeichen nochmal das ist nämlich ein Züricher Kennzeichen der hat das aber richtig gut hinbekommen das Züricher Kennzeichen das will ich mir nochmal angucken ich gucke es mir nur schnell an weil das hat ja richtig Schattierung und alles drin gebt euch das mal also wer auch immer das gemacht hat Respekt hat sogar die Alter wie hat der das so hinbekommen also der hat das der hat das echt gut hinbekommen das Kennzeichen muss ich schon sagen äh heftig heftig ne es gibt kein ja ich nehme einfach irgendwas ich nehme jetzt einfach nochmal irgendwas es gibt kein volles das ist das was ich vorhin drauf hatte das sah von der Font nicht so geil aus ja es gibt nur das eine es gibt nur das Wiener Kennzeichen bis jetzt das könnte ich ein deutsches nehmen oder ah hier unten gibt es ein besseres aber das ist halt ohne Aufschrift das ist halt ohne Aufschrift dummer Problem da werden wir dann angehalten und dürfen Strafe zahlen ne ich nehme das dann nehme ich halt wieder das Wiener Kennzeichen das ist okay ich nehme es einfach und äh das ist gut gemacht der ist gut gemacht ja nehme ich halt das nochmal ja komm das bringe ich es halt an und mache es ein bisschen ein bisschen kleiner das ist etwas zu klein aber Hauptsache ich habe irgendein Kennzeichen dran ne so ein bisschen zu groß oder es kommt immer nur so vor weil das ja es kommt mir nur so vor das Kennzeichen so blöd das ist das nicht so gut gemacht das ist so ein bisschen in die in die Länge gezogen nicht einheitlich skalieren so einheitlich skalieren und nicht einheitlich skalieren kann ich machen ja mache ich das so ist okay der Baller ist so dran und vorne Baller ist auch nochmal dran also vorne habe ich keinen Platz dafür ja gut dann lass mal so Hauptsache das Hack ist okay gut ich bin fertig immer nicht so groß das wollte ich eigentlich nur Zug nicht Zürich Entschuldigung ich bin nicht der Beste ich dachte das wäre ein Züricher Kennzeichen ich bin leider nicht bei den Kennzeichen außer Schweiz kenne ich mich null aus ich dachte das wäre Zürich ja gut ich habe jetzt regt sich schon aus das wäre Zug das wäre Zürich war doch fertig gut ich habe nichts gesagt ich tue mal Probefahren eigentlich ja und schauen ob man damit auch driften kann in die Kurve ich bin zu schnell dafür also ich muss sagen der Wagen vorhin er fuhr sich besser er fuhr sich viel besser aber er hat auch mehr gedriftet ja ich fälle damit immer die Kontrolle mit der Kiste wenn ich hier irgendeinen Drift mache upsie upsie adieu upsie Entschuldigung syfere ch dankeschön für die Info danke wirklich ich habe mir ehrlich gesagt nie ich habe mir nie die Schweizer Kennzeichen genau angesehen wirklich nicht ich habe mir nie Schweizer Kennzeichen genau angesehen ich war es war nur eine Vermutung ich habe einen Scheiß gelaber natürlich Flugplatz Querfeld 1 Strecke das haben wir ja gemacht ich werde einfach mal das Rennen hier fahren ich habe jetzt mal Bock ein Rennen jetzt habe ich so viel in der genau 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 ja ich fahre einfach irgendwo rein jetzt habe ich so viel Zeit verbracht in dem Tuning-Dings da drin ne das Ding fährt sich echt schrecklich das fährt sich richtig kacke das Ding davor es war vom Handling her perfekt gemacht perfekt gefahrenes Teil aber leider das Bodykit hat es kaputt gemacht jetzt fährt sich es echt nicht so gut es fährt sich jetzt so ein bisschen wie so ein Brocken es fährt sich wie ein Brocken genau davor ist es richtig gut gefahren ich überlege gerade echt das Bodykit wieder drauf zu schmeißen in den Sachen aber dann ist halt die Hutleuchte weg das macht mich traurig krass fährt sich jetzt echt komisch falscher Reifen glaubste man klar es hätte ja Grip haben sollen aber schauen wir einfach mal sie haben ihr Ziel erreicht ich fahre mit oh jetzt habe ich irgendwas ausgewählt upsie upsie ich habe irgendwas es ist ein Offroad Rennen ja egal wird schon passend da Bronco wer fährt heutzutage ein Bronco ach gut die gibt es ja bei uns gar nicht glaube ich so ein Bronco kriegst du in den USA so bist du Schweizer nein sonst würde ich wissen was das Kennzeichen ist ich bin aber Österreicher ich bin ein ganz frischer Österreicher bin ich mach Bodykit ja ich glaube ich brauche es dann gleich wieder um weil ich schaue dass ich irgendwie die Settings kopieren kann das ist geil dann danke nochmal für 490 ne liebe geht raus der Lumbi AD ist auch noch dabei vielen Dank Lumbi AD auch für eine Euro ah das ist ein alter Bronco oder ist das ein ne ist ein Ranger oder ein alter das ist für der alte Bronco mit ihm es diese Polizeiverformungstag gegeben hat im Fernsehen damals das war was das war glaube ich OJ Simpson war das mit dem alten Bronco geflüchtet von der Polizei der OJ Simpson also wer das noch kennt der kann ja mal den Komis was da lassen ist der jetzt eigentlich schuldig gesprochen worden oder nicht ich weiß das gar nicht mehr die haben ja diese Handschuhe davor gezeigt vor Gericht und der hat die ja nicht anbekommen das ist so ein richtiges Meme geworden der sich echt dumm angestellt hat der hat so seine Hände so komisch aufgemacht und hat so getan ja die Handschuhe die passen mir nicht hat die aber angezogen mit gespreizten äh Fingern wer zieht mit gespreizten Fingern Handschuhe an die Hand war so richtig na egal irgendwas was ich meine man kann mir mal sagen ob der freigesprochen worden ist oder läuft das immer noch irgendwie weil man weiß bis heute nicht genau ob was jetzt war oder nicht ich äh weiß es nicht er sagt ja er war es nicht er fährt sich aber gar nicht so schlecht ich bin schon schlechteres gefahren vor allem langsam ich mag langsame Rennen ja angenehm die Mucke das ist die Copyright-Free-Mucke die ihr da hört hoffe ich warte ach ja ganz schnell gucken äh ich weiß nicht warum ich ganz schnell gucken muss nicht dass wir auf einmal hier einen fette Strike einbekommen unter Audio ist das Streamer-Mode oh ich hab grad nur erst einfach bekommen hier Streamer-Mode an perfekt Gott sei Dank aber im alten Forza Horizon 4 hat ja der Streamer-Mode nie gesaved da hab ich dann immer Musik bekommen da muss ich dann immer ausstellen die von Marius ignoriert du Armer hab gar nicht gesehen aus dem Streams da ich glaube dass YouTube heute keine Benachrichtung rausgesend hat warum auch immer ich hab den Stream extra richtig lange davor angekündigt dass ich heute stüme schau keiner an oder auch die Frage mit dem Bronco keiner weiß davon im Chat oh das gibt da muss ich jetzt sicher retour oder ja ja klar guck dir das an ich hab ihn ganz leicht berührt ich bin da wie eine Feder bin ich dran vorbeigeschliffen da regt er sich direkt auf ja das ist ein bisschen zu weit weg sogar driften kannst du mit dem Teil so halbmäßig weil du den in der Story sehr schwer bekommst in Chesco bietet man schwer in der Story also das kaufe ich den einfach weil die die Leute sagen ich soll mir den unbedingt tun mit dem Dings aber ja ich mach's uns einfach ich kaufe uns das einfach hast du recht dann kaufen wir uns den dann schauen wir wie der sich fährt okay dann gucken wir uns das dann mal gleich an für Fortnite genau für Fortnite machen wir das die Mugel kannst du aber echt ausschalten das ist halt echt eher nervig als gute Musik wenn du im Streamer Mode bist schlechter schlechter Drum'n'Bass so der wurde freigesprochen dankeschön einer hat drauf geantwortet liebe geht raus der wurde freigesprochen echt Chills ach komm die Welt ist so ungerecht teilweise bei dem war so offensichtlich dass er es war es war so offensichtlich weil warum flüchtet er sonst von der Polizei das ist halt weil es ist halt echt ja gut der hat sich ja so gut gelogen wie ich auf RLO wenn ich vor Gericht stehe 100 pro kennst du wie wir haben ja kenn ich das ist mehrere Gutscheine ich hab nur einen aber gut und probieren wir es weißt du was wir probieren es einfach ich kaufe den jetzt hab AMG gewonnen beim Drehen aber Spielstand wurde durch Bug weggemacht alter du Armer der Melonenbaum der arme Junge Bruder aber ich end's mit schau der Klappstuhl hat wieder gewonnen dankeschön by the way an New Player auch wer von 10er kannst du mal wieder mit dem Mustang spielen ich bin heute nicht einmal Mustang gefahren aber okay ich bin heute kein einziges Mustang gefahren so Skyline liebe Grüße aus vielen Dank nochmal was kommt denn jetzt was kommt denn jetzt was kommt denn jetzt uiuiuiuiui ja Hosen natürlich oben ein wunderschöner M4 ich hole mir die Hosen ab jawohl das wollte ich eine schöne Hose mal bekommen ist das schön Leute eine Hose mal bekommen Hey Kurt, wir sind auf dem Weg zum ersten Abenteuer. Ja komm, halt die Fresse, ich kaufe jetzt ein Auto. Ich kaufe mir jetzt ein Auto. Die Leute wollen uns unbedingt, dass ich mir einen hole, bevor ihr mich jetzt da 50 Stunden lang rummeckert. Ich soll mir das holen, dann hole ich mir den. Bei O.J. Simpson ging es auch um Rassismus in der Polizei. Gibt eine gute Netflix-Doku dazu. Habe ich mir nicht angeguckt, muss ich mal schauen. Der Fall hat mich ein bisschen interessiert. Ich habe nur ganz viele Dokus gesehen, wo man halt gemerkt hat, dass eins und eins schon zusammenführt. Das habe ich gesehen, aber meine Autos, nein, ich will ein Auto kaufen, Neubahn kaufen, bitte. Komm. Habt ihr gesagt, dieser... Ich hole ihn mir einfach. Ich mache es jetzt einfach auf Ehrenbruderbasis, Leute. Ich mache es auf Ehrenbruderbasis. Hau ich hier mein Golden Ticket raus. Königsegg, Cesco 2020. Wir holen uns auf Ehrenbruderbasis. Ich meine, ich muss es eh ausgeben. Einfach mal ein Bild von ihm drin, muss los. Nein. Nehme ich einfach. Sieht das scheiße aus. Auswählen. Autogutschein nutzen. Noch ein Gutschein übrig. Ich nehme den. Habe ich freigeschaltet, Leute. Vielen Dank. Habe ich freigeschalten. Habe ich mir gegönnt. Bitteschön. Damit es jetzt alle sehen. Er ist gekauft, Leute. Er ist gekauft. Hier. Meins. Für einen günstigen Preis. Ja, da haben wir es. Perfekt. Habe ich gekauft. Jetzt nur noch schön lackieren und dann bin ich fertig. Designs und Lackierungen. Zack, boom. Ja, bitte. Bitte neues Design drauf. Bitte tun sie mir den Gefallen. Oder das alte Design löschen. Verstehe ich sowieso nicht, warum ich den immer nur mit Lackierung kaufen kann oder ich verstehe irgendwas insgesamt nicht. Ich lackiere ihn mal um. So, und zwar lackieren wir ihn in welcher Farbe? Schwarz sieht ja schon hammer aus. Ich tue mal schwarz lackieren. Und dann noch getönte Scheiben und dann sind wir eigentlich... Achso, das war ich eigentlich nicht. Was bringen sich eigentlich diese Farben? Achso, hier. Ah. Ah. Wer macht denn sowas? Wer will denn blaue Scheiben haben? Legal ist das, glaube ich, auch nicht, ne? So. Gut, und dann... Joa, ich glaube, ich werde fertig sein. Beim aktuellen Autospeicher. Ich schau nochmal, was so ein Upgrade kostet bei so einem Auto. Glaubt ihr, das wird teuer? Ich glaube, das wird teuer bei so einem Ding. Ja, gibt es keinen Tesla in Forza. Traurig. Es gibt keinen Tesla. Wie schlimm. So schlimm aber auch. So, ausgewähltes Auto. Jetzt nochmal schauen wegen Upgrade und Tuning. Äh, ob es da eine... Ja, ich sag mal, nicht individuell ist, sondern ich will fertige Autoeinstellungen. Äh, ah hier. Was wird denn das kosten, wenn ich den hier voll aufmache? Rennen. Das haben wir hier Pro. Also, für AFK-Farmen. Oder was ich schon gesehen habe, man kann AFK-Farmen. Endling. AFK. Das ist für AFK-Farming? Wirklich? Speed Traps. Top Speed. Fast Car. Hm. Max Speed gibt es auch. Das hat die Beschleunigung nicht so geil. Insane Grip. Das hört sich gut an. Ich glaube, das kaufe ich mir. Insane Grip hört sich... Äh, ist es... Ja. Jetzt kann ich es mir sicher nur nicht leisten, weil das Tuning so teuer sein wird, ne? Wetten? Das kostet sich ja... Warum so günstig? Hä? Warum ist das so günstig? Hab ich was verpasst in meinem Leben? Oh, ich baue es ein. Warum nicht, ne? Warum nicht? Wir holen es uns einfach und dann schauen wir gleich mal, wie schnell der ist, der Wagen. Das ist auch nämlich der schnellste Wagen sein im Spiel. Also haben mir meine Zuschauer gesagt. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich weine mal. Wo ist denn hier der Blitzer? Der ist hier hinten irgendwo, oder? Ja, hier ist er. Ich fahr mal nach hinten und wir werden mal durch den Blitzer rasen. Ich fahr mal von hier mal runter. Mal schauen, wie schnell wir durch... Alter! Gut, das ist... Okay, das ist echt heftig anders. Das ist, äh... Ach du Scheiße! 300 fühlt sich da an wie 100 mit einem anderen Auto. Puh! Gut, ich probier's mal. Kommen wir durch den Blitzer mit 5000 kmh. Wir haben sogar extra Anlauf. Ich glaub, das bräuchten wir gar nicht, aber ich mach's trotzdem. Alter! 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 Falter! Da haut's mir aber die Rüben weg! Huch! Scheiße, Alter! Das Ding ist... Hohohohoho! Okay, das ist heftig, Leute. Das ist heftig. Das ist... Das ist... Alter! Puh! Ich sag nichts mehr. Ey, der fährt sich so geil. Ne, ohne Witz. Der fährt sich Hammer. Der fährt sich wie Butter. 300 in der Kurve, Alter. Es fährt sich immer noch Butter weich, das Teil. Gibt euch das. 400. Weil 4,50. 4,50 in der Kurve. Schaffen wir das. Ja, zieht die Kurve! Okay, LKW-Fahrer. Aber ey, ohne Witz. Das Ding haben wir gut gekauft. No shit. Ich bin sehr froh, dass wir den geholt haben. Ich bin sehr froh, dass wir den geholt haben. Jetzt ist echt nice. Wie sieht denn der innen aus? Das ist ein geiles Mobil. Ja, bist du scheiße. Ach, Busfahrer. Muss der da jetzt fahren. Ich will jetzt eigentlich hier die Autobahn mal abfahren. Ne, das ist echt Hammer. Wie er die Gänge durchschallert, das wäre es einfach nichts. Guck mal, wie der... Wie der hier... Wie der hier... Die KMH, wie die hochdrehen bitte. Das würde ich von 100 auf beschleunigen. Endgeschwindigkeit, was hat man? Jetzt geht's bergauf. Scheiße. Ich muss schauen, wo das Limit ist bei der Kiste. 461, 62, 63. Ja, 463, dann ist Ende. 463 auf der Bahn gerade. Wenn wir da zwischen Blitzer fahren, dann ist Ende. Also 463 war maximal. Schneller geht ja nicht. Dann klemmt er sich... Ich meine, wir könnten ihn schon schneller machen. Da gibt's ein Handling. Das ist schneller, aber dann hast du die Beschleunigung halt nicht. Alter, Schwede, der zieht. Er kriegt aber ganz schön Punkte dafür, ne? Für das... Oh, Alter. Alter, Schwede, Bruder. Fähigkeitspunkte verdient. Wohin hier ansehen, ne? Gut, äh. Ne, das ist... Ey, das ist... Ne, das ist unglaublich. Ey, das ist... Ich schwöre, dass... Ich bin jetzt doch sehr glücklich, dass ich das gekauft habe an dieser Stelle. Ich bin sehr glücklich. Wirklich, also danke an die Empfehlung im Chat. Ohne euch hätte ich den jetzt nicht gekauft. Was soll ich denn hier freigeschalten, sag mal? Königsegg. Ich hab gesagt, ich hab was freigeschalten. Hier, was kann ich damit machen? Gronix oder was? Ich verstehe das noch nicht so ganz. Automeisterung, da schau ich mal rein. Ähm. Du hast einen permanenten Vorteil freigeschaltet. Dieses Auto erhält einen permanenten Bonus. Perfekt. Eine Automeisterung hab ich da zum Freischalten, nämlich, äh, den hier? Oder... Du kannst nicht genug... Ah, okay, ist so. Okay, verstehe. Naja, ich wollte nämlich den Reelspin eigentlich haben. Da oben gibt's einen Super-Reelspin. Auf den werde ich mich hinarbeiten. Auf den werde ich mich hin erweitern von Super-Reelspin. So. Du kannst den Schaden ausstellen. Ich weiß, ich mach das auch gleich, weil mich stört das eher in so einem Rennspiel. Ähm, das müsste unter... Grafik, ne? Ne, nicht mal Extras. Ne. Schwierig? Ist das in der Schwierigkeit drin? Schaden. Ah, hier. Kein Schaden, ja. Das ändert nix, Gott sei Dank. Mhm. Perfekt. Dann haben wir keinen Schaden mehr. Ich mag das auch nicht in einem Rennspiel, das Schadensmodell ist. Ist ehrlich. Außer man hat wirklich ein Spiel, wo man... einen realistischen Schaden hat. Das finde ich geil. Aber so, ich mag diese Kratzer-Dinger immer irgendwie nicht. Das sieht dann halt auch kacke aus. Ey, das ist so geil, das Ding. Ey, Leute, also ohne Witz, wenn ihr... ein Auto holt, wo ihr euch das Ding, das ist echt heftig. Das ist wirklich heftig mächtig. So, und wir fahren jetzt damit, äh, wieder ein Rennen. Ich schaue nur, dass ich irgendwo wirklich ein Rennen-Rennen fahren kann, ne? Hier, neu, da fahren wir lang. Also, wir sind eh gleich in zwei Sekunden dort, so schön, wie der ist. Du hast einen Reelspin. Habe ich jetzt wirklich einen Reelspin? Ich habe doch keinen Reelspin frei, oder? Wegen, ich habe einen Reelspin. Aber ich habe hier, äh, Automeisterung irgendwas noch. Aber ich glaube von einem anderen Auto. Nicht von dem Wagen. Äh, von irgendeinem anderen Auto. Dann habt ihr euch da noch was frei. Aber einen Reelspin habe ich noch nicht, ne? Alter, das ist so geil. Es ist so geil, ey, mit der Kiste zu fahren. Weil es einfach so easy ist. Erstmal Offroad. Ich fahre mal Offroad. Ich schaue mal, ob das geht, ob das klappt. Ja, klar klappt das. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Warum wenden? Ich fahre doch den, den kürzesten Weg. Neu gerechnet. Und da könntest du auch ruhen. Man geht sich ja viel besser aus. Das war wieder normal. Ich wollte mal driften, aber es geht nicht. Ja gut, mit dem Auto driften ist halt eine andere Meisterleistung. Aber ich glaube, über kleine Geschwindigkeiten geht das. Geht das, ne? Er hat zu viel Grip, ne. Ah ja, er hat zu viel Grip. Nix abhegen. Also, wie mich das Navi bitte schickt, Alter. Schickt mich durch die ganze... Vielleicht noch durch die Kanalisation durch oder so. Aber über die Autobahn, da fahre ich doch gerne mit. So, jetzt geben wir wieder Fullgas. Stell dich vor, er sitzt da drin. Und fährt so mit dem Auto, Alter. Auf der deutschen Autobahn wäre das ja nun möglich. Aber ich hätte Angst da drin. Aber mit 460 Sachen auf der Autobahn, Alter. Ne, das könnte ich glaube ich nicht. So, wie schnell... Das ist, das würde dem Auto entgegenkommen. So schnell ist das. Also, ich würde mir einstuhlen da drin. Oh, da war ein Kreisverkehr. Oh, da war ein Kreisverkehr. Oh mein Gott, da geht's ja rauf und runter und Hilfe. Und hast du nicht gesehen? Ah, ja, wir fahren da. Ist okay. Ja, ich fahre da mal hoch. Ähm, mir geht's gut, ja? Ich hab mir nicht weh getan. Mir ging's nie besser. Und rück da bis drück. Ja, Alter, geht doch. Und runter. Hui. All die schönen Sachen, die wir auf Erdlohn nicht machen, gucken wir hier machen. Ah, schön. Du hast dein Ziel erreicht. Wir kriegen halt fett Points dafür. Das ist auch okay. Ist das... Ist das gerade Steine oder war das jetzt viel? Ich dachte ganz kurz, da geht ein Reh drüber. Das ist ein Stein von mir. Okay. Ein Stein ein bisschen rübergebracht. Das ist auch nicht schlecht. Oh Gott. Äh. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber seht ihr die Texturen von den Palmen? Also, ich hab das Gefühl, das ist ein Grafik-Bug. Von der Auflösung her. Oder sieht das insgesamt hier so aus? Ja, warum sieht das so scheiße aus? Ne. Okay, ich hab... Ich spiel auf Ultra, aber okay. Ich spiel auf Ultra, aber okay. Ich hab nichts gesagt. Ich kann beitreten, ja. Bin ich dabei. Äh. Kann ich mit meinem fahren? Ja, kann ich. Da bin ich dann dabei. Solange ich mit meinem Auto fahren kann. Ah, sieht ja geil aus. Jetzt geht's los, Leute. Wieder in einem Rennen. Schau, Marius. Das gibt einen fetten Eintrag. Als Fail-RP und Off-Roading, ja. Ja, bin ich dabei. Kann man da eigentlich im Multiplayer auch Rennen fahren? Ich glaube, ne? Ich glaube, ich bin nicht ready dafür. Ich glaube, ich bin nicht ready dafür. Bin ich Fall-Rundescheiße. Ich glaube, das ist eher das Zweite. Das ist doch echt etwas klein hier, die Strecke. Das ist ja gar nie ausfahren. Was machen wir jetzt aber? Na, da ist auch schon wieder Kurve. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte, mach doch mal Platz, Bruder. Ich muss den voll in die Ecke dringen, dass ich da durchkomme. Hat er den auch jetzt schluss? Den nehme ich jetzt voll in die Kante. Oh, nein, nein, nein. Verpasst. Hat er den? Oh, er hat den gezählt. Oh, nee. Jetzt kann ich da etwas wegcrashen, da habe ich Bock drauf. Tschüss. Ich will der Allerschlimmste sein. Oh, das war jetzt Smooth. Der jetzt wiederum nicht. Ich muss mich echt mal umgehen, umgehen, fahren lernen. Los geht's. Ich will der Allerschlimmste sein. Ja, geil. So schön gefahren jetzt. So schön gefahren und jetzt macht er mir alles kaputt. Also, das ist schon geworden. Das passt schon. So schön sind wir gefahren und dann brauche ich da hinten noch so einen Unfall. So, Tim the Killer, feier dich und schau dich schon seit zwei Jahren. Das haben wir ja vorgelesen, genau. Ähm, äh, Eifatik, danke auch noch mal für eine Eurone. Ähm, das ist geil, haben wir vorgelesen. Äh, Nude Player, kannst du mal bitte wieder mit dem Mustang spielen, das haben wir vorgelesen. Und dann Marvin YouTube hat das zweimal gemiessen, danke schön. Servus, RIP an das Nosen-Sack von GPT-52. Danke, Bruder. Liebe geht raus. Und, äh, Ton Chris Haha, Aktion, macht doch mal ein Abo-Treffen in Österreich und Deutschland. Natürlich maskiert, würde bestimmt einige freuen. Ich inbegriffen. Ich würde, wenn dann so ein Treffen machen, wo einfach so ein kleiner Shiba Inu mit Kopfhörern da sitzt und, äh, der mit seiner Pfote auch die Kammkarten verteilt. Das wäre süß, oder? Das offizielle Fan-Treffen. Und ich setze da so einen kleinen Shiba Inu hin. Oh, Wheelspin, ja, ich freue mich. Ich freue mich immer auf einen Wheelspin. Hosen, Hosen, Hosen. Oh, schade. Ich habe mir so, ich habe mir so hart eine Hose gewünscht. Ich habe mir so hart eine Hose. Hast du, äh, Forsa 4 auch gezockt? Habe ich, ja. Aber noch nie so viel. Und jetzt, wo Forsa 5 draußen ist, glaube ich, zocke ich nur noch Forsa 5. Oder vorne ist ein Radar. Da könnten wir mal mit ein bisschen Gas, äh, Ah, ich nehme ein bisschen mit. Wobei, ist das? I'll never mind, das ist hier. Ah, da ist doch eh eins. I'll never mind, aber mache ich doch mit. Dann muss ich ja ein bisschen runter nach hinten. Und noch einen Anlauf hier. Ich versuche gerne durch Radarkontrollen. Ich muss nur ein bisschen hier Speed aufnehmen. Und los geht die Luzi. An Forsa Ryzen 5 finde ich auf jeden Fall geil, dass wir ganz normalen Rechtsverkehr haben. Das hat mich im vierten Teil, bin ich so oft auf die linke Spur gefahren. Da hat es mich immer weggeschleudert, wenn dann im Gegenverkehr mal gekommen ist. Weil ich aber nicht mitgedacht habe. Aber da hier vorne ist doch das... Oh, boah, ich bin ein Depp. Da vorne. Da spreng ich jetzt aber Rekorde, ne? Ah, ne, der hat nicht. Na, ich habe ja vorhin mit, äh, ich glaube, 4,50 gemacht, oder? Ja, das habe ich ja schon gemacht. So, dann schaue ich, wo ich hinfahre. Wir fahren sonst Richtung... Den haben wir gemacht. Das ist halt wieder Offroad-Fahrt. Ja, wer füllt ein? Ich müsste mal ein Offroad-Fahrzeug holen. Neu, was ist hier? Piste, Gefahrenschild, da bin ich dabei. Alter, Party-Alarm! Alter! Lorenzo, hau 250 Euro, du Nächsten raus! Hi, ich bin's wieder, Alter, bist du bescheuert! 250 Euro! Da schreie ich gleich die ganze Nachbarschaft zusammen. Äh, Bruder, wie kommt's dazu? Ich kann es nicht mehr fahren, Alter, Lorenzo. Bruder! Ich, ich, ich kann jetzt ne Lasershow rausballern, aber leider ohne Musik, Bruder. Ich hau mal raus. Da muss ich, Alter, ich muss meine eigene Musik einspielen. Jetzt habe ich's, Warte, hier kommt sie. Warte, wir brauchen das jetzt hier. Mit, mit, mit Money-Musik. Wo ist ihr die Money-Musik? Hier. Mit, mit Money-Musik. Könnten wir theoretisch mal das neues Lasershow-Lied nehmen? Das ist richtig geil, das Lied. Könnten wir eigentlich mal machen. In Zukunft. In Zukunft neue Lasershow mit dem Track drauf. Ist ja auch immer angenehm, immer neue Musik zu haben, ne? Lorenzo, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Der haut einfach 250 Euro. Leute, lasst alle mal für Lorenzo ein Herz im Chat. Alle mal ein Herz für Lorenzo. Also, ballert er einfach 250 Euro mitten on-stream raus. Komplett ohne Grund, aber, äh, verstehe auch nicht. So viel Geld einfach. Huch! Ne, äh, komplett, komplett verrückt, der Lorenzo. Komplett verrückt, Alter. Komplett verrückt. Alle mal ein Herz da lassen im Chat, genau. Ja, liebe Geht raus, Lorenzo, und schön, dass du mit dir bist. Und ich fahre jetzt mal durch den Wald, weil da ist alles in Ordnung. Wissen Sie, was mir auffällt? Das ist doch ein Grafikbank, oder? Oder ist das so schlecht optimiert? Guckt mal. Seht ihr den Stipfel? Das Polygon vom Baum? Merkt ihr das? Ich hab, passt auf, ich zeige euch das nur ganz schnell, damit ihr mir glaubt, ne? Einstellungen, Grafik, Ultra. Ich hab einfach Grafik auf Ultra, und neben mir steht ein Baum, der irgendwie nicht so ganz laden möchte, gefühlt. Schau mal oben. Das ist, äh, Ich weiß nicht. Ich, äh... Ah, seht ihr die Distanz, wie lange er braucht, bis der echte Baum da ist? So sollte er eigentlich aussehen. Seht ihr das? Ich glaub, das ist ein Bug. Das Game ist noch voll mit Bugs, Alter. Das ist voll mit Bugs. Die laden nicht nach, die Bäume. Das ist einfach ein Bug. Ich muss in die andere Richtung, hab mir schon fast gedacht. Ich wusste das. Schau mal, das ist ein anderer Spiel, der das auch probiert. Dann werd ich mal probieren, so viel wie möglich Speed aufzunehmen. Boah, Alter, was ist das denn? Alter Flugzeughanger. Geil. Ah, schade. Ich wollt ihr grad alles vermiesen. Ich hab gar nichts gemacht. Was kann ich denn einlösen? Hier erfassen wir deine Auszeichnungen. Toll, oder? Alles wird je nach deinen Leistungen in Horizon Mexiko automatisch aktualisiert. Aber im Moment kannst du dich einfach auf die Straße und das Fahren konzentrieren. Auto erhalten. Ich bin... Äh, ich will nichts sagen, ne? Aber ich bin etwas verwirrt. Ich bin hart verwirrt, weil es gibt so viele Sachen, die du einfach gewinnen kannst in dem Spiel. Das ist unglaublich viel. Okay, jetzt hab ich irgendwie Nissan bekommen in meinem Fuhrpark. Danke, Bruder. Wir unterhalten uns später. Ja, wir unterhalten uns später. Ist gut so. Das ist eine Schnellreisetafel. Zerstöre sie, um Schnellreisen günstiger zu erhalten. Zerstöre alle für kostenlose Schnellreisen. Na leh. Ja, ich brauch keine Sau. Braucht keine Sau. Ich spring da jetzt mit 450 über die Brücke und gut ist. Alter. Der nur mal eine Typ, oder? Alter, auf die andere Seite. Ey, wie geil. Oder war ein Bug? Habt ihr gesehen, Unterblick? Alter. Hayley hat gesagt, wir sind bereit zum Erweiteren. Er hat den selben Wagen wie ich, ne? Ja, cool. Oder? Ja, ja, ja. Der selben Wagen. Wo wir Freunde sein. Süß. Rute zur Veranstaltung. Horace in the Cade. Sollen wir da mitfahren? Fahrt du dorthin? Ja, ich fahr dann halt hin. Schau ich mir mal an, wie viele Kilometer ist das weg? 2,7 Kilometer in der Nähe? Wirklich jetzt? Krass. Krass, die in der Nähe. Man merkt schon, die Leute fahren alle den Wagen. Hat auch einen Grund. Es hat halt wirklich auch einen Grund. Oh, links abbiegen, ja? Okay. Hui. Oh, das war zu weit. Was? Ich bin reingekommen? Ja, genau so bin ich reingefahren. Genauso bin ich in die Gasse reingefahren. Genau so. Oh, geil. Äh, oh mein Gott. Alter, nein. Alter. Nicht sein Scheißernst jetzt. Bruder, warum? 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 Es ist aber ein bisschen viel, gell? Du hast gerade, Bruder, der hat gerade 750 Euro donated. Haut einfach jetzt nochmal 500 Euro raus. Was? Bitte was? Bitte was? No way. Er hat jetzt sich ernsthaft 250 Euro rausgeschallert. Und jetzt einfach 500 Euro. Das ist zu viel. Hab Forza Horizon 5 auch und finde das voll nice. Bin aber voll der Sucht. Die habe ich schon über 50 Spielstunden. Bruder, warum so viel? Alter. Bruder. Das ist doch krank. Na, bin nicht bereit. Ich habe gerade einen Herzinfarkt, weil er so viel ist. Du hast die Wahl. Wo sollen wir zuerst hin? Ich weiß jetzt von gar nichts, weil ich gerade komplett durch den Wind bin an dieser Stelle. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da war ich halt dahin. Habt ihr schon gemacht, oder was? Schon gemacht. Da muss man mal hin. Ey, ich weiß, Alter. Ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll. Ey, bitte was? Alter, nee, ich, äh... Lieber Lorenzo, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, äh, Kuss, Digga. Ne, ich hatte einfach... Ey, wie geil, was es gewesen ist. Ich hatte einfach so einen Kuss, Digga gesagt. Das war super. Das wäre geil gewesen. Ne, äh, Lorenzo, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bruder, das ist, ähm... Nee, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel, Bruder. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin sehr dankbar, aber... Alter. Nee, ist, äh, Kompo durch den Ding gerade. King, CJ, danke fürs VP, wir haben gerade. Bruder. Das war es mir wieder komplett für heute. Das Auto ist grad verschwungen, habt ihr gesehen? Ne, ich bin grad voll fertig. Ich bin einfach grad voll fertig. Weißt du, so voll random, weißt du, nur Grenze kommt so rein, lass erstmal 2,50 Euro droppen. Ich bin so rein, Warte mal, das war ein bisschen wenig. Dann machen wir nochmal 500 drauf. Ich verstehe halt nicht, was in manchen Menschen abgeht, dass sie so viel... Oh, da war ein Käfer. Oh, wie süß. Der fährt so rum. Dass die so viel reinballern müssen, aber, äh, ich meine, wir haben ja auch solche Einblinden. Ist ja nicht so. Für spezielle, für spezielle Gäste. Einen ganz speziellen Gast war das heute. Oh, wie geil. Ey, guck mal, der kann blinken. Wieder ein Spiel, wo man selber nicht blinken kann, Hauptsache, die NPCs können blinken. Ich halte ihn mal an. Allgemeine Verkehrsstandrolle. In 100 Metern links abbiegen. Kann man ruhig Plötzschlag einlegen, bitte. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Guck mal, wie der struggelt. Jetzt denkt er sich, er fährt doch in die andere Richtung. Guck mal. Jetzt ist er zur Polizeistation. Er wollte mich eigentlich rechts abbiegen, jetzt fährt er links weiter. Er hat Angst bekommen, er fährt zur Polizei. Wir fahren weiter. Stimmt, Polizei in dem Spiel wäre geil, aber es ist halt kein Need for Speed. Aber geil wäre es irgendwie. So Polizeiautos, die ich chasen könnte, wenn du zu schnell fährst. Na gut, das ist halt, man fährt im Spiel eh immer zu schnell, von dem ja. Ja, so was ich halt nicht für Speed wohnen. Das ist okay. Ich fahr mal so wieder. Guck mal, ein Haus mit, äh, einer Viertaktmaschine. Hab ich die jetzt gefunden? Kann ich die aufheben? Nee, das ist aber das selbe Model, nur in, äh, Guck mal. Das ist das selbe Model, nur in Slow Poly. Schön. So. Du hast dein Ziel erreicht. Jo, ich weiß, dass ich mein Ziel erreicht habe. Ich bin ja hier. Mein Navi hat mich hier hingebracht. Ja, blöd, wenn nicht. Wie schön fährt er eigentlich rückwärts? Stimmt, darüber werden wir gleich testen. Kostet das Game was? Ja. Ich glaub, äh, 60 Euro aufwärts. Nee, 50 Euro. Ich hab Euro aufwärts 1,90 Euro auf Steam. Und sonst diese 99,90 Euro Dings, die hab ich gekauft, die, ja, was halten wir nie. Äh, Finn Hilker und, äh, ja, wie sicher hab ich ja vorgegeben. Ich danke fürs MP werden. Lieber geht raus. Vielen Dank. Folge, ich rute in den Sturm. Ich fahr jetzt in den Sturm, aber. Okay. Leite dich aus der Luft und bete, dass das Wetter hält. Bin ich gerne dabei. Kann es sein, dass der Himmel fantastisch aussieht? Aha. Sieht echt geil aus. Willkommen, T und die Uhr kann. Für dieses Festival sind wir wohl leider ein wenig zu spät. Der Name bedeutet das Ort der Wege der Götter. Hier geht's nach links. Ich werde jetzt rechts gefahren. Ich werde jetzt wirklich beinahe rechts gefahren, zumindest. Ich werde jetzt gesagt, dass es hier links geht. Ein Kilometer noch. Ja, schon. Ein bisschen Regen ist kein Grund zur Sorge. Das wussten auch schon die Maier. Das heißt, Chuck schickt Blitze in die Wolken und Regen wird fallen. Und, alles okay da oben? Keine Sorge, ich hab immer noch alles im Griff. Obwohl, vielleicht doch nicht alles. Äh, ja, Stutzat, was der ist. Alter, diese Bäume, die sind einfach da. Ich kann nichts dafür. Nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Uh, ist nach vorne. Amiro, alles okay. Ging mir nie besser. Jede unbeschadete Landung ist eine gute Landung. Neben mir ist eine Art überfluteter Tempel. Schenke ein Weichsignal hoch. Hier war schon länger niemand. Sogar die Ausgrabungen wurden aufgegeben. Eine Expedition Ah, jetzt kann ich den Tempel nicht mal angucken. Danke, Bruder. Vielen Dank. Ich bin eh nicht mal beim Tempel angekommen. Hey Rami, ich seh mich mal um, ob ich irgendwo eine Signalstation aufstellen kann. Lass dich nicht bei den Elektionen mesoamerikanischer Geschichte stören. Komm mich einfach abholen, wenn du so weit bist. Finde zum Fortfahren. Ah, ich muss das Fahrzeug finden. Ja gut. Ich fahre doch mal hoch. Geht das? Ey, sag nicht, das geht nicht. Das wäre doch geil gewesen. Also in der Theorie, ja, würde das gehen. Mit so einem Auto die Treppen hoch. Ihr sagt nur, das ist in der Theorie, ne? Also, wer sind denn hier? Ja, in der Theorie. Oh, Schild. Das ist jetzt aber blöd. Das muss ich mir umfahren. Ich glaube, hier ist die richtige Stelle für die Horizon-Pulse-Signalstation. Was ist das denn im Tempel? Kilometer weit zum Tempel hergekommen, aber eben zu Fuß. Ich glaube, ich muss hier hoch, ne? Irgendwie. Anscheinend. Ich soll eine Statue fotografieren. Ah, da kann ich hier hoch. Okay. Ich kann nochmal schnell da hinten, das ist die Statue, das muss ich fotografieren, oder was? Ja, dann machen wir jetzt ein Foto von der Statue. Gut, haben wir auch gemacht. So, was noch? Ich finde heraus, dass er gelandet ist, das sieht man auch aus. Wir müssen da hochfahren, anscheinend. Yes. Okay, das haben wir auch gemacht. Wenn er einmal runter war. Wahrscheinlich könnte ich einen Sprung durch die Bögen und über die Ruine hinlegen. So, rechts sitzt noch was. Noch eine Statue. Noch eine Statue fotografieren, auch nicht schlecht. Das ist mal eine... Ach so, die ist auch da vorne, ja. Das ist ja mal eine Aufgabe. Statuen fotografieren in einem Rennspiel. Wer kennt es nicht? Der Fotosimulator. Ist das Spiel sein Geld wert? Auf alle Fälle. Ich meine, ein paar Bugs gibt es noch. Ist klar, was neu ist, aber... Es ist ein gutes Spiel. Kann man nicht sagen. Also, ich fand auch schon den Vorgänger sehr gut. So, wo ist er zwingend? Ja, ja, wo ist er denn? Er ist ja vorne irgendwo abgestürzt. Hier links rein. Da war das doch. Da hat er doch irgendwo ein Signal abgegeben. Voila. Was war doch hier irgendwo, oder? Oh, nicht. Oh, nicht bläst. So, jetzt denke ich hier rechts eben wurde das Leuchtfall gemacht. Ja, geil, das finde ich ihn nicht. Geil, das finde ich ihn einfach nicht. Äh, die Kopf war es mal hier. Okay, dann halt nicht. War es halt woanders. Danke für die Information. Ich suche gerade ein Kumpel, der von Abgestützt ist. Was ist der denn? Das gibt es doch gar nicht. Ey, so blind kann ich doch nicht sein, dass der jetzt wieder am Arsch der Welt ist, der Typ. Anscheinend bin ich da blind. Ich sehe nämlich nicht, wo abgestürzt ist. Also, für mich ist der nicht gelangt. Für mich ist der abgestürzt. Ah, da hinten kann ich mich fahren. Aber eigentlich nicht. Also, wenn er gelandet ist, dann kann er hier irgendwo gelandet sein. Weil hier die Bahn relativ... ...gut ist. Also. Hier hinten vielleicht. Hä? Hä, bitte was? Hä, wo ist er denn gelandet? Was macht er denn? Nee, jetzt ohne witzig. Ich finde gerade nicht heraus, wo der gelandet ist, der tut hier hinten vielleicht? Hä? Wir haben doch gerade alles abgefahren. Wir haben doch gerade alles abgefahren. Hä? Ah, jetzt hat er gefunden. Ja, zwei Stunden später. Da ist er doch. Da bist du ja. Gut. Ja, da bin ich. In Richtung Küste. Die Stürme sind manchmal heftig. Aber die alten Völker der Region wussten den Regen zu schätzen. Ohohoho. Hast du gut gemacht, Kevin. Ins Auge des Sturms. Geht's dir gut? Nö. Mir geht's super. Alles gut. Ich hab nicht vor, von der nächsten archäologischen Expedition gefunden zu werden. Du etwa? Es ist definitiv schöner, wenn wir nicht drin sind. Fahren wir. Manche Wege könnten blockiert sein. Ich navigiere. Es gibt wohl nur einen Weg zur Küste. Er führt direkt durch den Sturm. Du kriegst das schon hin. Glaub an dich. Da ist gerade der Blitz eingeschlagen. Ich wollte es nur noch mal sagen. Leid für einen wilden Riss durch diesen Sturm. Wir kennen keine Angst. Also wenn du noch mal einen Blitz irgendwo einschlagen soll, dir mir kriege ich einen Anfall. Oh ja, da schlägen. Ja, da schlägen die Zeile. Oh ja, ja. Saß ein bisschen früh. Alles gut. Ich schaff das schon. Umleitung berücksichtigt. So ungefähr. Ein bisschen früher wäre auch nicht schlecht. Ich will nichts sagen, aber so wie der Plötzungsrad verfolgt, ne? Ich will ganz schön viel Pech. Es geht in Strömen. Gib weiter Gas. Was hast du so gesagt? Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter Gas, ne? Ist so okay? Wie wär's denn mal so jetzt nach Hause fahren? Prinzessin, wie wär's denn? Wir fahren einfach jetzt so nach Hause. Ist doch schön geworden jetzt. Guck mal, abgebrannt ist es wieder schön geworden. Geht doch. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Tulum ist gleich um die Ecke. Wieder was? Ja, achso. Nächstes Mal halte ich dann auch wieder an, wenn du mich stresst. Hat aber geklappt. Willkommen im schönen Tulum. Danke für nichts, Wetter. Du hast recht, aber die Strände sehen jetzt schön aus. Was mir vorne aufgefahren ist, wenn ich hier fahre, sehe ich vorne die Motorhaube, die klappert. Jetzt klappert sie nicht mehr. Komische. Boah. Ich glaube, das hier ist die perfekte Stelle. Da könntest du durchaus recht haben. Alles geschafft. Oh. KTM-X-Bow-Verschnitt. Auch nicht schlecht. Oh, wie das glänzt. Bitte lächeln. Forza-Link. Sack cheese. Ach stimmt, wir hatten ja so einen blöden Tanz gehabt letztes Mal, wenn wir gewonnen haben. Den müssen wir einstellen. Den müssen wir einstellen. Spielst du mit Lenkrad? Nein, ich spiele mit Controller. Ich spiele mit einem Controller. Ist am gechilltesten. Wir haben Lenkrad. Ist nicht so gechillt. Bereit für mein Straßenrennenprogramm? Wieder was? Ich würde gerne wieder mit meinem Königseck rumfahren, wenn ich ehrlich bin. Das vermisse ich gerade ein bisschen. Hier sind die Veranstaltungen, die ich bisher organisiert habe. Darauf habe ich gewartet. Endlich sehe ich, was du wirklich kannst. Ganz viele neue Rennen. Ja, das gefällt mir. Da fahre ich hin. Ich will unbedingt mit meinem Königseck wieder cruisen. Das war eine EP-Tafel. Das Horizon-Team hat sie in ganz Mexiko versteckt. Es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken, wenn du Lust auf Abenteuer hast. No. Dann nur noch Abenteuer. Dein Name fällt in letzter Zeit öfter. Was du auf Toast, mach weiter so. Wir haben große Pläne und gesessen. Was? Ich mach weiter so. Gar nicht. Oh, fast verpasst das Ding. Oh, Adessa. Ja, was hier in den Wald reingeht. Super. Danke, Navi. Mit dem Supersportwagen durch den Wald. Durch den Sumpf runter. Ja, super. Gefällt mir. Da können wir Spaß haben. Rechtsabbiegen ist doch gar keine Straße, oder? Da fahre ich immer hier drüber. Da geht doch, siehste. Wir brauchen schon Straßen. Straßen mit übergewertet. Oh, ich hab wheelspin frei. Da bin ich dabei. Hose. Hose. Oh, bitte eine Hose. Ah, schade. Ich hab keine Hose bekommen. Einen Superwände. Das ist episch, ne? Ist der episch? Ich glaub, das ist episch. Besitzer ein legendäres Auto. Ich hab ein legendäres Auto bekommen. Ein zeltendes Auto. Auch noch dazu. Wie sieht sie zehn einzigartig aus. Das krieg ich die ganzen Abzeichen. Geil. Ja, der war aber auch geil, der Wagen. Ford Van? Nämlich. Äh. Ich dachte, da steht ein DeLorean für ne kurze Zeit. Keine Ahnung, wo ich das gerade reingeducht habe. Aber ein Traktor steht. Super. Wie wär's, wenn wir mal wieder Richtung Straße kommen könnten. Das will mich sehr, ähm, glücklich machen. Danke. Ja, geht doch. Gibt es eigentlich Enden in diesem Spiel? Wenn ja, wo? 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 In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Oh, 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 bolla. Stimmt, das ist ja nicht so, dass man einfach reinfährt und das aktiviert direkt. Upsi. Was ist denn das denn für ein Laden? Oh, da ist er Radl ver... Man sieht leider nicht, was draufsteht. Aber da ist er Radl, guck. Ah, Radl. Gleiches überfahren, ich hoffe. Ich hoffe, das klappt. Ja, guck. Ja, ich hab's sogar kaputt gefahren. Ist das schön. Wir bräuchten einen Radlfahrer-Bonus. Pro überfahrenes Fahrradl in Euro. Jetzt bin ich aber da dabei. Versus Rivalen. Tritt diese Route gegen andere Spieler an und fahr die schnellste Zeit. Sollen wir das mal probieren? Ich probier das mal. Ähm... Oh, da muss ich auswählen. Uff. Ja gut, dann lieber nicht. Ja, dann lieber nicht. Wenn die offizielle Horizon-Veranstaltung dich nicht zufriedenstellen, erstelle deine eigenen. Hier kommt das Event Lab. Ich möchte keine eigenen bauen. Ich möchte gerne einfach fahren, Bruder. Ich bin hier, um Rennen zu fahren. Nicht um, äh... Ne? Aber die fliegen. Oh, das ist auch geil. Du wirst eine Auszeichnungsbelohnung bekommen. Jetzt gehen wir mal schauen. Es gibt so viele Belohnungen. Das hört nicht mehr auf. Ja, die Flamingos haben wir schon gesehen. Das waren die Andelmingos. Aber ich suche eigentlich Enten. Suche die schöne Enten, die wir Andel nennen können. Der Entenkönig. Der Andel, der Entenkönig. So ist das Beste. So, jetzt ist es los. Ab durch die Mitte. Boah, sie sind aber ganz schön schnell, du. Hallo Bugatti. Guck mal, ob ich den Neck dränge. Alter, der dringt mir aber auch grad weg. Bin ich grad nicht durchgelassen. Bist du zu schnell. Aber solche Rennen liebe. Ich guck, wie du dir einfach Gas geben kannst. Oh, das war's. Ah, keine Wiederholung. Oh, dankeschön. Geil. Geil. Geht's auch. Keine Wiederholung. Das war anscheinend noch so knapp dran. Das ging sich grad noch so aus. Der bremst, ist natürlich klar im Vorteil, den Köfen. Sonst schallert es uns ja gleich irgendwo raus. Ihr klebt mir auf dem Poppist ein. Ich versteh nicht, warum. Was meinte ich? Oh, zieh durch, komm, die letzten paar Meter. Yes. Puh. Oh, gute Zeit ist hier mal grad grad vor, ne? Das brauchst du schon. Schau, da war richtig hinten drauf, der Typ da. Oh, mit 2,7 hinten. Mit 2,5. Ja, und dann zwei Sekunden schneller. Hey Kurt, das ist die Horizon Tour. Das ist der Ort, um sich mit Freunden zu treffen, zu entspannen und naja, Mexiko zu bereisen. Meldet ich mit fünf anderen Spielern bei... Ah, das ist geil, da brauch ich aber fünf Spieler. Ich hab keine fünf Spieler. Und da oben ist ein Scheunenfund, da will ich hin. Das Gusi, Scheunenfund, da bin ich dabei. Hallo, ich bin Anna, deine automatisierte, natürliche Navigationsassistentin. Ah, hallo. Ich helfe dir, Mexiko zu erkunden und biete Auszeichnungsherausforderungen an. Jo. Ich wurde mit dem neuen Forza Link-Modul aufgerüstet. Ich kann jetzt Unterhaltungen mit anderen Fahrern vorschlagen und dir beim Link abhelfen, um gemeinsam zu spielen. Äh, ja. Forza Link verfolgt deinen Status und den von Menschen, die du online triffst und schlägt vor, wie ihr euch vernetzen und miteinander spielen könnt. Ja. Okay, und jetzt soll ich einen Forza Link nutzen, sonst schäuen mir alle Leute bei. Immer wenn das hier aufleuchtet, gibt es neue Vorschläge, wie du dich mit anderen Link-Fahrern vernetzen kannst. Okay. Hey Kurt, es ist soweit. Ja, ich... Zeit für ein Abenteuer. Ja, aber ich... Die Sache ist die, es geht nicht nur um Erweiterung. Wir wollen auch bestehende Außenposten ausbauen. Mit größeren Rennprogrammen und mehr Events. Expedition ins Unbekannte. Ich werde zugeschissen mit Informationen, ich komme doch zu nichts. Es liegt ganz bei dir. Wonach steht dir der Sitz? Mexikanische Musik, ich will doch nur gucken. Ich wollte doch erstmal gucken, was das ist. Ich konnte nicht mal draufklicken. Ah, High kann ich drücken. High. Oh nein. Oh wow. Und jetzt kann ich schon richtig irgendwas... Äh, mein... Horizon... Ah, neuen Wheelspinner bin ich dabei. Ja, sind wir dabei. Was kriegen wir denn? Eine Hose. Wie wäre es mit einer neuen Hose? Ich... Alter. Den WRX da unten, das war voll mein Lieblingsauto im Spiel gefühlt. Jetzt bin ich sehr sad, dass ich den nicht bekommen habe. Ja. Wir haben eine Automeisterung. Von dem her können wir jetzt den Wheelspinner abholen. Ui. Memo, guck mal. Ui. Hose. Oh. Oha. Ein Concept Infinity, wie schön. Ja, super. Aber ich hätte noch gern, ähm... Äh, du verdienst dir, warum man nicht... Ich hätte gerne den Super Wheelspinner freigeschaltet, aber der kostet noch fünf Stück. Dann schauen wir, dass wir da noch ein paar Sachen machen. Fuhrpark. Okay, du hast vier weitere Autos erhalten. Das ist schön, danke. Belohnung einlösen. Was... Was mache ich denn damit? 1000 EP und, äh... Dieses Auto ist verfügbar bei Releasable Automesse. Möchten Sie diese Automesse? Nein, möchte ich jetzt nicht. Gewöhnlich, aber ich kann den... Ah, ich will jetzt nicht weg sind zur Automesse. Aber ich kann ja auch noch so Geschenke aufmachen, wenn ich ein Auto kaufe oder so. Hm. Das ist mir alles zu viel. Zu viel Information. Er ist auch neu. Okay. Gut, verstehe. Jawohl. Kampagne. Arriba, arriba, epa, epa, andale, andale. Arzt die Musik aus, weil ich, äh, ja, aufgestanden bin. Das ist natürlich ganz, äh, ja. Hoffentlich ist das alles Copyright-free. So, äh, da... Was gibt es hier sicher? Ja, ja. El Capone. Ja, ich will einfach Renn fahren jetzt erst mal. Jetzt erst mal Renn fahren hier. Also, gucken mal. Jungs, Mädels. Du machst erstaunliche Fortschritte. Na. Und hier wird alles festgehalten. Schau dir alles an und entscheide, was du als nächstes tun möchtest. Okay. Was ist das hier? Ist das ein Rennen? Äh, Fahrzeugbeschränkungen. Ah, ist eine Rallye. Ich habe kein Rallye-Fahrzeug. Ripprennen. Ja, ist aber auch Fahrzeugklasse. Fahrzeuganschränkungen bin ich nicht so Fan davon. Da fahre ich lieber... Ich fahre halt diese normalen Rennen am liebsten irgendwie. Oh, guck mal, BMW. Bei nächster Gelegenheit ist es Ende. Ja, mach ich hier halt. Das ist aber natürlich mit Absicht. Hallo, Jungs. Oh, ich bin traurig. Oh, warte, da drüben ist was neu. Habe ich das Haus bekommen, ey. Das kann ich aber kaufen, ne? Dann rechts abbiegen. Voila. Guten Tag, ich bin im Vorgarten. Ich wollte fragen, ob man das Haus kaufen kann. Ich stecke fest. Haus ansehen. Ah, das ist zu verkaufen. Ich dachte, ich bekomme es gratis, weil neu steht. Da stand nicht zu verkaufen. Es stand einfach neu. Als hätte ich es schon gewonnen gehabt. Alles Zeitverschwendung. Jetzt werde ich erst mal 8 Kilometer von einem Zielort wieder fahren. Zum Scheunfund wollte ich fahren, hast recht. Aber der ist, der Scheunfund ist am Arsch der Welt, glaube ich. Der ist hier oben. Ja, guck hier. Fahre ich denn anders mal hin. Hoppala, Entschuldigung. Du wirst du 900k, ist aber schon lang her, Bruder. Hier geht es zu deinem Mittel durch. Wie wäre es mit einem Club in Forza? Und 1 zu 7 Club? 1 zu 7 Motor Club? Das wäre doch geil. Wir könnten vielleicht mal an einer Stelle, wir könnten vielleicht die Leute auch mal mitspielen. Ich würde es übelst feiern, wenn wir mal alle mitspielen. Ich werde, ich werde mal gucken, ob man einen Club machen kann. Dass dann die Leute, wie geht der auch, beitreten können. Da muss ich gucken, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte. Aber ich weiß nicht, ob es in Forza Hacker liegt. Bei den GTA ist das mit Hackern ganz schlimm. Also nachkürzung. Oh, die Lieblingsabbiege abkürzung. Oh, natürlich. War ein bisschen schneller unterwegs, Bruder. Ja, da kannst du dich echt zurücklehnen und einfach fahren lassen, ne? Das hat sich jetzt falsch an, aber du musst gar nichts rücken, gefühlt. Einfach geradeaus. Oh, hier muss ich jetzt mal drücken. Oh, nee, da ist schon die Abfahrt. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Da bin ich dabei. Aber wenn ich auf Viral gehe, dann kann ich das Auto nicht fahren. Das finde ich kacke. Muss ich halt alleine machen. Der Wagen echt geil ist zum Fahren. Ein GTR 34 hättet es noch gerne. Eine Million Special Face Review. Ne, da gibt es die Roomtour 3.0. Du hast ein Gratishaus. I know, I know. Wie oft ich die Frage bekomme bezüglich... Du, ich kann sowieso Hausfragen... Ja, ist mir egal. Ähm. Ich spiele mit Controller. Weil Controller einfach, äh, gechillt ist. Weißt du, ich kann mich in meinen Sessel zurücklegen und einfach zocken. Ich finde Controller einfach gechillt. Hat das Game, wie ich gesagt, ich soll mal eine höhere Schwierigkeit spielen, ne? Ja, merkt man. Ach komm, das... Ich war doch übelst knapp an dem Ding. Also vorhin war ich doch nicht so knapp dran und er hat es trotzdem gezählt. Oh, da geht's ja... Ui, ui, ui. Du gehst ja weiter. Upala. Der Bugatti-Baron-Fahrer, es tut mir leid. Ja, bitte push mich von hinten. Entschuldige, dass ich wegen euch jetzt einen Unfall gebaut habe. Das Problem ist, wenn ich die Strecke nicht kenne, ist es ganz problematisch für mich. Ich gucke nicht aufs Radar unten. Ui. Ich muss anfangen, ein bisschen vorsichtiger zu fahren in den Kurven. Ah, ich hab wirklich den ersten Platz jetzt mal nicht. Oh, dabei. Ah, da hab ich gut rausgeschleunigt. Ah, ist das mal überholt? Ja, Mann, was soll ich denn machen? Er lässt mich ja nicht überholen. Hätten schon vorhin überholen können, aber der hat mir die Dinge blockiert. Der fährt nicht rechts ran. Hier in den schnellen Upphasen kann ich... Ich dachte, ich kann aufholen. Ja, hier geht's jetzt aber lang. Ja, wenn ich mal... Ja, der lässt mich ja nicht überholen. Guck, der ist richtig Metatyp. Boah, der ist in den Kurven so viel schneller als ich. In den langen Strecken eh nicht. In den Kurven holt er mich immer ein. Boah, der klebt aber hinten dran. Bist du deppert. Huch. Alter. Boah, das ist aber jetzt nicht so einfach. Das ist, weil es wirklich Hasseln um mein Leben. Boah, Alter. Aber trotzdem fast eine Sekunde schneller gewesen. Fast. Hm, hm. Was bekomme ich dafür jetzt? Ein Spitz? Ich weiß, dass du schwer beschäftigt bist. Aber die, ähm, Festivalanlagen laufen weit über ihrer Kapazität. Also, wenn du die nächste Erweiterung vorantreiben würdest, wär's echt eine große Hilfe. Nö, ich, äh, fahr jetzt dann rennen weiter. Ich glaube langsam, wenn ich dich nach jedem Straßenrennensieg anrufe, hast du mich schon sehr bald satt. Ich hab dich jetzt schon satt. Jetzt hab ich ein falsches Auto ausgewählt wegen der alten, weil ich einfach nur ein Rennen fahren wollte. Scheiße, Alter. Ich wollte ihn gar nicht fahren. Jetzt fahr ich ein Nissan, äh, 200er. Ach, nee. Die Z, irgendwas, ne? Z200. Oder 200Z oder wie die Dinger heißen. Vielleicht hat ich das Tune, das Ding jetzt auf die Schnelle. Weißt du was? Ich, ich, ich fahr einfach mit dem Ding. Ist mir scheißegal. Ich fahr einfach damit. Ich hab jetzt den falschen genommen, aber ist egal. Ihr seid komplett untuned. Alter, ist das langsam, wenn ich das vergleiche mit vorhin. Ach, du Scheiße, ist das Ding lahm. Alter. Das fühlt sich an, wie grad in der 30er Zone rumgurken. Genauso fühlt sich an, wie, gibt euch das. Aber in der Stadt vielleicht gar nicht so schlecht, weil in der Stadt, äh, ja. Musst du schön langsam fahren. Ah, ich hatte den Wagen, den ich mal gezogen hab, im, äh, im vierten Teil. Ich unbedingt haben wollte, den, ja, R33 war das, glaub ich. Mit Breitbau. Ja, egal. Hauptsache, ich fahr ein Rennen. Ist auch mal gechillter so. Boah, er dreht durch. Na, die Super kommt da jetzt nicht drüber. Das alte Super, glaub ich. Vorgängermodell. Ach, komm. Du, überwusst mich jetzt nicht. Ungetunter Nissan, ey. Ne, Entschuldigung, 350Z. Stimmt. Ich hatte grad den 200er SX im Kopf, den, äh, alten. Habt recht, das ist, äh, Nissan 350Z. Dankeschön. Ich wusste nur, dass das irgendwas mit Z ist und irgendeine Zahl davor. Ich denke mal, den 200 SX Nissan Silvia. Denk ich die ganze Zeit. Das dachte ich, weil das Nachfolger werden vom Strichen. Der Silvia gibt's ja keinen mehr. Boah, komm, das hustet jetzt aber noch. Bruder, den holen wir uns jetzt aber noch wieder im Sieg, oder? Das kann doch nicht sein, dass wir den... Oh, nee, das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Nein, ey, da muss ich langsam fahren. Der driftet mir sonst sehr in der Kurve. Guckt das an. Fährt sich wie ein Motorboot. Ich werde probieren, den reinzuschäppern, da in der Kurve. Vielleicht den mal usen. Ah, geht überhaupt nicht. Ist das von Miata? Warum ist der so schnell? Das hat denn der gesoffen. Miata ist doch nicht so schnell. Oder, nee, ist ein Mazda, oder? Ich seh ihn von da aus nicht. Habt du das gesagt, das wäre Miata, aber ich? Was für einer. Ist doch ein Miata, oder? Klar ist das ein Miata. Oder irgendein Mazda, keine Ahnung. Ja, ey, komm, halt die Fresse, weißt du? Jetzt macht der noch den ersten Sieg. Direkt neu fahren. Der zurückspultet. Ja, Alter, zweiter Platz. Wie soll ich mit der Kiste fahren? Ungetuntes Ding. Der Mazda MX-5, jawohl. Ich weiß, dass der um Längen anders aussieht. Ich meinte jetzt nur, mit der Zahl 200Z, hab ich dann gesagt. Nicht 200SX. Oder 240SX. Ich hab jetzt 200SX vorhin gesagt. Weil ich dachte so, Z, dass es vielleicht nicht X, sondern Z ist. Weil es so XY kommt Z, ne? Hauptsache, die Zahl ist die gleiche. Weil es sind 350Z. Das, äh, war es noch wieder komplett an dieser Stelle. Und ich werd jetzt mal das Auto switchen. So, wenn's nochmal beim Rennen mitfahren. Und dann werden wir das Auto nochmal switchen. Und schau mal gleich mal. Den zweiten Platz lass ich. Oh, hallo. Boah, Alter. Ich kann's ja voll auseinandernehmen, die Dinger. Geil. Ist ja nice. Das fährt sich halt echt wie ein Stück Scheiße, ne? So leise es mir tut, es fährt sich wirklich nicht gut. Oh, anderen tut es sich wie eine Blechdose. Gut, ist mir doch nicht freigeschalten, nein. Ne, oder? Ah, erzähl ich mir, bin freigeschalten. Schön. Wie wär's mit einem Mazda, damit ich mich selber schlagen kann? Ui. Oh, Gott. GT 40. Oh, sicher was wert. Das Ding ist sicher was wert. Aber ich lass nicht auf, ich sitze. Ich mach den ersten Platz bei dem Rennen. Noch ein Wiespin. Ey, was jetzt? Ah, Boni. Ah, ich hab vier Stück übrig, ja, dann kann ich hier einen Wiespin vielleicht kaufen. Ah, ne, einen hab ich dann, never mind. Hä, oder? Ach, ne, wie jetzt? Ich bin verwirrt, egal. Scheiß drauf. Ich fahr jetzt einfach das Rennen und, äh, fahre das Rennen mit meinem... Wo ist er denn hin? Wo ist er denn? Ah, hier ist er. Da hinten versteckt er sich. Mmh. Ah, schön. Boah, der Luca mit einem, mit einem schwarzen Morbiz. Mein kleiner Bruder ist so musikalisch das schon vor der Geburt schon flöten gegangen. Der Arme. Schwarzen Morbiz. Manche kann ich hier alleine nicht vorlesen, weil das dann, ja, grubi die YouTuber mir mal auf den Deckel hauen. So, dann schauen wir, ob wir es damit schaffen. Aber ich, äh, denke schon, dass wir es schaffen. Mein, der ist halt fulltuned. Ich glaub, mit dem... Mit dem Dings hätten wir es auch geschafft. Oh, Alter, was? Was dringelt der denn so? Boah, das Feeling einfach ganz anders. Boah, das Feeling einfach ganz anders. Volle Konzentration durchdrücken. Oh, da ist eine Kurve. Hab ich nicht gesehen. Die hab ich jetzt grad nicht im Kopf gehabt. So scheiß Kurve da gerade. Die hatte ich grad nicht im Schäden. Der Profi-Rennenfahrer. Das sind so scharf, die Kurven. Ich ver- ich verliere so viel Zeit dadurch. Wie easy das jetzt ging. Das Rennen davor ist mir doppelt so... Ne, dreifach so schlimm vorgekommen. Das ist was viel einfacher. Ja, ja klar. So ein gutes Auto. Der Wagen davor ging gar nicht. So, das Rennen sind wir gefahren. Mit Erfolg. Und da gibt's noch ein Rennen davor und dir das Neue. Da fahren wir gleich mal hin. Mit dem Wagen macht Spaß zu fahren. Rechts abbiegen. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Die zweite Ausfahrt. Rechts abbiegen. Ah, hier rechts. In 100 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ich mein, insgesamt ist es ja auch ein bisschen cheaten, wenn du das Auto schon davor kaufen kannst mit diesem Pack, ne? Mit diesem, ähm, wo du dir ein Auto ausrufen kannst. Weil du kannst ja die Rennen viel schneller abschließen, weil du halt viel schneller mit dem Auto durchfahren kannst. Du schießt ja das Rennen viel schneller ab. Das ist halt schon cool. Wenn du denkst, du fährst mit dem Teil locker 300, wo du mit dem anderen vielleicht mit 150 fährst. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Ist schon hart wie cheaten, wenn man... Also gekaufter Vorteil. Das ist ein gekaufter Vorteil gegenüber anderen. Boah, lass mich doch vorne runter, ey, Bruder. Immer doch den hier als Pakale. Dankeschön. Danke fürs Stupsen, aber... Ich krieg mein Grip grad nicht und ich weiß nicht warum. Wie ist die so schnell da vorne? In die Lack gesoffen? Äh, ich feige mich da hinten grad die ganze Zeit mit den Leuten, weil die mich nicht durchlassen. Ich muss mich da hinten streiten. Alter, sind die schnell, Bruder. Was haben die gesoffen? Kein Grip. Ey, Luft und so, ne? Können die so schnell mal sein. Da hab ich jetzt endlich mal Grip bekommen. Vorne ist da nur Grip, Bruder. Gar keinen. Ah, sind sie so schnell. Ich vorhin... Ja, geil. Äh, geil wirklich zurückspulen, Brudel. Weil ich mich vorhin die ganze Zeit mit den Leuten gefightet hab, hab ich keinen Grip mehr gehabt in der Kurve. Das war der Grund, warum. Hm. Die Settings sind echt auf schwer gestellten, glaub ich, ne? Weil ich hab auf Ja gedrückt vorhin. Da hat er mir gefragt, ob die Schwierigkeit anders anstimmig ist. Ich hab auf Ja geklickt. Da hab ich gesagt, ja, äh... Wir haben langsam Zeit, dass sie die Schwierigkeit vielleicht umstellen, weil sie zu gut fahren. Man merkt's, wie gut ich fahr. Nicht gut. Hier noch eine Runde. Alter! Kannst du mich mit dem Auto fighten, oder was? Ach nee, Alter, was ist denn los mit mir? Das gibt's doch nicht. Was fahr ich für einen Schmarrn heute zu sagen? Das gibt's doch gar nicht. Ich sage dir, dass dir einen Schmarrn mit ihrem Schmarrn hätte werden. Das war schnell, das war einmal zurückgespult für viel Dauer, ich fahr'n scheiß, ich fahr'n scheiß zusammen Bruder. So, nehmen wir was bekommen. Michael Schnurr, Dankeschön. Und Luca, kennst du eigentlich noch, äh, Judy, sorry, dass gestern nicht da war, meine Katze wurde eigentlich... Ui, das ist nicht schön, oder? Bereit für ein neues Abenteuer? Perfektes Timing! Es ist grad' nicht das perfekte Timing. Ich hab' jetzt keinen Bock auf Abenteuer, ich bin doch grad' hierhin gefahren. Ich hab' grad' zwei schöne Rennen gefahren, was brauch' ich für Abenteuer? Ich fahr' hier jetzt grad' die ganzen Rennen ab, weil die übelst geil sind hier in der Stadt zum Fahren. Bei nächster Gelegenheit enden. Weil hier sind grad' so viele verschiedene Rennen. Habe ich jetzt eigentlich schon so viele Punkte, dass ich mir... Oh, Kosten, äh, fünf, ich hab' vier, das ist blöd. Abenteuer, ja, das machen wir später. Gut. In 400 Metern rechts abbiegen. Dann würde ich mal, dass ich da die ganzen, äh, Sachen mache. Rechts abbiegen. In 400 Metern hast du... Ich will grad' irgendwie hier diese Ding zu sammeln, dass ich hier irgendwie... Oh, der ist gerade... Ja, geil. Ich hab' nichts bekommen davon, dass ich reingefrascht bin. Äh, warte mal, was ist denn? Was ist denn das denn? Ja, moin. Äh... Hoffentlich wissen die da drin, dass da ein Auto schwebt. Ich will nix sagen, ne, aber... Ein Hund ist auch dabei. Aber ich glaub', der macht irgendwie den Zauberer hier drin. Kann ich da irgendwie... Ich muss das mal angucken, Alter. Muss mir das angucken, ey. Wie komm' ich da drüber? Nee, abbrechen. Unsichtbare Wand. Ach, wie ich das liebe, unsichtbare Wände. Bin doch hier nur drüber, mein Gott. Guck' ich hier drüber? Was ist denn das für ein Scheiß? Warum eben überall unsicht? Man kann ja nicht weiter nach oben. Konnte man damals auch. Und, äh, ranzoomen wär halt auch geil. Ähm... Fokus? Nee, ah, hier. Ist das, ist das... Soll das irgendwie ein... Soll das irgendwie jetzt ein Bug sein? Oder was ist da? Ich versteh's halt nicht. Weil hier ist kein Parkplatz für ein Auto, oder? Guck. Das macht nämlich keinen Sinn. Weil hier ist kein Tor, das du reinverkannst mit dem Auto. Ah doch, hier. Okay, das ist groß genug. Und er sollte, glaub' ich, hier unten stehen. Aber ich habe hier die Familie mit dem Hund und, äh, mit Essen und... einem Korb, der hier drin im Tisch drin ist. Und, ja, ein Hund. Ist aber optisch gar nicht mal so schlecht, du. Also für ein Rennspiel. Ich meine, die NPCs auch. Die sehen, äh, besser aus als in GTA teilweise. Also ich sag' jetzt nur teilweise, ne? Wobei, sie sehen eher Comic-mäßig aus. Guck mal, die riesen Augen. Das ist eher Comic-Stil. Ja gut, ich wollte noch mal gucken, was da drüben abgeht. Interessiert mich immer so, wie die Deaths da ihre Sachen zusammenbauen. Aber Grafik ist geil hier. Guck euch das bitte an. Das ist halt echt geil. Grafik gefällt mir sehr. Zehn von zehn Punkten. Bis auf die Bäume. Du hast dein Ziel erreicht. Wir haben dein Ziel erreicht. Gut schon da, so. Diesmal nicht das blöde Auto auswirken, sondern das Gute. Jetzt kommt nur irgendwann. Ja, hoffentlich. Kurz in die Luxemforza gefunden. Ja. Ist halt echt so. Okay. Cool, äh, mit Regen. Das heißt, wenn wir jetzt Slicks drauf haben, rutschen wir den ganzen Tag. Boah, das war schlecht gefahren gerade. Das war sehr schlecht gefahren gerade. Ist wohl nicht aufgepasst. Ja, ich rutsche ziemlich beim wegfahren. Ja. Aquaplane in Gefahr. Wie sieht, das ist ja auch schon. eping Gehirn dazu. Ja. Ja. Sch envolve tava immer mehr auf. Ja. 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 Das war schon. Ja. 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 Oh mein Gott, hab ich nicht gesehen. Egal. Ist nur voll drin. Also langsam ist mir schon etwas zu schwer mit den Autos zum Fahren, Alter. Ich glaube die Schwierigkeit ist auch schwer oder so. Es ist halt echt schwer, da jetzt mitzuhalten mit meinem Fahrstil. Mit meinem Nicht-Voraus... Ja, das war jetzt alles für die Katz. Ich muss glaube ich 10.000 mal zurückspulen, ist auch nicht besser. Mein Fahrstil ist ja gerade nicht der Beste. Leider nicht so der Profifahrer, aber deshalb ist es vielleicht besser, die Schwierigkeit etwas runterzudrehen. Weil, Alter, das nimmt jetzt schon ganz schön viel, ich muss mir da übelst konzentrieren, dass ich hier keinen Scheiß baue. Dass ich da irgendwie auch mal überholen kann. Ich lasse mich auch nicht. Ha, 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 Ventador. Alter, was drückst du mich rein, du Pisser? Dieser blöde Ventador da vorne. Haut er mich da nochmal in die Bande? Weißt du, ich wollte ihn eins auswischen, er mischt mir eins aus. Unfair. Jetzt wünscht er das Ding auch noch. Hä, warum hat das... Ne, ne, das hat sich gelten. Warum? Ich habe schon gedacht, ich bin im Ziel. Weil das so reingegangen ist. Ich muss schauen, dass ich den Ventador in der Kurve da irgendwie noch kriege. Ich dachte jetzt, ich bin im Ziel, weil der so zugemacht hat oben. Was ist denn das? Der hat mich voll abgelenkt. Die macht das doch mit Absicht, dass man da am Ende verkackt. Schau mal, das ist dieser Rahmen hier. Der ist auf einmal eingefahren. Ohne Grund. Ohne Grund, einfach so. Ha. Habt er aber geholt. Aber jetzt wird es echt schwer, ne? Jetzt wird es, ähm... Wir haben festgestellt, dass du die Tuning-Einstellung von... Joa, gefällt mir nicht, oder? Gefällt mir nicht so, ne, Bruder? Bin ich voll scheiße. Was habe ich denn jetzt davon? Habe ich ihm jetzt einen Dislike gefügt? Das wäre schlecht. Meine Tuning-Einstellungen sind eigentlich eh gut. Ich bin damit zufrieden. Ich kann dich nicht klagen. Aber warum fragen die mich das nach einem Rentenalter? Die können das doch jederzeit einfach in der Bewertung machen. Einen Taycan hatte ich eh schon gehabt. Einen Taycan, oder? Die habe ich doch nicht schon bekommen. Einen Taycan. Ach, du, eine Verbindung mit einer Bocken. Das freut mich. Das freut mich außerordentlich, dass die Verbindung mit einer Bocken worden ist. Ich schau mal, was ich für eine... Oh, Automeisterung. Ach, wieder nur vier. Ich will dieses Super Wheels, den will ich unbedingt haben, Bruder. Wisst ihr was? Ich glaube, ich drifte einfach mit der Kiste. Wohl, wir fahren einfach schnell. Und kriegen wir nämlich so viel. Alter! Oh, jetzt habe ich aber einen Unfall gebaut. Das ist schlecht. So ist der neue Aufbau. Ey, ist ja voll geil. Macht ja voll fahren. Ich gucke dir das mal an. Ich muss das nur auf der Straße machen. Vielleicht glaube ich, dafür die gute. Ich will mich das aufleveln. Klappt doch. Alter, guck. So macht man ja voll geil die Dings einlösen. Wenn du willst, kannst du jede Herausforderung am Armaturenbrett anheften und deine Fortschritte verfolgen. Ich bin noch immer nicht so ganz warm geworden mit den Sachen, die ich alle einlösen kann. Ich habe eigentlich nur Fähigkeitsleid. Äh, Lied. Oh mein Gott. Fähigkeitsleid. Fähigkeitsleid. Was ist das? Tue Fähigkeiten raus. Dauert dieses Lied. Achso, okay. Dann kriege ich das Lied anscheinend. Okay. Ich muss einfach nur schnell fahren und will ich das ja auch, ne? Okay, ein paar Sachen mitnehmen. Und das Beste, was du machen kannst, ist immer schnell fahren. Ein paar Sachen mitnehmen. Ein bisschen Husten. Und ein paar Sachen mit. Alter, so klappt man ja voll. Wie? Muss einfach hier drüber fahren. Und jetzt einfach schnell auf die Autobahn. Los geht's, Luzi. Fähigkeitsleid. Wir haben ja richtig Cash. Ein bisschen Düften, wie ist das? 18.000 Punkte. Das ist schon mal sehr gut. Oh, jetzt haben wir... Ja, guck. Guck. So einfach machen wir das hier. Alter, guck, wie viele Punkte ich bekommen habe. Da scheppert's durch. Da scheppert's grad durch. Ihr könnt ja nachmachen, Leute. So einfach machen wir Punkte. Macht's gerne nach. Ich hab gerade zweieinhalb Punkte bekommen, Alter. Jetzt kann ich endlich den Superwheel Spin mir gönnen. Ja. Ja. Ja, der Superwheel Spin. Was krieg ich denn geiles? Hosen. Ich hätte fast Naturkniestrümpfe bekommen. Ich hab Scheiße bekommen. Ich bekomme gerade so nur Geld und, äh... Autos, die ich jetzt nicht so hart feiere. Schau mal, da unten wäre ein geiler BMW M5 M3 gewesen. Was bekomme ich? Ein Ford Mustang? Ja, geil. Na ja, immerhin etwas. Ich kann das ja mit anderen Autos auch machen, oder? So krieg ich das easy-peasy hin. Fuhrpark, Automeisterung. Aber zwei hab ich ja noch frei. Äh, ja gut, da brauch ich aber viel mehr. Kampagne, Abendol von Horizon brauch ich jetzt nicht. Ich tu mal Auto wechseln. Ich probiere mal, ähm, mit der Force Edition. Äh, ob ich da auch sowas schnell freischalten kann auf die Schnelle. Weil das ging jetzt voll easy. Ich hab einfach mal zwei, äh, drei Punkte bekommen. So. Wenn ich hier jetzt ein bisschen Drifti-Mifti mache. Und man kennt den Drifti-Mifti. Und jetzt, was ist denn hier? Bisschen hier Offroad. So, ein bisschen was kaputt machen. Also Offroad, dies, das. Ananas. Ananas, Ananas. Guck mal, hier ein bisschen kaputt machen. Du machst ja voll schnell Punkte, Bruder. Einfach mit endloser Geschwindigkeit ein paar Bäume überfahren. Und das geht alles. Nur aufpassen, nicht in die großen Bäume fahren. Ist, glaub ich, das Ding weg, ne? Jetzt fahren wir nochmal zurück. Ja, voll schnell Punkte, Bruder. Einfach da drüber. Einfach überfahren die Sachen. Und ein Sprung auch noch geil mitgenommen. Also, so einfach ist, Punkte zu farben, hab ich mir auch nicht gedacht. Guck. Direkt alles wieder mitgenommen. Und gerade hier wieder alles mit. Guck. Guck mal, der wird mal aufboosten, das Ding. Mit so einem Wheelspin nach oben. Aber hier gibt es keinen Super Wheelspin. Es gibt nur einen Wheelspin. Aber den hole ich mir trotzdem. Äh, wie macht ihr das immer, Leute, wenn ihr solche, äh, Punkte sammelt? Ich finde das jetzt bis jetzt die geilste, die einfach hier rumgurken. Guck mal hier so. Ey, das geht ja voll, voll klaro. Einfach hier so ein bisschen rein driften. Ja, ich bleib jetzt hier drin, in dem, in dem Düfter. Ah. Ja, das macht ja nichts mehr. Über 27.000. Boah, Alter, das gibt's. Ich habe einen kleinen Strich hier noch bekommen. Schauen wir mal, äh, Automeisterung 5. Habe ich mal den hier unten? Achso, brauche ich noch ein bisschen mehr. Zwei Punkte habe ich. Ein bisschen mehr Röme. Achso, brauche ich mich noch nicht mehr. Ja. Ja, wer sich nur immer fragt, was ich gerade mache, Punkte sammeln, dass ich wieder drehen kann. Ich habe irgendwie Bock auf Drehen. Alter, hier zu driften, das gibt Kohle ohne Ende, Bruder. Kann ich den ganzen Tag machen. Die Kegurusprung auch noch mitmachen. Zerstörung. Ja, hier nochmal ganz viel Zerstörung mitnehmen. Wir nehmen mit, was geht. Oh, was war denn das? War es gerade ein Esel? Das ist doch ein Esel, ein kleiner. Oh, ist ein Esel, wie süß. So schon 50.000 mal 5, Bruder, das wird heftig. Muss ich zerstören. Ja. Die Zerstörung funktioniert sich glaube ich am meisten so. Oh ja. Ultimative Zerstörung. Jetzt nochmal einen Düft reinballern. Jetzt wird es langsam schwer, das noch zu halten. Aber wir schaffen es noch. Ich probiere mal auf 60. Ah, als äh. Aber ey, der Spot dafür ist richtig gut. Da kannst du richtig gut abfarmen. Er ist gut gewählt. Mal Zerstörung. Jetzt sind wir gleich auf 60.000. Mal 5. Ja. Den lass immer durchgehen. Ob ich da mit dem Drifter was hinbekommen habe. Ich glaub nicht. 303.000, Alter. Uhuhuhuhu. Mal 6. Ey, so schnell kann man aufleveln. Ist ja heftig. Bist du deppert. Das war jetzt was. Oh, ich muss jetzt erst das Ding hier kaufen. Stimmt. Jetzt kann ich mir das direkt leisten am Reelspin. Geil? So holt man sich die Reelspins, Leute. Einfach ein bisschen rumgurken. Ui. Guck. BMW 2011 X5 M. Ja, bringt mir relativ wenig, weil ich den Spezialen M5 habe. Aber okay. Trotzdem danke. Gut, jetzt hab ich das auch fertig. Bin nicht glücklich. Und als man so schnell an Punkte kommt. Einmal ein bisschen driften. Ein bisschen sachte umfahren. Was war euer Rekord, Leute? Schreibt mal rein, was euer Rekord ist. Ich suche aber mal mein Fahrzeug wechseln. Aufwechseln. Der fährt sich hier jetzt richtig kacke. Mit was bin ich noch nicht gefahren? Ach, den wollte ich mal testen. Den hier. Der geht ja richtig absicher. So, ja, okay. Pascal M. fragt. Servus, Zyron. Bist der Beste. Wie wäre es mal auf RLU Korrupter Cop zu spielen? Herzlich grüßen. Grüße gehen raus an dich, Pascal M. Leider geht das nicht. Korrupter Cop. Was gegen das Regelwerk wäre. Aber, äh, ja. Wenn, dann würde ich Cop einfach Legend spielen. Könnte der so schnell sein, der Wagen. Super Van. Der fährt sich aber geil für den Van. Der fährt sich wirklich gut. Die Frage ist, wie schnell fährt denn die Kiste? Das würde mich interessieren. Fahren wir mal auf die Autobahn damit. Wo ist denn die nächste Autobahn? Ah, da ist die Autobahn. Wir fahren mal da rauf damit. Auf die Autobahn. In 200 Metern rechts abbiegen. Aber das ist ein Special Mobiles, ne? Den kannst du nicht so einfach bekommen. Rechts abbiegen. Ich schau den GT40 an. Der ist 11 Millionen wert. Echt jetzt? So viel? Und ich habe den bekommen? 100.000 Punkte mit Glitch ist mein Rekord. Echt? Oh, 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 oh. Reelspin bekommen. Ich habe Reelspin bekommen. Warum will ich jetzt einen Reelspin bekommen? Weiß keiner, ne? Reelspin. Hose. Hose. Ah, schon wieder. Oh. Ja. Ist ja. Ja, ist auch okay. Ich glaube, den Wagen musst du richtig ausfahren, dass der mal Speed hat. Alle Häuser sind Graz mit Paket. Ach so. Deshalb stand da neu. Ich hätte es einfach so kaufen können. Oh, geil. Gut, danke. Danke für die Info. Das heißt, ich kann mir jedes Haus einfach so gönnen. Ey, dann zahlt sich das Paket aber aus für 100 Euro. Wenn du alles bekommst, direkt. Oh, was hab ich da? Scheiße, überhaupt nicht. Rute wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Oh, 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 oh. Hallo. Oh, hallo Traktor. Kleiner roter Traktor. Ist das ein Mie? Was ist denn das hier? Boah, Alter, wie gern würde ich die überfahren. Hä, warum? Warum, zum Teufel, winken die ihrem Gewächshaus zu? Was soll denn das? Hä, was? Was ist denn falsch mit dir? Was bauen die denn hier drin an? Egal wird das 100 Euro nicht sein, was die da anbauen und so sind. Im Gewächshaus erstmal winken, winken. Winken sie nicht zu, übrigens. In 400 Metern schaum links abbiegen. 2 Millionen auf der Autobahn. Boah. Falsche 2 sind nicht besonder. Ah, danke für die Info. Danke. Ciao. Schaum links abbiegen. 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 Van mit wie viel kmh? Wenn er 300 fährt, dann esse ich ein Pferd. In 200 Metern schaum links abbiegen. In 200 Metern schaum links abbiegen. Schaum links abbiegen. Man ist jetzt ungetunt, ne? Und so ist schon okay. So ein Van ungetunt. 230 ist drin. In 100 Metern schaum links abbiegen. Den GT werde ich nochmal angucken. Bei nächster Gelegenheit wenden. Schau mal den GT mal an. Den habe ich ja im Fuhrpark drin. Äh, der ja sauviel wert sein soll. Oh, schau mal. Der ist ja 500.000 wert, ne? Einer hat gesagt, ich habe ja den, äh, Dings bekommen. Elf Millionen, Alter. Du hast recht, Bruder. Elf Mille? Pistotepper, den habe ich bekommen. Ich habe mich gar nicht so gefreut. Ich habe mich ja gar nicht so gefreut. Ah, jetzt freue ich mich aber, dass ich den gekommen habe. Den, äh, äh, hier. Den Ford. Ford GT. Ich meine, ich weiß, dass Ford GTs die originalen Sündorf teuer sind. Aber im Spiel einfach mal Elf Mille ist halt... Boah. Das ist aber schon jetzt geil, ne? Elf Millionen, wenn ich den verscherbe. Ford GT. Ich bin jetzt kein Ford GT Fan. Also wenn ich den verscherben sollte, einfach Elf Mille auf Kralle kriegen, hätte ich mir alles kaufen gefühlt. Boah. Ja, der goldene Ferrari ist 30 Mille wert. Ja, aber alter Bruder, ich habe den einfach gezogen und habe mich gar nicht gefreut. Ich wusste gar nicht, dass da so viel wert ist im Spiel. Ich wusste halt, im Real Life ist der Wagen ja unbezahlbar, ne? Aber in Forza sind die Autopreise so unterschiedlich, du weißt einfach nicht, was was wert ist. Aber alter, Elf Mille? Boah. Bruder. Soll ich den verkaufen oder soll ich den, äh... Das ist auch nicht. In 200 Metern, scharf links abbiegen. Ah, ist halt... Ja, ist halt zum Protzen, ist halt geil, aber sonst... In 400 Metern, scharf links abbiegen. Ich bin halt kein Fan von dem Auto. Scharf links abbiegen. Am Ford GT. In 400 Metern, scharf links abbiegen. Du bist jetzt einmal leise Navigation. Kannst du mal ein Ford Mustang GT kaufen, bin ich auch nicht so Fan von. Also ich bin insgesamt vom Dodge Charger vom alten finde ich sehr geil. Dodge Charger finde ich sehr... Oder Challenger finde ich geil. Ich bin so nicht der Ford-Fan, muss ich ehrlich gestehen. Deshalb kaufe ich mir auch keinen Ford. Verkaufen. Ja, ich finde auch. Der ist halt... Warte, schau mal. 1,5... Wenn du denkst, der Wagen hier. 1,5 Mille. Der einfach 11 Mille. Das ist unglaublich viel. Was haben wir hier noch? An denen? Ja klar, 250. Guck mal, der auch 500k, der Wagen. Aber ich meine, 11 Mille, Bruder. 11 Mille. Da haben wir wirklich gefühlt das Golden Ticket gezogen vorhin. Für 11 Mille, Bruder. Warte, was war da? 2 Mille? Irgendwas für... Ah, hier. Ja, 2,8 Mille ist der hier wert. Aber den habe ich ja über das Ticket gekauft. Für diesen einen Free Spinner. Aber, Alter, für 11 Millionen, Bruder. 11 Millionen? Da haben wir was Gutes gezogen. Da haben wir was richtig Gutes gezogen vom Reelspin. Gott, kann man eigentlich Reelspins kaufen? Das ist ja irgendwie geil. Aber wisst ihr was? Wir schauen mal kurz in den Fuhrpark. Ich würde... Äh, nicht Fuhrpark. Ich fahre mal in den gebrauchten Autos und so. Ich würde gerne schauen, was es so für Autos noch gibt. Die wir uns vielleicht kaufen können. Willkommen zurück, Kurt. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Hier ist mein... 370. Was könnten wir uns für 20 Mille alles leisten? Ey, wir können uns alles leisten gefühlt für... Also, 11 Mille. 20 Mille habe ich schon im Kopf gehabt. 11 Mille. Ich will nur gucken, ob es BMWs gibt neue. M5218. Das sind alles die alten Modelle von BMW. Warum denn eigentlich? Ich glaube, das sind alles die alten Modelle. Also hier 2014, 16, 19. Aber keine 2020 Modelle aufwärts so. Bin ich ein bisschen schade. So, der neue M3 wäre richtig heftig, wenn die den drin hätten. Vielleicht haben die den auch drin. Vielleicht findet man den halt hier nicht. Oh, guck. Wir könnten uns den alten Bugatti holen. Das ist so aus meiner Kindheit der Wagen. Der schnellste Wagen damals so gefühlt. Hmm. Oh. Das Sand. Den holen wir uns. Schau mal. Challenger. Den finde ich geil. Ich finde Challenger ist ein geiles Auto. Oder hier. So einen alten Challenger ist auch geil. Das ist ein geiles Army Auto. Und sonst den Charger hier. Den. 69er Charger. Genau. Der ist richtig geil. Also wie gesagt. Die alten. Ähm. Finde ich sogar fast geiler hier. So einen alten Charger ist halt. Joa. Hat schon was. Ferrari. Das ist 502,7. Ey. Wir könnten so fett viel leisten, wenn wir den verkaufen. Wir könnten so viel leisten, wenn wir den für 11 Mille verkaufen. Guck. Den haben wir. Für 500.000 in Besitz. Aber brauche ich eigentlich nicht. Finde ich unnötig. Gratis. Achso. Okay. Aus dem Pack sicher. Auch gratis. Es ist aus dem Pack. Genau. Honda Civic. Type R gibt's. Ach. Der ist der alte. Der so langsam war. Den haben wir gekauft. Ich weiß noch. Da war ich richtig mad. Weil so langsam war der Wagen. Im Besitz für 50k haben wir den. Aha. Genau. Hier haben wir den. Den. Jesco gekauft. X-Programm. X-Programm. Gibt's auch noch. Der Lambo. Es kostet hier der Lambo. Performante. 2018. Aventador. Kostet gar nicht so viel hier. Ah. Der kostet viel. Den habe ich letztes Mal gezogen. Im vierten Teil habe ich den gezogen. Da habe ich sauviele Lambos gezogen. Oh. Bin gar nicht so der Lambo Fan an sich. Ein Lexus. Der. Gegen den habe ich vor ein Rennen gefahren. Gegen den hier oben. MX-5 war das ja. Kein Miata. Hier ist der Miata. Ja. MX-5. Oder war das. War das jetzt der hier. Oder war es der hier von vorne. MX-5 von 2016. Oder MX-5 Miata. Vom letzten Rennen. Weiß ich gar nicht. McLaren. Ja. McLaren finde ich irgendwie auch. Relativ nice. Alter. 15. 15 Taus. Äh. 15 Taus. 15 Millionen. Bruder. Was ist denn da los? 15 Mille. Ich überlege glaube ich mir ein Auto kaufe. Ich meine 635.000. Wir könnten uns ein. Ich brauche mal was für Offroad fahren. Oh. Mitsubishi Eclipse. Geil. Ich überlege. So ein Evolutioner. Schon geil. Warum ist der selten und der gewöhnlich. Kann man nicht mehr aufklären. GSR 2008. Und der ist von äh. Willkommens. Pack. Gewöhnlich. Ach deshalb vielleicht. Weil der einfach im Willkommenspaket drin ist. Habe ich aber schon im Besitz. Aber den schaue ich mir mal an. Farben. Oh. Oha. Die Police Aufschrift. Den darf ich mir mal angucken. Oh schon geil. Horizon Police. Forza Horizon Police. Aber ich den jetzt kaufe. Dann äh. Ja. 43.000. Ich kaufe den einfach. Ich brauche irgendwas zum Offroaden. Ich hole ihn mir einfach. Why not. Finde ich ist ein geiles Ding. Gut. Äh. Die haben wir jetzt gekauft. Und sonst schaue ich noch mal durch. Alter Bugatti Maron. Hm. Was kosten der? 2,2. Chiron kostet 2,4. Und 3 kostet der Dior. Ferraris haben wir ganz viele. Aber. Gibt es hier irgendwo noch. Ah. Hier. G-Klasse. Wir haben gemeint. Ich soll mal eine G-Klasse holen. Fürs Offroaden. Schade, dass man die Autos nicht Probe fahren kann. Bevor man sie kauft. Das wäre nämlich geil. Bei manchen Dingern. Oh. Das wäre auch jetzt nice. Ein GTR holen. Den neuen oder den alten. Oh. Da musst du gar nicht mehr. Musst du gar nicht mehr so heftig viel bezahlen für den Wagen. Kann sich tausend Euro. Vielleicht schalten wir den frei. Ach. Hier ist der, den wir. Für 1,1. Der legendäre. den ich letztes Mal gewonnen habe. Der ist richtig nice. Den konnte man nur freischalten, wenn man den gewinnt. Gewöhnlich. Ach. Den habe ich im Besitz. Den besseren. Mit 900. Okay. Selten. Ein Porsche Spyder. Ja. Der ist, mit dem habe ich vorhin ein Rennen gefahren. Der war ohne Witz. Ich glaube ich habe hier von sau vielen Autos einer sehr teuersten Autos erwischt. Mit dem GT vorhin. Wie ist das? Der wird. Die 11 Mille das Ding wert. Boah. 30. Alter. Also da gibt es so auch. Ja. Einen Shelby. Für 30. Also. Nicht nur der. Goldene. Dings. Ne. Nicht nur der goldene. Ferrari. Golf könnt ihr mal gucken. Alter. So ein. Ist ja immer geil. Ein R32er Golf. Oh. Corrado. Wie schön. Chirocco. Haben sie den neuen Chirocco? Ne. Ah doch. Hier. Ich fand Chirocco immer ein geiles Auto. Ja. Eigentlich bin ich jetzt mal alles durch. Aber man kann glaube ich unter. Mal gucken. Auktionshaus. Im Auktionshaus werden Autos beim Festival an und verkauft. Wenn du hingehst nimm mich mit okay? Ich liebe dieses Zeug. Ich. Ich. Weißt du was. Ich starte mal eine Auktion. Ich schau mal was ich dafür bekomme. Keine Auktion gefunden. Versuch's bitte später erneut. Achso. Gibt's das noch gar nicht. Kann ich noch. Achso. Auktion starten. Aber meint. Hat nichts gesagt. Weil dann würde ich den versemmeln den Wagen. Weil ich brauche ihn nicht. Äh. Ich bin jetzt kein Fan von der Kiste. Haben wir 11 Millionen. Wobei soll ich jetzt. Äh. Wobei. Ich schau erstmal rein. Vielleicht gibt's irgendwas was mich übelst interessiert. Dann verkaufe ich den. Ich such mal ein bisschen. Ähm. Auktionsalarm. Schau mal rein. Was es gibt alles. Sie haben keine Nachrichten. Nein. Wo kann ich äh. Die neuesten Auktionen gucken. Das gehe ich einfach beliebig. Scheiß drauf. Was die Leute so verkaufen. Und verscherbeln. Oh. Ein DeLorean. Für. Na gut. Wenn ich jetzt mitbiete. Bin ich sowieso weg. Endet bald. Wenn ich da jetzt mitbiete. Ist der eh schon weg. Wegen Streamingverzögerung und so. Sofort kaufen. Ja. Ja. Wurde beendet. Komm. HDF Bruder. HDF. Ja. Aber doch. Gibt's schöne. Boah. Gibt's da irgendwelche speziellen Autos Leute. Gibt's irgendwas was spezielles. Weil ich. Ich seh jetzt nix spezielles. So. An sich. Außer jetzt den DeLorean. Da vorhin. Und ich seh nix was spezielles. An sich. Hm. Weil das sind so alles Autos. Die man so kaufen kannst. Ne. Ich glaub. Die. Die. Haltest du alle so frei. Ja. Muss mal restarten. Die Auktion. Sonst äh. Warte mir die ganze Zeit durch. Endet bald. Ist das nicht so wie im alten Forza Ryzen 4. Wo du die Autos äh erstmal. Beischalten musstest. Schau mal. Ob ich ihn sofort kaufen kann. Ja. Alter. Die BW. Es wird immer direkt alles gekauft. Bruder. Haha. Ich sofort kauf. Geht nicht. Ne. Aber äh. Beim. Beim alten Forza. War's ja so. Da gab's ja diese speziellen Autos. Vielleicht. Ich such mal. Ich such mal. Vielleicht kann ich das hier einstellen. Modell. Beliebig. Äh. Fahrzeugtyp. Vielleicht. Äh. Kann ich hier irgendwie einstellen. Ne. Ne. Performance Klasse. Ist egal. Modell. Beliebig. Maximal Kauf. Ne. Alter. Damals gab's das nämlich. Da gab's so viele Autos. Die du so nicht bekommen hast. Die musstest du erstmal freischalten. Und konntest sie dann verkaufen. Ne. V-Spec 2. Der ist doch nicht so viel wert. Bruder. Der hat so keine 313k wert. Der 2. 2002 irgendwas. V-Spec. Probier mal halt. Ob ich kauf den jetzt nicht. Oh. Ja gut. Irgendwer hat eh mit geboten. Wird schon passen. Haha. Ich dachte wird jetzt eh weggekauft. Äh. Sie haben dieses Auto. Sie haben das. Okay. Äh. Was hab ich jetzt gekauft. Habe ich jetzt ein GTR. Einen seltenen GTR gekauft. Für 313.000. Ist aber das jetzt ein schlechter Deal von mir. Ich hab gedacht ich kaufen. Einfach weil er da drin steht. Für so viel ne. V-Spec 2. Habe ich zu viel dafür ausgegeben. Ich hoffe nicht. Warte. V-Spec 2. Ähm. Selten. Klasse S2. Ist das ein anderer als im Dings vorhin. Das muss ich jetzt mal gucken. Hören wir mal Automesse. Nissan. Weil der war doch auch da der Skyline. Wird jetzt einfach mal als Choke probiert den zu kaufen. Weil der eh eh fast ausgelaufen ist. Ich hoffe ich wurde jetzt nicht komplett über den Tisch gezogen Bruder. Ähm. Achso. Ja. Gut. Ah. Ich werde den mit Tuning gekauft haben. Deshalb. Die gibt es hier auch. Für 63k. Okay. Ich habe den einfach mit Tuning gekauft. In Besitz. Ist hier voll abgezockt. Ich wurde 100 pro abgezockt. Ich schau mir das jetzt schnell an in meinem Vorpack. Meine Autos. Aber der hat die Lackierung wenigstens schon drauf. Äh. Ja. Ich gucke mir mal an. Ich steig mal ein. Ich lass einfach die Lackierung drauf. Ich find die geil. Aber der Spoiler fehlt hinten. Aber so ein schickes Auto Bruder. Schickes Auto. Ähm. Dann werde ich ihn mal herrichten bisschen. Mein Fuhrpark. Ja. Nein. Ich bin ja schon in meinem Auto drin. Ich muss mich nur reinsetzen Bruder. Ich bin noch schon drin. Ich bin noch schon drin. Ich will ja nur. Ähm. Achso. Ich muss da raus. Weil ich nicht in meiner Garage bin. Ah ja. Da war ja was. Kannst du bitte die Pfeile am Boden ausmachen. Dafür. биbleiben. Wo soll ich die ausmachen. O. ALTER. T Gesicht. Ok. R34 GTA haben uns auch gegönnt. Jetzt muss ich den nur noch herrichten. Und dann bin ich zufrieden. Ääh. Ok. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte endlich in die Junont Garage. Nach Hause. Aber ich habe einen boll. Weers Bin frei! Warum hab ich einen Weers Bin frei? Wo kommt der denn her? Aber hallo. Oh, 200.000 Dings wiederbekommen. Geil. Das ist ja viel, Bruder. Holy moly. Wird nix sagen, aber geil. Geil. Ich freu mich. Sonst freu ich mich nicht so. So mein nach Hause. Ja, ich ja, dann fahre ich halt nach Hause. Ich würde nämlich gerne mein Auto nochmal schön herrichten. Boah, geiler Screenshot. So, und jetzt nochmal Fuhrpark. Meine Autos. Ah, da war es doch. Upgrade. Upgrade und Tuning. Hier wollte ich hin. Ich wollte schauen, was der alles verbaut hat. Hat der eh alles verbaut, ne? Der hat nix verbaut davon? Was? Hä, wo soll ich denn so viel Geld bezahlt? Was hat denn so viel Geld gekostet? Ich habe ja sauer viel Kohle für den Hobby bezahlt. Ja, geil. Hier hat er eine Leistungssteigung gemacht. Ich hätte ihn gleich eigentlich kaufen können. Ich glaube, ich wurde abgezockt durch das Gefühl. Irgendwas muss doch wert sein, dass der Wagen so viel gekostet hat gerade bei mir. Weil da hat schon wer geboten auf das Ding. Tuning-Einstellung finden? Ne, irgendwas muss doch da drin sein, dass der so viel wert ist. Das kann es doch echt nicht sein, Bruder. Muss doch irgendwas... Top Secret, genau. Da muss doch irgendwas drin sein, dass ich, äh, ne? In Besitz. Ja, geil. Danke. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich wurde einfach hart gerippt. Da kann ich nochmal, äh, dazukaufen, ne? Die Sachen. Ja, da ist nichts eingebaut. Die Lackierung. Ja, aber die Lackierung kann ich mir auch, äh, gratis, äh, for free drauf machen, oder nicht? Oder, oder wie ist das? Da bin ich komplett bescheuert. Ne, der hat den einfach... Ja, aber du kannst doch... Du kannst dich ja nicht so hochsetzen, den Wagen an sich. Es gibt ja ein Limit irgendwo. Ich glaube nicht, dass du den Wagen... Es gibt ja ein Limit, wie weit du den hochsetzen kannst. Und das war, äh... Kannst du mal nach hinten gucken, ob da was ist. Weil die Lackierung, die kostet nicht so viel. Kannst du auch, äh, von jemandem drauf machen. Weil ich dachte, der ist full getunt, der Wagen. Ich dachte, der wäre full. Also irgendwo muss da was sein, dass der so viel kostet. Irgendwo muss da... Der, der... Irgendein Haken muss ja sein. Ähm. Ja, warte mal. Der passt schon, der hier. Lass ich drin. Da muss ja irgendwo ein Haken sein. Ich hab nur keine Ahnung, wo. Wo ist das zurückgesetzt? Hab ich? Ne, weil die Tuning-Teile, die gekauft sind, die werden ja hier drin, ne? Im Besitz. Ah, war der hier auch hier im Besitz? Ach, deshalb. Nevermind, der war full. Ich hab nur vorhin, äh, den falschen Motor ausgewählt. Und dann, äh... Upgradet er dann wieder neu. Ja, natürlich. Ha! Nevermind. Dann hab ich den schon mit Tuning gekauft, ja. So, Manns. Ich hab den zurückgesetzt vorhin. Hast recht. Ne, das war halt der Motor. Aber ich hab zuerst Motor geguckt. Und dadurch, dass ich da was anderes einbauen wollte, ne? Zack. Und schon war es unten, ne? Ganz klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Ne, dann wurde ich nicht abgezockt. Dann war das Tuning schon da. Möchten Sie eigentlich schon installieren? Ja. Jo, bitte. Von... Jo, passt schon. Hab ich mich doch, äh, nicht lumpen lassen. Ich dachte schon. Da bin ich doch glücklich damit. Ähm, dankeschön. Ghost MVE-Hackzone gibt es, äh, ein AFK Credits mit XP von Enforza. Ich such nach... Äh, achso, ja. Ich weiß auch, ich glaub, du kannst so mit dem Auto kannst du ja AFK fahren gehen, ne? Irgendwie so. Irgendwie auch, ob oder der Spaß ist am Spiel an sich. Ich hab ja gerne mal Ausfahren in den Wagen. Jetzt mal die nächste, äh, Dings. Ah, eh da oben. Da fahr ich nur grad in die falsche Richtung. Einmal ohne rechts und dann geht's los. Yes. Äh, Golden... Ne. Gurtmairn war 3, 23. Äh, moin, die wir uns Teams und ich hab eine Frage und ich... Und zwar, wie kommt am besten... ...vom Alk weg? Da fragst du ihn falsch und ich hab noch nie, äh, mich betrunken oder sowas. Ich bin, äh... Also mit Alk hab ich Null zu tun. Da kann ich dir leider nicht helfen. Hm. Joa, geht. Nicht der Schnellste, aber... ...die Optik macht's halt alles mit dem Wagen. Die macht's doch wieder gut. Du hast dein Ziel erreicht. Boah, geil. Fährt er 300er Wagen? Joa, der fährt 300. Hab nix gesagt. Der sechster Gang, den fahr'n wir jetzt aus. Bergauf sogar. Der dreht ja immer noch weiter. Das hält er. Der dreht immer weiter hoch. Ich meine, der braucht nicht lang, bis er mal auf, äh, die Geschwindigkeit kommt. Aber trotzdem, äh... Was war das jetzt gerade? Hä? Hab... Habt ihr das gerade gesehen? Die Bremsspur? Wird er abgebremst. Hier. Äh, scheint auch ein Bug zu sein. Gar, ich wollte ihn nämlich grad schön ausfahren. Danke für diesen tollen Bug, Bruder. Ich wollte ihn nämlich gerade ausfahren. Hätt nämlich immer weiter gedreht und auf einmal steh' ich da am... ...am...am...am...am Abgrund. nichts gemacht, gar nichts jetzt darf ich nochmal ausfahren gehen weil ich will sehen was Endgeschwindigkeit ist also Final End ja das Game hat noch seine Bugs das merkt man schon hart allein dass mir vorhin der das komplette Game weggecrashed ist das war auch nicht so schön ja da kann ich nicht ausfahren da ist ne Kurve muss immer Retour fahren jetzt fahre ich wirklich aus die Kiste Schallmauer ja bekannter Park habe ich auch Ui ist ja hart nervig wenn du ein Auto lange aushauen musst die Mucke nach der Kurve schau mal dass wir ein Aushauen können das ist kompletter ja jetzt kann man ausfahren 3,50 3,55 3,56 5,57 aah 60 noch drin ja jetzt wieder weg auf 3,58 3,59 3,59 oh scheiße 3,59 war kurz drin da können wir vielleicht nochmal ein bisschen oh oh ja 3,60 3,61 huch alter wie lange dreht denn der aus 3,70 3,71 das Limit jetzt aber oder? jetzt geht nix mehr 3,71 mit dem GTA Bruder gibt ihr das wie der schon wie der schon am zittern ist der Wagen oh das gibt ein paar Points jetzt das gibt jetzt ein paar Points Leute die Boost mir noch ein bisschen auf die Points so ich blüße die heute noch auf Boni ansehen bin ich dabei oh danke für einen Boni was ist das für ein Ding? 3,71 kein Auto warum kein Auto? ist ja was steht hier? Trail was? ich sehs nicht Trailblazers das kann ich nicht hier machen nichts oder? also hier rauffangen vielleicht über einen Timemap oder so das ist das Starttor von einem Wegbereiter jetzt musst du es nur noch bis zum Zieltor schaffen auf auf ja gut wenn ich das gewusst hätte ich mein schönes Auto genommen was es gibt ne Wegbereiter gerockt ui wie was? ich liebe diese Veranstaltungen ich muss kommen ich hab auch sogar 3 Sterne bekommen Bruder hey Kurt ich hab Blaupausen für lauter neue Abenteuer und du hast Entscheidungen zu treffen nein muss ich nicht ich muss gar nichts blicken ach hier ist noch ein Blitzer den fahr ich aber auch noch durch hier den Blitzer wo ist er denn? warum seh ich den Blitzer nicht? aber hier ist ein Blitzer ne? ah ich fahr hier durch ein bisschen Schwung ach das ist so ein Blitzer Level wo ich hier den ganzen Weg durchfahren muss ah verstehe das machen wir mal mit einem anderen Auto oder? ja das machen wir mit einem anderen Auto ähm yes mit meinem Lieblingsmobil der Zeit wo ist er denn? wo ist er denn? da ist er da steigen wir ein schmackig durchfallen die falsche Richtung wie die Blitzer sind blitzerzone bleib auf der Straße und fahr mit Vollgas durch ach das ist ne Blitzerzone naja das wars jetzt das ich muss nur ganz weit zurück das äh peinlich das hat nie so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe es gibt jetzt auch ne dicke fette Anzeige wir fangen mal mit dem ganzen Weg nochmal zurück sag dich nicht bleib auf der Straße und gib Vollgas bin ich doch dabei? ich bin ziemlich sicher ich hab da extra Zug gespürt ist das gut oder schlecht? wenn das jetzt nicht gut war dann weiß er auch nicht ja guck geht doch der meiste was mir auffällt wir können bei dem einen Auto wenn wir das wechseln äh was ist er denn? oha ich hab den den hab ich auch bekommen war geil hab ich gleich gesehen ähm ich würde den gerne mal Probe fahren wie der Offroad fährt und warte hab ich den jetzt zweimal ich hatte den schon die ganze Zeit drin oh mein gott ich hatte den schon die ganze Zeit drin ich hab den jetzt zweimal uff ja gut ich hab nichts gesagt ich hab den schon im Besitz ja moin ok einsteigen ja den wollte ich nämlich schon mal Offroad fahren mal testen wie der ist aber bitte Tiger in Speed Glitch ich hab keine Ahnung wie das funktioniert wieder eine Boni verdient einfach fürs Einsteigen anscheinend oh ich hab ein Wheel Spin bekommen warum krieg ich immer erst wenn ich ein neues Auto einschalten bekomm ich Wheel Spins versteh oh ein Tanktop jetzt hab ich mich ausspinnen lassen na gut das äh ja 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 200.000 da bin ich froh da kann ich nicht äh maulen drüber ich hab mir ganzes Geld wieder was ich vorhin ausgegeben hab danke mach mal auf den Tiger ein Speed Glitch tun drauf soll ich wirklich machen? ich weiß halt nicht wie das funktionieren soll ne wenn ihr mir das erklärt wie das geht dann mach ich das gerne dann kann ich das gerne mal testen Müsst ihr mir halt sagen wie das funktioniert Leute ich frag mich hier gerade schön ein scheinbar komm ich da wieder rauf oder komm ich da wieder rauf Hadoop sind da unten komm gleich runter zu dir oh 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 das erinnert mich grad so ein bisschen an die Schaukel in GTA 4 gleich probier's mal geht das dir? das glitscht hier so ein bisschen ich steck fest ich muss hier raus ich komme nicht mehr raus super ich steck hier fest danke Bruder OPPO Superstar Alex ist beschäftigt aber ich soll dir ausrichten dass es einen klassischen Offroader in einer Scheune beim Festival gibt ja das ist sehr schön dass es dort einen ach ich komme hier hoch ich steck gerade wieder abonniert aber nimm dich auf einen anderen Account schon seit 4 Jahren die Mail raus nach Doppelabonnent also wenn schon aufrodern möchte ich ne ich überleg nur ähm weil die Leute sagen ich soll den Taikan zu Gas und Bremse 5 Minuten gedruckt halten und werden sie loslassen 5 Minuten ne oder äh ich probier's mal wehe es stimmt nicht dann äh bin ich endsmet ne ich probier's mal schnell Autos ähm ich habe den Taikan den guten den guten alten Taikan ich mach den halt Full Tuning ne wenn es ok ist für euch ich mach den halt Full Tuning steig mal ein ja ich mag den Taikan zwar nicht so geil aber Taikan Glitch wird heute Nacht gepatcht dann schauen wir das wir den noch hinbekommen also Taikan mache ich jetzt auf äh ach das muss ich aber schnell machen ne Autotune ne ich muss nach ich muss nach Hause ich will nach Hause wo komm ich hier nach Hause sag mal hehehehe ich will nach Hause kommen ey Bruder ne nicht meine ich will nach Hause hallo Fuhrpark Auto wechseln Autotune Neues gebraucht ne ich will nach Hause Bruder ah da muss ich glaube ich hier drauf ja da geh ich halt hier zurück Stritzi hey Kurt danke für den Zini der Stritzi ist auch dabei schau Liebe geht raus Liebe geht raus an den Stritzi ja ja gut machst du das ja der Stritzi so und jetzt kann ich den Tuden ne ich bin immer ah hier Upgrade und Tuning ich komm da immer komplett durcheinander so da mache ich jetzt Auto Tuning finden Tuning Einstellungen finden ich schau einfach dass ich stellen Tuning drauf klatscht das einfach gut ist ah schau das 620 kmh tune das hau mal drauf das ist das Richtige Herunterland und installieren 5000 Dollar kost das sicher mit ganz Tuning so kaufen nein es gibt online fertige Tuning muss das Richtige finden ja hab ich grad schon gefunden schon gefunden und dann äh kann ich damit den Wagen ausfahren sagt ihr dann fahren wir mal Richtung Autobahn wenn das stimmt Leute dann küsse ich euer Nacken und dann muss ich jetzt den Speed Glitch muss ich machen indem ich einfach auf den ok der fährt sich ach du Scheiße der fährt sich auf ein Stück Scheiße an der Handbremse drauf bleiben wie gesagt ne ja gut das macht nur nichts äh einer hat es richtig erklärt lass mich euch gucken der Rodin hat es richtig erklärt Rodin schau mir die Nachricht an du musst den Speed Glitch nachher Handbremse und Gas halten für 30 Sekunden und dann lässt du Handbremse los danke Bruder danke werde ich so machen 30 Sekunden Handbremse halten dann testen wir das mal ob das funktioniert also Speed Glitch laut äh den Leuten soll das funktionieren das Thuring hab ich schon mal gekauft so pass auf jetzt machen wir das Handbremse halten so lass ich den mal 30 Sekunden halten hab ja gesagt ne und dann und dann soll ich loslassen nach 30 Sekunden ich lass mal einen Timer mitlaufen so also wenn das stimmen sollte dann grüße gehen raus an Herrn Speed Glitch so ich schau mal Timer gut gleich sind wir so fertig gehen sind wir fertig ich hoffe das funktioniert noch Bruder ich hoffe das funktioniert noch ich hoffe ich mach es auch richtig ich halte gerade Handbremse und drücke auf Gas müsste jetzt gehen scharf links abwägen sagte würde abwägen Scharf links abwägen scharf links abwägen Wie war das bestimmt auch não nicht scharf links abwägen in 400 Meter Scharf links abwägen Scharf links abwägen sieht aber Harterbach aus schaffen wir nicht 435 bin ich in 200 metern scharf links abbiegen es geht nicht ich glaube ich muss länger drauf bleiben oder so das tuning habe ich gekauft das das 600 km h tuning oder sie haben schon gefixt das kann auch sein jetzt bin ich keine ich fasse uns noch mal die die runde hier zurück machen wir nach zwei bis fünf minuten ok ich mache mal zwei vielleicht muss ich einfach länger drauf aber er fährt sich schon sehr schnell also langsam ist er nicht dieses scharf links abbiegen jetzt reicht es aber prinzessin es ist ein connection deshalb probieren wir das jetzt auch hinzukriegen du musst im zweiten gang gas geben brauchst manuell im zweiten gang danke an die lieben netten leute die mir das gerade sagen manuelle steuerung sagt ja keine tasten belegen wo ist das unter schwierigkeit müsste es sein das ist doch einstellungen oder dann schwierigkeit wo ist es denn schwierigkeit so und da muss ich dann die schaltung auf handschaltung machen genau weh das stimmt nicht du musst manuell zweiten gang machen so war der zweite gang oh das war jetzt falsch ich weiß nicht wie ich den zweiten gang mache ja foto muss verlassen bitte unten links am verlassenen flughafen soll ich am besten sagt wer verlassener flughafen der hier ist doch nicht so lang guck mal wenn ich hier lang fahre wie was ich hier für einen weg noch habe guck hier verlassener flughafen ist nicht so lang die strecke gut dann teste ich das mal naja einer sagt sagt dass er nicht benutzen will ja wenn er gepatcht wird dann teste ich den jetzt noch gerne aus bevor er gepatcht wird muss ich nur schauen dass ich mach mal die mucke aus genau die mache ich am zweiten gang ah hier retourgang ja den würde ich jetzt nicht hier zweiter gang und so dann drauf bleiben aus dem zweiten gang schon raus oder kommt die musik her sie hat ne hupe oder so ok dann warte ich noch mal ein bisschen sonst schalte ich mir ein video an wie das funktionieren soll aber ich lass mal eine minute im zweiten gang drin die musik also ich bleib im zweiten gang drin wichtig ist auch links abzubiegen hast du recht was lass ich das mal zweiter gang ist drin und den lass ich auch drin ok es sieht stark aus dass wir das sogar schaffen könnten im zweiten gang jaaa ich weiß nicht ich weiß nicht 600 schaffen wir damit grad nicht ne 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 der schafft keine 600 auf die art und weise Leute also irgendwas müssen wir noch machen ey Leute der ist ja im zweiten gang es gibt doch nichts größeres oder sollen wir das im ersten gang machen vielleicht im zweiten gang ist nix fährt gleich wie sonst guck mal der vor mir fährt sehr schnell ich glaub der macht das gerade wie schnell der fährt vor mir ne ich fahr 439 2 bis 5 minuten warten aber den zweiten gang wirklich drin lassen Leute oder ist das ein kompletter witz ich schau jetzt mal ich schau jetzt mal ich schau mal ob wie das geht ich will das jetzt echt mal probieren ähm schau mal mhm äh forza horizon 5 3 kannst du blitz ah 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 ja super vor einem tag hochgeladen so ach warte ich muss hier vielleicht das ach die haben das fenster aufgemacht wo man gucken kann wie lange es dauert bis er die ps anzahl hat ja das macht jetzt natürlich sinn Leute das macht jetzt aber sinn ja da brauche ich diesen diese anzeige dafür sonst sehe ich das ja gar nicht wie weit ich aufladen muss so wer ich hier okay Okay, deshalb, ja, gut, also da muss ich was einstellen, schalt einfach hoch, ne, ne, ich schau mal das jetzt genau an, also da muss ich diese Anzeige anmachen, weil dann sehe ich wie viel PS das Ding bekommt, wenn ich das hier hochpusche, bei, ähm, okay, Telemetry heißt das Ding, unter Controls, das schaue ich gleich mal an, weil das würde mich so hart interessieren, was funktioniert, ähm, ist das hier drin? Ne, das ist so, da ist so anders drin, unter Difficult, ah, ah, okay, Second Gear, ja, und dann Controls und da, Ah, unter Controls ist das in der Steuerung, mhm, hier, nicht zugewiesen, und die machen wir jetzt an, mhm, auf 1 würde ich sagen, drücken sie die Taste, diese, ja, dann halt Z, keine Ahnung, Aha, warum funktioniert das nicht? Ich muss das jetzt am Controller drücken, Okay, dann mache ich das Steuerkreuz links, ist ja auch okay, Abbrechen, Speichern, mit X, Ah, jetzt habe ich irgendwas überschrieben, Warte, dann mache ich das so, ohne Speichern, Fortfahren, Steuerung, Dann mache ich das nochmal, Ah, wisst ihr was, Tastatur mache ich das, stimmt, dann kann ich das, Kann ich das auf jede Taste machen, wo ich will, Das ist sie jetzt unter, Ah, hier, Auf T, ah, das ist eh auf T, okay, auf T ist es, Ja, wenn ich das gewusst hätte, einfach T drücken, Ah, muss der Retourgang selber reinballern, Ich Idiot, äh, Ach, so, Dann kann ich hier selber die Leistung sehen, Das ist jetzt aber, Haben wir keine PS Anzahl, Ah, hier, Nee, 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 Schaden will ich auch nicht, Wusste gar nicht, dass es das gibt, Das heißt, wenn ich hier so, Ach, warte, ich muss ja auf, Auf Gang 2 muss ich ja, Ich Idiot, so, Ah, und dann muss ich warten, Bis das hier, Ah, okay, jetzt verstehe ich, Ja, ja, Da seht ihr das jetzt links, Die Leistung, die hoch geht, Und das muss auf diese, 99.000 gehen, Und dann kann ich losfahren erst, Bin ich jetzt überhaupt richtig, Ich hoffe, Ich weiß gar nicht, Ob ich jetzt richtig stehe, Egal, wir probieren es einfach, Also jetzt ist richtig, Wir müssen noch ein bisschen warten, Bis das aufgeladen ist, Und deshalb hat es nicht funktioniert bei uns, Geh zum Flughafen, Nee, ich will, Ich will den Ausfahren probieren, Ich will schauen, Ob ich da die, Weil auf dem Flughafen können wir nicht Die 600 kmh ausfahren, Es geht darum, Dass ich ja 600 kmh fahren will, Am Flughafen kannst du über diese, Äh, Leitungen da springen, Aber das heißt, Wir müssen auch wirklich warten, Bis das hier auf, 999, 999 steht, ne, Also jetzt können wir ein bisschen Chillen hier im Chat, Du musst auf PS umstellen, Nee, muss ich eigentlich nicht, Ich kann auch, Äh, Das hier drinnen lassen, Ist, Ist ja komplett egal, Weil man sieht dann, Wenn es voll ist, Wenn es voll ist, Ist voll, Mein Controller geht grad voll ab, Weil ich das hier so hoch pushe, Ach, Lass das ein bisschen weiter gehen, Ich warte, Bis, äh, Wirklich alles voll ist, Bis der, Bis der Counter komplett, Äh, Im, Im, Im Ready ist, Kann auch später nochmal probieren, PS umstellen, Aber ich glaube, Das ist erstmal egal, Ah, Ist schon lustig, Du, Das ist schon lustig, Dass das funktioniert, Ja, Auf dem Flughafen schafft man doch Keine 600 direkt, Oder? Eher auf der Straße, Musst warten, Bis 260, Äh, KW, Hm, 260.000 KW, Brauche ich, So lange muss ich warten, Das sind dann wirklich 5 Minuten, Jeder im Chat schreibt was anderes, Ja, Ich habe jetzt auch ein Video geguckt, Wie das geht, Vielleicht wurde es schon gepatcht, Ne, ne, Das geht schon, Weil sonst würde das hier nicht funktionieren, Mit der Anzeige, Die KW gehen ja hoch, Bis zum geht nicht mehr, Ich schau mal, Ich habe jetzt halt KW Anzeige, Statt PS, Ich schau mir das mal an, Was der gemacht hat, Die 260.000 PS sagt ihr, Ist das, Ich bin jetzt auf KW, Leute, So wie viel, Wie viel KW sind 260.000 PS, Ich will das mal umrechnen, 260.000, Äh, PS, In KW, Ist wie viel, 191.000, Bei 191.000 kann ich losfahren, Es sind 191.000 KW, Sind 260.000 PS, Weil die Leute machen das bei 260.000 PS, Das heißt, Wir müssen jetzt noch, Circa 100, 100, Äh, 1000 KW abwarten, Dann können wir losfahren, Boah, Es tut aber ganz schön weh, Das drücken hier, Ja, 190.000 KW, Da warten wir jetzt ab, Dann haben wir die 260.000 PS, Hab's grad ausrechnen lassen, Mein Controller, Fühlt sich so an, Es geht ja gleich kaputt, Alter, Der ruckelt so ganz komisch, So, Jetzt noch mal auf die 100 KW warten, Und dann geht's los, So in die 90.000 KW, Ich seh schon das fünfte Mal, Den selben Flachwitz, In meiner, In meinem Chat, Was steht auf einem Leichenwagen, Hier liegen sie richtig, Wow, Ich seh schon das zehnte Mal, Im Chat, Ich hab's bis jetzt nicht vorgelesen, Kriegst du grad irgendwas, Oder stehst du nur rum, Ne, Ich drück grad was, Ich drücke gerade, Ähm, Am PS5, PS5, PS4 Controller, Die X Taste, Und hinten die, Äh, R2 Taste, Also Gas und Bremse, Also Gas und Handbremse, Ist das jetzt, Was ich drücke, Ich warte einfach ab, Bis es auf 190.000 ist, Und dann geht's los, Ich bin so gespannt, Ob's funktioniert, Man kann gebannt werden, Dafür, Für nen Bug, Also wenn man dafür gebannt wird, Dann weiß ich auch nicht, Ich mach jetzt komplett risk, Also ich mach ja, Ich mach ja keine Challenge, Damit, Weil viele machen ja damit, Irgendwelche Challenges, Dass die mit, So und so viel kmh, Über diese Ding drüber springen, Ich glaub dafür wirst du gebannt, Weil, Ähm, Viele machen das auf dieser Rennstrecke dort, Also nicht Rennstrecke, Auf dieser, Äh, Auf diesen Jump, Auf diesen großen Jump machen, Dass die Leute, Das ist ja unfair, Ich mach jetzt nichts, Wo ich irgendwo einen Vorteil hätte, Oder so, Also ich, Ich werd da jetzt nirgends über ne, Ne Ding drüber fahren, Oder sowas, Was blödes, Ich halt einfach nur das auf der, Auf der Bahn testen, Ob das geht oder nicht, Ripp an den Finger, Ja, Es tut echt langsam weh, Du, Aber man muss wirklich 5 Minuten warten, Der, Der hat nicht unrecht, 5 Minuten muss ich warten, Wenn ich jetzt irgendwo rein crash, Dann, Na Servus, Och, Schau mal da hinten, Wartet einer, Guckt, Der blinkt sogar, So, Wir sind gleich fertig Leute, Gleich haben wir's geschafft, Ja, Also wenn, Dann kriegst du höchstens ein Bann, Oder so, Wenn du damit echt ne Challenge machst, Aber so, Mit nur auf der Autobahn fahren, Wo kein Blitzer ist, I don't give a fuck, I don't give a fuck, Oh shit, Aber eher so Money Glitches, Oder sowas, Das wär, Das wär heftig, Aber, Sowas will ich nicht machen, Bis 191.000, Ja, So mein Dreh, Ich frag mich nur, Ich frag mich nur, Wie die Leute auf sowas drauf kommen, Mit diesem, Mit diesem Glitch, Wie kommt man auf so ne Idee, Dass man 5 Minuten, Bläde Stück Scheiße, Dass man 5 Minuten durch, Drückt, Und hier einfach steht, Ich hab grad den Wagen hinten reingedruscht, Ich wär jetzt so mad gewesen, Hättet der, Meinen Weg, Irgendwie jetzt versperrt, Oder so, Alter, Wär ich jetzt mad gewesen, Ja, So, Der find ich schon irgendwie lustig, Aber, Jetzt sind wir gleich soweit, Noch 4.000, Sagma's gleich, Mach 195.000, Dann bist du safe, Ja, mach ich, Ich warte noch die 5 ab, Die 5.000 kann ich jetzt noch warten, Nach den 5 Minuten, Ähm, Rumstehen und warten, Bis die Leistung steigt, Okay, Sind wir ready? Ja, Alter, 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 Wow, Wir haben es geschafft, Das Auto ist wieder, Auch wieder zurück auf, Auf, Normalgeschwindigkeit, Aber, Alter, Wie schnell waren wir denn jetzt? Wie geil, Alter Schwede, Das geht mir jetzt in der Wiederholung, Pass mal auf, Das geht mir jetzt in der Wiederholung, Warte, Hier sind wir gefahren, Ich mach's auf, Mach's auf, 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 Langsame Geschwindigkeit, Da waren wir bei, Alter, Wie schnell das grad ging, Alter, Bist du deppert, So, Dann haben wir auf 5, Dann waren wir in der Grand-Grad-Stelle auf 500, Und 600 waren auch gleich da, So, 610, 15, 17, Na, Wir waren auf, Wir waren auf 600, 617 war mal, Glaub ich, Warte, Ich geh nochmal zurück, 17, Ja, 617 sind wir gefahren, Leute, 617, Dann war Schluss, Alter Schwede, Alter, Das hat, Alter, Das hat grad geschallert, 617 kmh, Doch, Es waren 617, Ich hab grad geguckt, Im Video, Exakt 617, Höchstgeschwindigkeit, Danach hat er runter gebremst, Hab's jetzt nochmal in Zeitlupe angeguckt, Alter, Wir sind grad 617 mit dem Porsche Cayman, Der ist gefahren, Aber gut, Der Patch ist, Äh, Ist ja morgen dann weg, Ne, Aber die, Die Strecke war perfekt, Der sind wir jetzt perfekt gefahren, Bist du deppert, Das ist durchgedreht, Das Ding, Ich mein, Er fährt so schon schnell, Mir gibt euch das, Wie schnell der so fährt an sich, Er fährt hier 434 gerade, Ich mein, Das ist schon schnell genug, In so einem Elektromobil, Handling ist halt jetzt, Oh, Alter, Fast runter gefallen, Handling ist halt nicht so geil, Aber kann man das nicht mit jedem Auto machen, An sich, Ist das nicht, Ist das nicht sowas, Was du, Ich probier's mal, Ich tu mal Auto wechseln, Aber einfach mal über 600 zu fahren, Ist halt heftig geil, Ach so, Vielleicht, Weil der ja nur den zweiten Gang hat, Den er voll ausfahren kann, Das wird's vielleicht sein, Was ja die anderen jetzt nicht so haben, Aber ich probier's mal, Wenn ich den jetzt nehm, Meinen Cesco, Steig ein, In echt würde der Motor explodieren, Ja, Nicht nur das, Ich glaube in echt, Ähm, Würde das Auto auseinander fallen, Bei so einer Geschwindigkeit, Und ich mach's mit Absicht nicht, Auf dem Flughafen, Weil am Flughafen, Ähm, Könnte ich ja so ein Event machen, Das mach ich nicht, So, Ich, Ich test das nur ganz schnell, Wenn ich da jetzt, Äh, Beide gedrückt halte, Okay, Da geht das nicht, Das heißt aber, Wenn ich jetzt, Vielleicht den letzten Gang rein tu, Ja, Das geht echt nur beim Taikan, Krass, Das ist echt krass, Das geht nur beim Taikan, Ich fahr mal im siebten Gang an, Man kennt's, Es geht echt nur beim Taikan, Hätte ich mir nicht gedacht, Vielleicht geht's mit jedem Auto, Und das ist der Taikan irgendwie, Und halt schneller ist, Als die anderen, Du denkst also im siebten Gang raus, Beschleunigen, Und trotzdem ist der Wagen so schnell, Boah, Boah, Alter, Ja, Ich bin sehr froh drüber, Dass ich jetzt, Ähm, 600 kmh gefahren bin, Ich bin sehr stolz drauf, Und mit 400, Ein Unfall gebaut, Ja, Bin ich auch sehr stolz drauf, Ne, Aber echt geil, Alter, 600 zu knackeln, Ist schon nice, Der Taikan ging gerade ab, Wie auf Erdelo stimmt, Auf Erdelo ist der Taikan echt geil, Hoppala, Tschuldigung, Das macht mir meistens Spaß, Über so Sachen drüber springen, Du machst doch übelst viele Punkte, Man sieht's, Ähm, Achso, Ich hab ja noch, Ach, Ich Idiot, Ich hab ja noch den, Äh, Dings Modus drin, Den, Äh, Ja, Den muss ich mal umstellen, Steuerung auf, Äh, Ne, Ne, Schwierigkeit, Auf, Schaltung Automatik, Ja, Bitte, Speichern fortfahren, Ich will nicht schalten am Controller, Nochmal, Bitte, Wau auf, Klo, Du kannst zurückspülen, Das ist ja die tolle Funktion, Bei YouTube kannst du einfach zurückspülen, Das ist ja Gott sei Dank auch Klitsch, Einfach, Deck, Spülen, Und dann bekommst du auch, Ganze 600 kmh, Brezla, Man kann nicht reinfallen, Oh, schade, Wollts probieren, Wollts probieren, Warte, Ich test mal was, Passt mal auf, Ne, 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 Ich will was testen, Hallo, Ne, Das klappt nicht, Das klappt so nicht, Hallo, Ah, Nein, Ich wollte nämlich ein Foto machen, Wie das Auto im Ding aussieht, Boah, Alter, Das sieht, Gibt euch mal die Wassertropfen, Ey, Alter, Die Wassertröpfchen, Also, Das ist halt schon, Ne, Also, Will ich sagen, Aber das ist halt wirklich, Sogar das Badge, Guck dich das bitte an, Also, Da kannst du echt nichts sagen, Bei dem Spiel, Leute haben ja gesagt, Man sieht sogar die, Ähm, Die Schrauben sieht man sogar, Gut, Hier wird man jetzt keine Schrauben finden, Weil es halt so ein, Guck mal, On, Off, Mit 250 Newtonmeter anziehen, Bitte, Das ist halt echt eine Auflösung, Das ist halt für ein Spiel Nicht schlecht, Mein Lieber, Nicht schlecht, Ach, Warte, Hier vielleicht, Ne, Es ist halt echt Hammer, Der absolute Wahnsinn, Das Ding, Ja, Mich interessiert es immer so, Wie hochauflösend etwas ist, Man sieht sogar den Motor da drin, Guckt, Da sogar so ein bisschen reingucken, So ein bisschen ist gut, Das ist, Das fällt dir doch gar nicht auf, Alter, Das fällt dir doch gar nicht auf, So, Und hier kannst du glaube ich die, Ja, Guck, Das meinte ich, Man sieht sogar, Ja, Du weißt, Was für einen Schraubenschlüssel du brauchst, Du siehst es einfach, Ne, Das ist, Das ist halt, Das ist halt echt geil, Leute, Das ist, Sowas gefällt mir einfach, Interior ja auch, Richtig heftig gut gemacht, Kann sogar von hier aus, Ich meine, Man sieht halt alles, Von vorne bis hinten, Na gut, Ja, Ich wollte, Ich wollte nochmal gucken, Wollte eigentlich das Ding in den, In den Ding reinfahren, Aber, Ja, Gut, So, Ich würde sagen, Jetzt wo wir eigentlich die, Ähm, Alles geschafft haben, Was wir wollten, Auch mit über 600 gefahren sind, Und eh schon seit, Äh, Ganzen vier Stunden streamen heute auch wieder, Nichts so debatt, Ähm, Kann man die, Muss auch öffnen, Ja, Kann man, Wenn man in der Garage ist, Kann man die öffnen, Die ultimative Frage, Kann man machen, Aber du musst ja in die, In die Garage gehen, Ähm, Ja, Ich würde halt sagen, Dass wir mal für heute Schluss machen, Jetzt haben wir eh schon, Alter, Vier Stunden streamen, Niemand passt das eh, Andreas Strassner, Dankeschön fürs VIP werden, Liebe geht draus, Und, Äh, Ja, Ich würde sagen, Dass wir demnächst auf jeden Fall, Ähm, Weiter, Forza spielen werden auch, So als Zweitprojekt, Nach GTA natürlich, Zurückspringen wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, Aber danke, Ähm, Ja, Und, Wenn es euch hier gefällt, Oder euch gefallen hat, Da kann ich euch nur empfehlen, Lasst ein Abo da, Wenn ihr schon abonniert habt, Könnt ihr auch ein Like da lassen, Wenn ihr auch schon ein Like da gelassen habt, Dann seid ihr die absoluten, Ehrenbrühe und Ehrenschwestern, Kann ich nur sagen, Und, Ähm, Ja, Äh, Was für neue SRP-Projekte tust du? Werdet ihr sehen, Werdet auf jeden Fall, Mal was anderes, Werdet gut, Ihre Sehne, Aber morgen kommt auch mal, Äh, Endstream, So ist es, Ist das Lüften der Kiste? Ja, 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 Heimlich geübt, Ja, 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 Mit einem Supersportwagen, Wurde dafür gemacht, Natürlich, Oh, Boote, Da mag ich mich hin, Wird's ein Comeback von dem Zugfeld geben, Weiß ich noch gar nicht, Mal schauen, Vielleicht, Maybe, Maybe kommt der Zugfeld zurück, Wir wissen es doch nicht, Das Boot vom Hänger, Äh, Geschubst, So, Dann würde ich sagen, Äh, Wir sehen uns dann morgen, In Arma Frische wieder, Zu einem, RP Live Stream, Und, Ähm, Ja, Dann wünsche ich auch auf jeden Fall, Noch einen schönen Abend, Dann macht's gut, Dann würde ich sagen, Haut rein, Und wir sehen uns morgen, Also ich bin morgen auch live, Also gerne vorbei wuppeln, Morgen, Mal schauen, Gegen 18.30, 19.00 Uhr,